Musik Es ist der 12. Oktober 2017, hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimmen von Martin Rützler und ich begrüße alle, die keine Angst haben, in einer Woche zu leben, wo der Freitag ein 13. ist. Aber keine Sorge, bis dahin sind es noch ein paar Stunden und die werden wir jetzt nutzen und den Sendgarten in seiner 35. Ausgabe aufzeichnen. Mit dabei sind die Gärtnerin Ulrike. Guten Abend, Ulrike. Hallo Martin. Und der Sendegärtner natürlich, Sebastian. Hallo Sebastian. Guten Abend zusammen. Lesen und Denken, das geht nicht zusammen. Ich meine, Denken alleine ist ja schon schwierig, aber Lesen und Denken ist ganz schwierig. So, die anderen Sendegärtner, also von mir abgesehen, müssen wir heute leider verzichten. Wegen Krankheit zum Teil, wegen Dienstreisen zum Teil und besonderer Reisen. Also vom Lars kann ich zum Beispiel erzählen, der ist bei der ESA, also bei der europäischen NASA sozusagen. In Holland ist der gerade. Da startet nämlich morgen ein neuer Erdbeobachtungssatellit aus der Copernicus-Reihe, Sentinel-5P. Und Lars ist in einer relativ kleinen Gruppe von Leuten, die sich das halt da vor Ort in Nordweig angucken dürfen. Da gibt es noch eine Führung übers Gelände und so weiter. Also er hat da echt richtig Glück gehabt, in so eine Gruppe reinzukommen. Musste sich da bewerben und so. Und da hat er gesagt, naja, also so lieb ich den Sendegarten habe, aber wenn ich diese Gelegenheit bekomme, dann fahre ich lieber nach Holland. Und das kann ich verdammt gut verstehen. Von dieser Stelle alle guten Wünsche und für morgen, dass das alles gut geht und ganz tolle Aufnahmen machen kann und tolle Gespräche führen kann. Schöne Grüße an dich, Lars. Ja, Melanie müssen wir leider auch verzichten, wegen Krankheit des Kindes oder selber. Also da ist irgendwie, wir haben gesagt, das Team Austriak schwächelt gerade ein bisschen. Und der liebe Jörg hatte uns mitgeteilt, dass er Teilnahme erstmal am Sendegarten nicht mehr machen will, weil es ihm einfach immer zu lange wird. Also da müssen wir leider auch auf ihn verzichten. Gut, wir sind aber immerhin genug, dass wir heute Abend für unseren Gast die Gartenbank herausgestellt haben und rausstellen konnten. Und der Gast ist niemand anderes als Dr. Nikolaus. Oh Gott. Hallo Nikolaus. Ja, Glück auf aus dem Ruhrgebiet. Wunderbar. Glück auf ist ein gutes Wort. Höre ich gerne. Ja, du kommst ja auch von hier weg. Genau, ich komm auch von hier weg und ich habe mit großer Inbrunst bei eurer 100-Jahr-Feier, die ja keine 100 Jahre sind, sondern 100-Episoden-Feier das Steigerlied gesungen, was der Linus da so dirigentenmächtig da intoniert hat. Das war ein besonderer Moment. Das war ein wirklich tolles Gefühl. Da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf. Oder muss ich ja schon pathetisch davon erzählen, weil ich natürlich auch eine Gänsehaut hatte. Aber vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf. Wunderbar, da kommen wir gleich noch drauf. Ich habe sogar einen kleinen Einspieler dafür vorbereitet. Also, da können wir uns noch was anhören. Ich habe aber noch einen anderen Einspieler und der geht eben erstmal an die Ulrike. Ulrike, ich habe da vor ein paar Tagen einen Podcast gehört, wo du mit der Daniela Ishorst über Ballett gesprochen hast, was ihr euch angeguckt habt. Und da ist ein kleiner Ausschnitt drin, der ist mir ins Ohr gefallen und das klingt so. Das ist ja doch nur ein Mensch und ein Mikro. Was kann daraus wohl entstehen? Das kann ja nur langweilig sein. Ja, ich habe es aber auch schon anders erlebt. Das war ein Seitenhieb auf die Podcasting-Community. Ulrike, warum hast du der Podcasting-Community einen Seitenhieb verpasst? Weil ich mich ab und zu ganz unheimlich lustig finde. Und das war schon ziemlich spät, glaube ich. Ich fand den irgendwie witzig. Der kam so en passant und ich habe, hä, habe ich jetzt richtig gehört und dann zurückgespult? Also ein Mensch und ein Mikro, was kann dabei schon rauskommen? Das muss doch langweilig sein. Ist ja definitiv nicht meine Meinung, das weiß ja hoffentlich jeder. Ich bin ja auch Fan von Podcasts, die nur mit einem Menschen funktionieren, wie beim Butler zum Beispiel oder so. Oder beim Oliver Wunderlichter noch sein Explicator. Also war wirklich nur ein Späßchen. Ich glaube, das war auf dieses erste Ballettstück bezogen, wo dann halt immer diese Einsprecher kamen. Die waren sehr prägend für das Stück. Das war geil. Ja, oder die vorher durchgeführte, wie nennt man das denn, Einführung. Ach ja, stimmt. Der musste sehr monoton geredet haben. Oder wer immer das war, ein der oder eine die. Ja, eine junge Frau hatte die Einführung gemacht. Ja, nee, stimmt, das war's. Ich höre mir den Podcast danach ja immer nicht nochmal an. Das durfte ja diesmal zum Glück die Dani machen. Genieße ich auch mal, wenn ich mir dann meine eigene Stimme nicht nochmal anhören muss. Aber wie war denn insgesamt die Geschichte mit der Daniela, da gemeinsam was zu machen? War das okay? War das schön? Das war super. Das war ja auch nicht das erste Mal. Also wir waren ja schon öfter gegenseitig. Also sie einmal bei mir zu Gast und ich glaube schon zweimal bei ihr. Und war super. Und ich weiß nicht, sie hat es ja in der Episode auch erzählt. Ich hatte gesehen, bei diesem Ballett stand dabei, Achtung, bei diesem Stück können Licht und Laser und Soundeffekte in ungewohntem Maß passieren. So Copy-Paste in Twitter reingeworfen. So guck mal, habe ich gefunden. Und von ihr kam nur zurück, geil, gehen wir da hin. Und dann war die Sache auch schon, es ist halt erhältlich unkompliziert mit ihr, sowas zu machen. Das ist wohl wahr. Sie ist auch einfach immer so begeistert von Sachen, wo ich gar nicht weiß, was ich darüber sagen soll. Und sitzt dann immer ganz verliebt da und höre ihr zu und merkt dann, oh, ich müsste auch mal wieder was sagen. Oder auch schon nach dem ersten Einspieler, oder weiß nicht, das Stück begann ja so damit, dass Leute geschrien haben. Und da irgendwie getanzt und irgendwie so zu so einer Beatbox-artigen Musik. Und dann war nochmal kurz diese Stille nach diesem Auftakt. Und sie dreht sich nur zu mir um und sagt, wie abgefahren ist das denn? Es ist immer herrlich, sie ist immer so begeistert von sowas. Also macht immer wieder Spaß. Kann man auch nur empfehlen. Kunst und Horst heißt das Angebot mit der Daniela Ishorst eben in, meistens geht sie in Museen, aber macht eben auch Besuche von Theater oder jetzt in dem Fall Ballettaufführungen und bespricht das dann meistens mit Gästen hinterher nochmal. Aber wie du schon sagst, mit großer Begeisterung und erstaunlicher Wortgewandtheit. Also die schraubt sich da manchmal auch Sachen raus, wo ich dann denke, boah, klasse. Gut auf den Punkt gebracht, hätte ich so überhaupt nicht gekonnt. Toll, fand ich auch richtig schön zum Zuhören. Okay, also war das dieser Seitenhieb eine kleine Frotzelei an die Podcaster-Community. Sehr schön. Das ist aber nicht das Einzige, was wir eingesammelt haben, sondern es hat noch mehr zur neuen Ernte. Da kommen wir jetzt hin. In der neuen Ernte, da sammeln wir ja Sachen ein, die uns seit der letzten Folge so zugesteckt worden sind. Und da haben wir zuerst einmal ein Kompliment, ein dickes, nämlich von der Katja Eidam bekommen. Die hat unseren Sendegarten, also unsere Ankündigung, dass die Folge 34 existiert, weitergeleitet, retweetet und dazu geschrieben, von der ersten bis zur letzten Minute spannend und informativ. Also was will man da noch sagen? Also da wurde schon ein bisschen rot und ich denke, aber es geht im Wesentlichen dieser Dank an unseren Gast vom letzten Mal, Dirk Prims, der so wunderbar erzählt hat, wie es da in Amerika zuging bei der Konferenz der Podcaster. Und wir haben das so versucht, so ein bisschen auch auf Deutschland zu beziehen. Und das war insofern dann ein sehr spannendes Gespräch. Aber es liegt natürlich auch ganz viel daran, wie der Dirk sich hier dargestellt hat und seine Erlebnisse halt dargestellt hat. Dann haben wir eine Audiopostkarte bekommen. Die liebe Lara, die viele von uns als die Auslandsschweizerin kennen, hat uns aus dem Urlaub berichtet und das klingt so. Liebe Sendegarten, wie gewünscht schicke ich euch eine Audiopostkarte aus meinem Spanienurlaub. Und zwar befinde ich mich, ich ist die Auslandsschweizerin, gerade in Spanien, in Malaga und ich schicke euch eine Audiopostkarte von, und manchmal zeige ich mir jetzt nicht mein vorhandenes Spanisch, Agazaba de Malaga. Das ist ein, ich weiß ja nicht, ob es eine Burg ist oder jedenfalls ein Monument. Und ich blicke hier auf die Kathedrale von Malaga unter anderem und ein paar Tächer. Ja, es ist sehr interessant hier und es ist warm, nicht ganz 30 Grad, aber ein angenehmer, kühler Wind geht eigentlich. Es ist wirklich durchaus aushaltbar und das sieht gerade aus wie, es sind jetzt gerade, glaube ich, zwei Wellensittiche an mir aber so vorbeigelaufen. Jedenfalls waren die grünen Vögel. Auf jeden Fall ist es sehr schön und es ist jetzt Freitag. Dies Tag muss ich leider, aber darf ich wieder zurück, was ich mich natürlich auch irgendwo freue. Ja, und ja, auf jeden Fall, macht weiter so. Ich bin immer noch der Meinung, dass ihr einen sehr guten Job macht. Der Martin wird mich hier widersprechen, aber es ist, wie gesagt, es ist viel, was ihr macht und das macht ihr gut. Und ja, liebe Grüße aus Malaga von der Lara. Liebe Lara, wie sollte ich dir denn da widersprechen? Das kann ich natürlich nicht machen. Dankeschön, ganz herzlichen Dank. Ich finde das toll, dass du im Urlaub bei 30 Grad Sonne überhaupt an uns denkst. Das ist ja total nett, dass wir da so ein bisschen dran teilhaben können. Vielen Dank und ich habe gerade noch vergessen, mich zu bedanken bei den Menschen, deren Zahl ich mir kurz vor der Sendung noch rausgeschrieben habe. Nämlich 718 Menschen haben dafür gesorgt, dass die letzte Episode 718 Mal runtergeladen worden ist bis heute. An diese Personen ein ganz herzliches Dankeschön. Das ist eine treue Hörerschaft und vielleicht sind die ja auch heute alle wieder da. Also ganz herzlichen Dank geht erstmal auch an euch, liebe Hörer. So, dann haben wir noch ein Stück neue Ernte und da geht es um den Podcaster Pro von Adam Curry und das hat der Sebastian. Genau, wir hatten mit Dirk, ist das Thema auch mal zwischendurch aufgekommen in der letzten Sendung und ich hatte mir das dann in der Sendung nicht nochmal angeguckt. Wir hatten da ja über den Preis diskutiert, wie teuer dieses Podcaster Pro Audio Interface sein sollte auf der Crowdfunding Kampagne, was halt um die 500 bis 600 US Dollar lag. Was dabei ein bisschen untergegangen ist, dass dieses Projekt mittlerweile ja ausgelaufen ist und leider nicht finanziert wurde. Also dieses feste Funding Ziel von 500.000 US Dollar wurde nicht erreicht, es wurden nur 92.000 US Dollar erreicht und damit gab es jetzt auch keine weiteren Updates mehr zu diesem Projekt. Das wollte ich eigentlich nur nochmal nachtragen an der Stelle. Das ist ein bisschen überraschend eigentlich, ich meine wenn Adam Curry, der hat ja nun wirklich einen Namen in der Szene, wenn der ein Produkt promotet, dann würde man ja jetzt annehmen, das geht wie geschnitten Brot. Ja, 200.000 US Dollar ist ja schon ganz ordentlich. Ja, das wäre hochgepokert. Ja, normalerweise, also 500.000 US Dollar ist schon ein hartes Ziel, also das ist schon wirklich eine Menge Holz. Aber es ging ihm laut seiner Beschreibung auch darum, einfach auch festzustellen, wie viel Bedarf da ist und ja, das war wohl irgendwie so seine Wunschsumme und auch feste Summe, die irgendwie für das Budget da sein muss. Und die wurde halt nicht erreicht. Okay, das ist dieses, also für alle, die es jetzt nicht mehr wissen, ich habe da mal ganz kurz reingeguckt, das ist ein kleines Wunderkästchen, wo man im Prinzip alles einstöpselt, also Mikrofon, Kopfhörer und so weiter. Und dann ist das so all in one, die all in one Hardwarelösung quasi, das sollte das werden. Ja, hat er allerdings nur zwei XLR-Eingänge, also für 500 bis 600 US Dollar ist das natürlich schon mit zwei einzelnen Audio-Eingängen. Da kriegt man in der Regel natürlich Hardware, wo schon irgendwie vier bis zwölf oder so Eingänge dabei sind. Und ja, vielleicht ist das ein Grund, keine Ahnung, kann natürlich sein, dass es wirklich auch der Preis ist, der wirklich ziemlich, gut, es ist ein Spezialgerät, insofern muss der Preis natürlich ein bisschen höher sein, wahrscheinlich auch. Und deswegen ist das natürlich, ja, vielleicht gerechtfertigt, aber auf der anderen Seite ist es natürlich, ja, vielleicht auch nicht das Richtige für jeden. Das muss man auch dann vielleicht akzeptieren, ja. Genau, gut. Also nicht alle Projekte, die da gestartet werden, gehen auch positiv aus. Was passiert jetzt mit den 92.000 Dollar? Ja, die wurden lustigerweise wohl kurzzeitig doch eingezogen, aber dann wurden sie wohl wieder zurück überwiesen, aber ja, also normalerweise wird es gar nicht eingezogen, aber irgendwie wurde es wohl komischerweise durch einen Fehler eingezogen, aber das soll wohl alles wieder zurückgegangen sein. Okay, Dankeschön für die Ergänzung. Und ich habe noch eine neue Ernte, und zwar ist das eine E-Mail von der Silke, auch bekannt als Mini Lanzelott, die hat geschrieben, nachdem ich euch jetzt auch schon so lange höre, muss ich mich auch mal bei euch melden. Erstmal vielen Dank für euren schönen Podcast, denn den es ja wirklich regelmäßig auf die Ohren gibt und immer wieder sehr spannend für mich ist, welcher Gast denn bei euch auf der Gartenbank Platz genommen hat. Macht auf jeden Fall weiter so. Und dann gibt es hier uns noch zwei Podcast-Empfehlungen für die Setzlinge mit, die sind auf die Liste gekommen und die werden wir zu ergebener Zeit dann auch hier unter die Setzlinge bringen. Ganz herzlichen Dank Silke und allen, Lara und wem auch immer, wer uns was geschickt und geschrieben hat, ganz herzlichen Dank für die Wahrnehmung, für die Weiterleitungen und für die Rückmeldungen. Das tut gut, das hilft, macht einfach Spaß und ja, noch einmal ein dickes Dankeschön dafür. Und damit kommen wir auch schon auf die Gartenbank. Auf der Gartenbank sitzt, ich sag's jetzt nicht nochmal, der akademische Grad soll heute Abend mal keine Rolle spielen, Nikolaus Wöhl, ein Podcaster, darf ich noch Podcaster-Kollege sagen oder bist du eigentlich schon aus den Dimensionen rausgewachsen, mit denen wir hier zu tun haben? Ich sag's mal einfach, Podcaster-Kollege vom Methodisch-Inkorrekt-Podcast, also ich unterstelle mal, jede Idee, die mit Podcasts zu tun hat, hat diesen Namen schon mal gehört. Kann mir kaum vorstellen, dass er an jemandem vorbeigegangen ist, aber wer weiß, vielleicht ja doch. Nikolaus, du hast mir mal gesagt, du würdest alle Dinge planen, du würdest nichts machen, wo du nicht vorher einen Plan gemacht hast. Was hast du für heute Abend geplant? Ja, heute habe ich relativ wenig geplant, das macht mir auch so ein bisschen ein ungutes Gefühl, aber wir schauen mal. Also heute habe ich tatsächlich eigentlich nichts. Also abgesehen davon, dass ich mir sehr geplant einen Tee gemacht habe und den hier neben mich gestellt habe, habe ich wenig geplant. Ich bin im freien Fall. Das kann jetzt ziemlich in die Hose gehen. Ach was, ach was, wir fangen dich auf. Wir fangen dich erstmal auf mit einer schönen Fanfare. Das war jetzt ein bisschen, ja, das steckt schon wieder senkrecht und habt ihr Hand auf dem Herzen. Das Steigerlied, ja, das Steigerlied. Wo gespielt? Kannst du es erinnern? Wenn ich mich nicht täusche, auf der Zeche Schlegel und Eisen. Nicht letzten Wochenende, sondern davor. Ja, das war ein ziemlicher Zufall tatsächlich. Diese Blaskapelle war im Hause und dann hat unser Freund Christian Kessen die ganz spontan gefragt, ob sie Lust hätten, mal eben sich ein Bier zu verdienen, nach oben zu kommen, also in die Schwarzkau, in der wir unseren Auftritt hatten. Das war ja irgendwie so drei, vier Stunden vorher und die haben sich dann da hingestellt und mal eben das Steigerlied abgespielt und sind dann ohne Bier wieder gegangen oder wollten zumindest gehen. Aber dann hat der Christian ihn noch ein paar Euro für eine Kiste Bier in die Hand gedrückt. Das war sehr freundlich. Für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht ganz genau wissen, was am vorletzten Wochenende in der ersten Etage passiert ist, also der von mir gerade schon genannte Podcast Methodisch Incorrect, ist inzwischen in der 106. 105. Ausgabe, ja, 105 habt ihr glaube ich. 105 Folgen, genau, also die Zählung ist bei 105, aber wir haben mit 0 angefangen, also dieses elendige, ja, wir haben wahrscheinlich irgendwas so um die 106 Folgen. Okay, also 105 plus die 0 Folge, aber die 100. Folge, die habt ihr richtig feierlich begehen wollen und habt ihr auch feierlich begangen sozusagen und zwar durch einen öffentlichen Auftritt auf einer Bühne und ihr habt euch dafür eine standesgemäße, für einen Ruhrkubiz-Podcast standesgemäße Kulisse gesucht, nämlich eine ehemalige Zeche in der Schwarzkauer, also da wo die Kumpels sich früher umgezogen haben, also ihre schmutzigen Klamotten angezogen haben, oder ausgezogen haben, da habt ihr also die Bühne bespielt mit einem Showprogramm und das war so erfolgreich, dass ihr das nicht an einem Abend gemacht habt für, was war das, 150 Leute im Saal oder waren das 300? 300 pro Abend, sondern die Karten waren wie schnell weg für den ersten Abend? Ach ja, das ist so eine Sache, also wir haben, als erstes haben wir natürlich auch Kritik dafür gekriegt, warum wir nur in Anführungsstrichen vor 300 Leuten diese ganze Sache geplant haben. Die Idee war ja einfach, wir wollten, okay, 100 Folgen, da muss man ein bisschen feiern, da rechnet man ja nicht damit, dass man das mal erreicht, 100 Podcast-Folgen und dann haben wir halt gesagt, okay, dann lass das vor Publikum machen und dann überlegst du dir natürlich, in welcher Größe willst du das machen und dann, ja, dann ist das halt, das ist halt immer ein Wagnis irgendwie, du weißt halt nicht, wie viele Leute kommen. Jetzt haben uns dann natürlich nachher ganz, ganz viele Leute auch gesagt, so, ja, aber ihr spielt ja auch auf dem Kongress vor, tausend Leuten in Saal G oder H oder wo wir da immer aufgetreten sind, ja, aber die Leute sind eh da und müssen keine Anreise in Kauf nehmen, so, was heißt das jetzt für eine Veranstaltung, die du irgendwo im Hinterland, also im Ruhrgebiet machst, kommen da 100 Leute, kommen da 300 Leute, kommen da 500 Leute, das weißt du ja einfach nicht. Das heißt, wir haben halt irgendwie so ziemlich ins Blaue hinein gesagt, also, wir haben uns auch Locations angeguckt, aber dann haben wir diese Schwarzkauer gefunden, von der du gerade schon gesprochen hast und die hat uns so gut gefallen, dann haben wir mal nachgerechnet, wie viele Leute kriegen wir da rein und dann war das irgendwie so 300 plus ein paar wenige und dann haben wir gesagt, okay, lass es in dem Ding wagen und dann haben wir die Tickets online angeboten und tatsächlich waren die, ich weiß nicht, also, die werden dann ja erstmal in den Warenkorb gelegt und dann sind die quasi reserviert und kein anderer kann mehr sich so ein Ticket shoppen oder knicken und dann war irgendwie nach gefühlt 30 Sekunden oder einer Minute oder so, waren die gefühlt wegbezahlt oder bestätigt, waren die dann irgendwie nach zwölf Minuten oder so. Dann kann man ja jetzt sagen, oh, da freut man sich. Wir beide haben uns jetzt nicht so besonders gefreut. Wir haben dann telefoniert sofort an dem Morgen, weil wir gesagt haben, okay, das war nicht, also, ich meine, klar, wir können uns freuen, damit war unser Risiko natürlich, damit war unser Risiko minimiert. Also, mit den 300 Leuten wussten wir, dass wir das irgendwie finanziell gestemmt kriegen, diese ganze Veranstaltung. Nur ist es natürlich so, dann weißt du natürlich auch, dass sich Leute echt ärgern, wenn die sich dann da hinsetzen und versuchen, so ein Ticket zu shoppen und nach zwei Minuten hast du schon keine Chance mehr, dann lässt du einfach auch viele, viele Leute frustriert zurück. Und das wollten wir dann auch nicht. Und dann waren wir ein bisschen am schwitzen und haben überlegt, was wir machen und haben dann relativ kurz entschlossen halt gesagt, okay, die eigentliche Veranstaltung ist am Samstag. Wie wäre denn, wenn man am Sonntag das einfach nochmal anbieten? Das ist alles da, also die Sachen für die Experimente und die Stühle. Man muss ja dazu sagen, wir haben das alles von Ground Up sozusagen organisiert. Da war nichts in dieser Halle. Also, ein paar Sachen, Infrastruktur waren schon da, aber vieles musste einfach von uns auch rangekarrt werden. Zum Beispiel die Stühle, das hätte man mit viel, viel Hilfe nicht, also ohne die ganze Hilfe nicht geschafft. Da komme ich gleich nochmal drauf. Aber jedenfalls war das alles einmal schon da am Samstag und da war dann für uns halt verhältnismäßig leicht zu sagen, komm, dann machen wir das einfach am Sonntag nochmal. Und deswegen kam es überhaupt erstmal dazu, dass wir das zweimal angeboten haben quasi. Woher habt ihr denn die Kraft genommen? Also, als ich das gehört habe, wir machen das am Sonntag nochmal, habe ich gedacht, du lieber Himmel, also der Samstag wird mit Sicherheit ein sehr anstrengender Tag werden, allein die Vorbereitungen, dann hast du hinterher natürlich Gäste von nah und fern, die willst du auch nicht sofort laufen lassen. Du wirst dich vielleicht nochmal mit einem Bier an die Theke stellen, das wird ein langer Abend. Und dann sollst du gleich am nächsten Abend das Ganze vielleicht ein bisschen kleiner, aber mit ähnlicher Power nochmal auf die Bühne bringen. Wie macht man das, habe ich mich gefragt. Wie hast du es überstanden? Ging das oder bist du auf den letzten Zahn gekrochen? Also, in der Tat war das so ein bisschen auch ein Testballon für uns. Wir wollten das eigentlich auch immer gerne mal ausprobieren, wie sich das anfühlt, so eine Show zweimal zu machen, weil wir haben es eigentlich immer so erlebt, dass wir, also unsere Bühnenauftritte waren bisher immer relativ aufwendig. Und damit meine ich jetzt gar nicht nur methodisch inkorrekt, Reinhard und ich, wir haben ja auch schon so für so Schüler, wenn wir so Schülerveranstaltungen an der Uni hatten, haben wir da schon so Auftritte gemacht, wo wir, Uni Kids hieß, so eine Veranstaltung, das haben wir zweimal gemacht. Dieses Uni Kids ist es jeweils einmal im Jahr und wir haben das an zwei aufeinanderfolgenden Jahren gemacht, wo wir auch einen Vortrag vorbereitet haben, der kindgerecht war und experimentiert vorbereitet haben oder jetzt. Der Kongress ist halt so, dass wir da immer relativ viel auffahren und eigentlich war es immer so, dass wir gesagt haben, der Aufwand ist einfach riesig groß dafür, dass du dann das Teil in zwei Minuten oder zwei Stunden abfeuerst und dann ist es vorbei. Das ist natürlich auch ein besonderer Reiz, dieses Vergängliche. Also das ist für mich zum Beispiel der Reiz, den Live-Musik ausmacht. Das ist halt nur einmal da und ist dann wieder vergangen sozusagen und du warst bei diesem Moment dabei. Aber wir haben uns ja schon immer gesagt, der Aufwand steht eigentlich in keiner Relation so. Und eigentlich wäre es schön, wenn man diesen Aufwand einmal hätte und vielleicht zehnmal damit auftreten würde. Und deswegen war es in gewisser Weise ein schöner Testballon, wo wir gesagt haben, okay, das hat sich jetzt so ergeben, das war eigentlich nicht so geplant, aber das war, das ist mal ein Versuch, den wir jetzt einfach mal machen und dann mit einem ähnlichen bis gleichen Bühnenprogramm zweimal auf der Bühne stehen und das präsentieren. Aber das war eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Also erstens ist es, wenn Reilat und ich auf der Bühne stehen, ist es nie immer das Gleiche. Also wir haben am zweiten Tag irgendwie auch mal so den einen oder anderen Gag versucht, nochmal hinzukriegen, wie der am ersten Tag war. Aber das kannst du einfach vergessen, das funktioniert nicht. Und wir sind eh immer so im Fluss und im Gespräch und im Moment, die Shows natürlich um die gleichen Bausteine sich drehten, aber eigentlich völlig andere Shows waren, weil wir einfach auf andere Gespräche führen, anders aufs Publikum reagieren. Wahrscheinlich so ähnlich wie ein Musiker, der auch jeden Abend den gleichen Song spielt. Aber irgendwie ist dann doch jedes Konzert auch wieder ein bisschen anders. Und deswegen war das eigentlich für uns ziemlich geil. Also es sind andere Leute da, Adrenalin ist ja auch wieder da, wenn du vor 300 Leuten stehst. Ich bin ja immer so ein nervöses Hemd, das heißt, ich war auch wieder nervös. Und dann hast du Bock, das wieder abzufeuern. Also ich fand es geil und ich war jetzt auch nicht geschafft so vom ersten Tag. Ich war sogar am Montag, hatte ich einen Geschäftstermin und musste da relativ früh wieder los. Da war ich auch noch so angefeuert. Also an Kraft hat es mir nicht gemangelt. Das ist natürlich gut zu hören. Es kam die Frage auf, während ich im Publikum saß, bis wohin ist das eigentlich vorproduziert oder geskriptet, was ihr da auch an Dialogen habt? Und was ist eigentlich spontan? Und mein Eindruck war, also die allergrößte Menge an Dialogen, die ihr führt, ist spontan. Aber andere Personen, die anwesend waren, sagten, nee, die sind so voll Profis, das machen die nicht. Die haben sich das vorher schon ganz gut überlegt. Es wurde festgemacht an der Aussage von Reinhardt, als er dann sagte, mein Opa ist auf der Zeche geblieben. Damit fing es, mit diesem traurigen, durchaus traurigen Ausdruck, fing es an und dann war so die Frage, ist das jetzt Absicht oder ist das passiert? Sollte das gar nicht? Und ist deine Unsicherheit im Umgang damit, ist das jetzt echt oder ist das gespielt? Kannst du so ein bisschen verraten, wie ihr da herangegangen seid? Also die Geschichte mit dem Großvater, die war wirklich spontan, da wusste ich nichts von. Und deswegen war ich auch so perplex in dem Moment, weil ich weiß nicht, du gehst ja nicht auf eine Bühne und erzählst mal gerade so als erstes und als Einstieg, dass dein Großvater unten in der Zeche geblieben ist. Da war nichts gespielt dran. Und unsere Dialoge sind auch nicht gespielt. Also, oder auch nicht einstudiert oder sind auch keine Gags vorbereitet. Wir haben natürlich diese Elemente, die wir vorbereitet haben. Klar, da weiß jeder von uns ungefähr, was kommt. Aber die Dialoge, also wir haben jetzt zum Beispiel diese Show nicht vorher einmal durchgesprochen oder so, sondern wir gehen auf die Bühne und dann entwickelt sich das. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen, manchmal, wenn ich darüber nachdenke, im Vorfeld macht mir das ein etwas unwohliges Gefühl, weil das wenig greifbar ist. Du gehst ohne, also wir haben natürlich ein paar Dinge vorbereitet, also die Experimente zum Beispiel oder diese, wir hatten so ein paar, oder viele Einspieler, die sind natürlich vorbereitet. Aber alles drumherum ist spontan. Und in dem Moment, wo wir auf die Bühne gehen, weiß ich noch nicht genau, was der zweite Satz sein wird. Und das macht natürlich so ein bisschen ein unwohliges Gefühl, weil du dich schon sehr, sehr darauf verlassen musst. Oder wir verlassen uns schon sehr darauf, dass wir im Moment dann die richtigen Eingebungen haben. Aber die Erfahrung gibt uns halt recht. Also das funktioniert halt irgendwie immer. Unser Dialog, jetzt sind wir natürlich auch ein bisschen trainiert sozusagen, weil wir machen ja seit 100 Folgen methodisch inkorrekt. Und wir reden immer irgendwie miteinander. Und irgendwie fanden wir beide das immer einigermaßen unterhaltsam. Ja, und auf der Bühne funktioniert das auch. Klar, wenn ich da so drüber nachdenke, so die Viertelstunde vor der Show, dann kriege ich ein bisschen schwitzige Hände, weil ich halt nicht weiß, ob ich heute in der Stimmung bin oder ob das irgendwie das Publikum reagiert auf uns. Aber wenn wir dann erst mal loslegen so und die ersten Lacher sitzen, dann läuft's. Und dann macht's halt auch mehr Spaß, wenn es im Fluss ist und man sich jetzt irgendwie von einem Ausgedachten zum nächsten Gag hangelt. Und der Adrenalinpegel ist natürlich ein völlig anderer, wenn du spontan sein musst. Auf jeden Fall. Aber ich mach das auch so fest an so Sachen wie das Steckernetzteil oder so. Das ist dann einfach die normale Verteilerdose mit dem Kippschalter obendrauf. Das war zum Beispiel in Hamburg beim Kongress auch schon mal Thema. Und auch, dass die Angst war, fliegen hier gleich die Sicherungen raus oder so. Da hab ich jetzt beim Zuschauen gedacht, okay, den Gag kenn ich, den hab ich schon mal woanders gesehen. Ist das, ja, ist dann die Sorge um die Sicherungen in dem Moment real oder ist das, um so ein bisschen das Publikum anzu, ja, wir machen's halt spannender, als es in dem Moment wirklich ist. Funktioniert ja. Also ist ja auch nicht schlimm, aber würde mich einfach so aus der Theaterperspektive, weil ich ja auch so ein bisschen auf Dramaturgie und mal geguckt habe, so interessieren. Also dieses Chaotische und also die Sicherungen sind diesmal tatsächlich rausgeflogen. Das hatten wir in der Probe auch schon getestet. Wir wurden dann gefragt, ob wir jemanden hinten hinstellen wollen, der die Sicherung dann immer wieder reindreht. Und da war dann schon die Entscheidung, nee, nee, das machen wir auch schön selber. Das passt zu unserem Image, dass die Sicherung rausfliegt und einer muss hinter die Bühne und die wieder reindrehen. Ja, weiß ich nicht. Ja, klar, also so ein bisschen pflegen. Klar, wir könnten jetzt auch den Auftritt irgendwie knallhart durchchoreografieren und darauf achten, dass Dinge immer zu 100 Prozent funktionieren und nur Experimente nehmen, die sicher sind und die wir irgendwie schon tausendmal gemacht haben und die nie schieflaufen. Aber das wollen wir halt auch irgendwie nicht. Wir sind schon so die Chaoten, die halt auch irgendwie so dann auf der Bühne mal das Kabel falsch rum reinstecken oder wo die Sicherung rausfliegt oder wo man halt nicht so genau weiß, wohin diese Stickstoffrakete fliegt. Man muss wahrscheinlich ein bisschen auch, ja. Ihr geht ins Risiko und es ist halt die Frage, ist das ein kalkuliertes Risiko oder ist es tatsächlich so, wir wissen jetzt genau auch nicht, was in den nächsten fünf Minuten passiert. Kann sein, dass wir alle im Dunkeln sitzen und zwar wissen wir es wirklich nicht. Es ist nicht nur so gesagt, sondern das ist keine Ahnung wo. Also bei dieser Sicherung wussten wir natürlich, dass die Sicherung, also das war nochmal ein eigener Stromkreis, der da rausfliegt. Wir wussten jetzt, dass dann nicht das Mischpult ausgeht oder das Licht auf der Bühne ausgeht. Aber ja, also der Stromkreis, an dem diese Glühgurke hing, das war kalkuliert, dass da eben die Sicherung rausfliegt. Bei so einer Rakete, die du starten lässt auf der Bühne, ist es halt auch immer so, du kannst jetzt nicht zu 100 Prozent sagen, wo fliegt die hin. Also ja, so ein bisschen Nervenkitzel wollen wir da schon haben. Nur natürlich, ich meine in dem Moment, wo da natürlich Publikum vor dir sitzt, wirst du jetzt keine Experimente durchführen, wo Menschen wirklich, wo jetzt massiv was daneben gehen könnte. Also, dass wir beide uns verletzen, okay, das kann passieren. Aber Publikum, würde ich sagen, ist selbst in der ersten Reihe, aber mit Sicherheit in der zweiten, dritten Reihe sicher. Habt ihr euch schon mal verletzt auf der Bühne bei irgendwas? Auf der Bühne, also abgesehen davon, dass man schon mal so leichte Verbrennungen mit dem flüssigen Stickstoff hat und sich das ja nicht anmerken lässt. Abgesehen von Starkstromstößen, die sich Reinhardt gerne selbst und freiwillig zufügt auf Bühnen. Abgesehen von, weiß ich nicht, kleinen Verbrennungen oder so, wüsste ich jetzt nicht, dass mir irgendwas einfällt. Ich habe mal irgendwann geblutet, aber ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Aber das war auch nur so klein. Und ich muss es überspielen, weil es mir peinlich war. Aber ich habe es vergessen, warum. Entweder bin ich so traumatisiert. Also, wirklich nur minimal. Also, könnte ich jetzt nicht mich daran erinnern. Aber, so hinter den Kulissen sind auch schon mal Experimente daneben gegangen. Ich möchte nicht so gerne darüber reden, welche und warum und wann. Aber gar nicht vor allzu langer Zeit ist ein Experiment auch schon mal, hatten wir ein bisschen Glück, sagen wir mal so. Aber da lernt man dann auch wieder draus. Also, dann merkst du natürlich, okay, vielleicht sind wir da jetzt doch ein Stück zu weit gegangen und wir sollten ein bisschen einen Gang nochmal zurücknehmen. Aber im Grunde genommen, bevor ich jetzt hier den falschen Eindruck mache, ist es natürlich schon so, dass wir das Risiko kalkulieren und im Zweifelsfall dann eher so ein Experiment mal nicht machen. Aber hier so, nur um Beispiel zu nennen, einer unserer jetzigen Klassiker-Experimente oder Show-Acts ist ja dieses flüssigen Stickstoff in eine PET-Flasche füllen und die zuschrauben. Das ist prinzipiell eine scheiße Idee, weil der flüssige Stickstoff dann eben gasförmig, der erwärmt sich, wird gasförmig, breitet sich aus, da baut sich einen ungeheuren Druck auf und dann zerreißt die PET-Flasche und die explodiert halt. Das ist eine blöde Idee, da in der Nähe zu stehen. Was man machen kann ist, und was wir dann auch tun, ist da eben so Bälle aus dem Bällebad draufschmeißen oder kann man auch mit Ping-Pong-Bällen machen oder Styroporkugeln. Und die Flasche selbst ist in einem Bottich, damit die auch jetzt nicht so nach rechts und links rausfliegen kann. Das heißt, man wirft die da rein, packt die Bälle drauf und dann explodiert die irgendwann. Das ist natürlich erstmal nicht so, wenn du das zum ersten Mal machst, bist du ja natürlich nicht so sicher, welche Flasche nimmst du, wie dick, wann dicht darf die sein und wie lange dauert das eigentlich genau, bis die explodiert. Und da hast du natürlich schon ein bisschen Schiss, wenn du das Experiment zum ersten Mal machst. Das haben wir dann auf so einem Feld weit weg von anderen Menschen im brandenburgischen Hinterland gemacht, im Rahmen des Chaos-Camps. Ja, da hätten wir schon, ja, da begibst du dich dann schon mal in so Bereiche, wo etwas unkalkulierbarer wird. Aber unkalkulierbarer, mal gut, da fliegt dir so eine explodierte Plastikflasche um die Ohren, das erlebst du auch. Aber gut, da kann man sich schon mal verletzen. Aber das haben wir ein paar Mal ausprobiert, um das jetzt mal zu, wir haben dann eine gewisse Statistik gemacht. Wir wissen jetzt mittlerweile, welche Flaschen sehr, sehr gut gehen und da ist das Risiko jetzt wirklich kalkulierbar. Also das haben wir jetzt viele, viele Dutzende Male gemacht und das ist immer gut gegangen. Aber beim ersten Mal hatten wir natürlich schon ein bisschen Schiss. Und wenn ihr die Flasche, wo man die umdreht und die dann nach oben wegzischt, am Tag zwei, ist die da auch so schön zwischen die Körbe oder habt ihr was getroffen beim zweiten Mal? Das hat mich noch interessiert. Da war ich einmal kurz ganz glücklich, rechts am Rand zu sitzen. Ja, das ist zum Beispiel so ein Experiment, wenn die Flasche in die falsche Richtung fliegen würde oder sagen wir mal jetzt, du würdest die aus Versehen loslassen, bevor die losfliegt und zündet und dann fliegt die aufs Publikum zu. Das darf nicht passieren, das ist schon richtig. Das macht der eh Reinhardt und der hat den richtigen Griff da dafür, glaube ich. Das sieht immer so aus, als ob. Der hat es schon oft gemacht, ja. Jetzt hast du gerade die Glühgurke erwähnt, die ich am ersten Abend gar nicht gesehen habe. Entweder bin ich zwischendurch eingenickt, was ich mir nicht vorstellen kann. Das will ich hoffen, ja. Nein, nein, ich bin ja beim Podstock, als Lars seinen Astronomie-Vortrag gehalten hat, bin ich ja einen Meter neben ihm sitzend eingeschlafen. Das war mir etwas peinlich. Das war aber auch schon sehr, sehr spät. Inwieweit hat sich das Programm denn bei der 100a und der 100b gedeckt oder habt ihr Unterschiede gemacht und mit Absicht Unterschiede gemacht? Du hast übrigens gerade recht, ich stelle gerade fest, die Sicherung ist nicht bei der Glühgurke rausgeflogen, sondern beim Gauss-Katapult. Dieses Gauss-Katapult, also dieser Ring, der runtergekühlt war, der hochgesprungen ist im Magnetfeld. Aber die Glühgurke hatten wir tatsächlich nur am zweiten Tag, weil wir haben das Programm tatsächlich so ein bisschen angepasst. Am ersten Tag hatten wir ja Star-Gäste quasi in der Sendung mit Tim und Linus. Und da mussten wir am zweiten Tag ein bisschen das Programm anpassen, weil wir natürlich kürzer waren, einfach weil Tim und Linus nicht dabei waren. Und da hatten wir so zwei, drei Elemente, die eben am ersten Tag nicht dabei waren. Also unter anderem Glühgurke, aber... Ja, aus der Zeitperspektive heraus, ja. Ja, Zeitperspektive, aber auch, du wolltest natürlich, man will natürlich auch sagen, okay, jetzt, wenn so Star-Gäste nicht da sind, dann fehlt ja irgendwie so ein bisschen was am zweiten Tag. Dann wollten wir da so einen gewissen Ausgleich auch schaffen. Natürlich kannst du eigentlich, Tim und Linus kannst du natürlich nicht ersetzen, dadurch, dass du irgendwie ein anderes Experiment noch machst. Oder wir haben uns noch ein bisschen was anderes einfallen lassen, aber das soll das Geheimnis der Folge 2 bleiben, der Leute, die da waren. Vollständig ersetzen kannst du die nicht, aber wir hatten schon irgendwie so... Wir wollten zumindest versuchen, irgendwie noch was draufzupacken sozusagen am zweiten Tag. Ging der zweite denn auch so lang, der zweite Abend? Ich meine, wir sind ja, glaube ich, bis Mitternacht da gesessen am ersten Abend. War der zweite auch so lang? Also wir haben schon mal am... Am zweiten Tag haben wir schon mal eine Stunde früher angefangen. Wir hatten ja auch Vorprogramm, also sowohl vor Bühnenprogramm als auch vor, wie sagt man, also so Nachmittagsprogramm mit alten Bergleuten, die so ein bisschen übers Gelände geführt haben. Wir haben aber am zweiten Tag haben wir schon eine Stunde früher angefangen. Dadurch ging es schon nicht so lang und wir haben tatsächlich dann auch ein bisschen gelernt aus dem ersten Tag. Ich glaube, wir haben am ersten Tag die Pausen zwischen den Acts etwas lang gemacht. Das haben wir ein bisschen abgekürzt beim zweiten Tag. Also da waren die Pausen insgesamt etwas kürzer nach Vorprogramm. Und ich weiß gar nicht, hatten wir überhaupt am zweiten Tag, hatten wir, glaube ich, gar keine Pause in unserem... Ich weiß es gar nicht mehr. Guck, lief wie in so einem Film ab. Doch, ich glaube, wir hatten doch eine Pause, aber die hatten wir auch im Programm etwas kürzer gemacht. Aber wo du gerade das Wort Film erwähnst, im Chat wird gerade schon gefragt, ob es Aufzeichnungen von den Shows geben wird bei YouTube oder wo auch immer. Ja, 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 aber wird gerade noch zusammengeschnitten und die Jungs und Mädels vom VOG unterstützen uns da mit dem Zusammenschneiden. Da muss ja viel zusammengebracht werden, Ton, Bild und die Folien, die wir auf der Leinwand hatten. Und das Ganze wird jetzt gerade zusammengebracht, dankenswerterweise von denen. Das heißt, es kommt höchst professionell dann, wenn es erstmal da ist. Aber ich kann jetzt leider nicht genau sagen, wann es kommt. Ich will da auch, ähm, will da jetzt auch nicht hetzen. Aber es kommt, ja. Wir werden es veröffentlichen. Gab es am zweiten Abend diesen lustigen, eigensinnigen Beamer auch noch oder hattet ihr den da im Griff? Den hatten wir im Griff. Also am ersten Tag wurde der Beamer immer blau, also das Bild war weg und wir hatten so ein Blue Screen und der Ton war dummerweise dann auch kurz weg. Also insbesondere ärgerlich, wenn man gerade Videos, also Musikvideos hat laufen lassen. Aber das war am zweiten Tag nicht mehr, das haben wir in den Griff gekriegt. Was war denn der Grund? Kannst du das sagen? Ich weiß nicht, irgendeinen Adapter, der nicht so wollte wie wir, irgendeinen Adapter mit Intelligenz. Und am zweiten hatten wir einen relativ stupiden Stecker, der Notebook mit Beamer verbunden hat und ein ganz normales Line-Out, was da lag. Und damit lief die Show durch. Ich weiß nicht genau warum, aber ich war jetzt auch nicht unglücklich, dass es lief. Also das Publikum hat es am ersten Tag sehr mit Humor genommen, da war ich sehr, sehr dankbar. Wir haben auch irgendwie versucht, drüber zu spielen. Aber ich war auch jetzt nicht unglücklich, dass es am zweiten Tag, dass wir diese technischen Zickigkeiten nicht hatten. Allein deswegen war die Show wahrscheinlich eine Stunde kürzer. Sehr witzig. Wenn man Fotos sieht, so auf Twitter, dann muss ich mal genau gucken, welches T-Shirt du einhast, damit ich weiß, ob das jetzt am Tag A oder am Tag B gewesen ist. Daran kann ich das sehr gut erkennen. Nicht so sehr an der Bühne-Deko, die ja stehen geblieben ist, wie du das ja gerade schon beschrieben hast. Also eben den Komfort benutzen, die Sachen einfach stehen lassen zu können, inklusive aller Sicherheitshandschuhe, die ihr da, ja. Das war ja nur so eine Jacke irgendwie. Das war auch so eine Frage, ob das jetzt, ob das gescriptet wäre oder nicht, dass ihr euch so mit so Behelfsmaterialien da sozusagen abgebt. Ob das ein bisschen Stil ist oder ist das ein Stilmittel oder ist es einfach der Situation geschuldet? Beides ein bisschen. Tatsächlich bei den Handschuhen war es jetzt wirklich so, dass wir, also eigentlich, also wir haben auf dem Weg zu der Halle, haben wir gemerkt, dass wir die Handschuhe vergessen haben. Und da haben wir dann halt im Auto gesagt, ach, dann nehmen wir irgendeinen Lappen. Und ich hatte keinen irgendeinen Lappen, deswegen war es mein Hoodie. Und klar, dann baust du das natürlich auch ins Programm ein. Natürlich wollen wir, ja, methodisch inkorrekt, es will halt gerade nicht sein wie die von mir überaus geschätzte Knopf-Hoff-Show. Oh, aber die Knopf-Hoff-Show war, also für Leute, die nicht so alt sind wie du, Martin, und ich, war halt irgendwo in den, was meinst du, 80ern oder so, war so eine Wissenschaftsunterhaltungsshow auf dem ZDF mit Ramona Leis und Joachim Bublatt. Genau. Und da hat vielleicht auch die manche Entdeckung dadurch zustande kommt, dass man dumme Fehler macht oder nicht so richtig nachgedacht hat. Und das, finde ich, gehört ein bisschen dazu. Aber klar, es ist mittlerweile natürlich auch ein bisschen Image und macht natürlich die Planung von solchen Shows auch etwas einfacher, dass man sich jetzt etwas hemdsärmlich da hinstellen kann und diese Experimente da abfeuern kann. Ich sehe da übrigens eine Parallele zwischen der Knopf-Hoff-Show und methodisch inkorrekt Show. Die Knopf-Hoff-Show hatte eine Dixieland-Kapelle, die immer so diese, so zwischendurch so Einspieler gemacht hat. Und immer, wenn sie Freiwillige brauchten für Experimente, die nicht ganz so angenehm waren, dann musste immer einer aus der Dixieland-Kapelle kommen. Ich muss jetzt automatisch an Rainer denken, der bei dir die Dixieland-Kapelle übernimmt, sozusagen. Und genauso wie bei uns, habe ich bei der Knopf-Hoff-Show immer gedacht, hoffentlich ist die Musik bald vorbei. Aber da ist vielleicht mein persönlicher Geschmack. Ja, also ich mochte das wohl ganz gut, ganz gerne hören, das Ganze. War ja auch kurz bei denen, ja. Wenn du ein Fazit siehst, methodisch inkorrekt 100. Ach ja, Moment, ich muss nochmal eben fragen. Am zweiten Tag habe ich jetzt wahrgenommen, war als Stargast oder als, wie nennt man das denn, als Buy-Gruppe oder so, der Beatle-Bamm da, hat der einen Vortrag gehalten und wer noch? Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Und der Johannes von, also auch Science-Slammer, Johannes von, jetzt hast du mich erwischt. Ja, okay, den habt ihr schon mal in der Sendung genannt, den Namen. Da hat Rainer erzählt, dass er mit ihm auf der Bühne gestanden habe, glaube ich. Von Borstel, jetzt habe ich es. Johannes von Borstel, den wir standesgemäß natürlich im Schlosshotel, von, nicht Härten, sondern Westerholt, im Schlosshotel Westerholt untergebracht hatten. Ja, wenn man schon von heißt, ist klar. Ja, genau. Ja, beides Science-Slammer, beides Science-Slammer, gegen die Rainer schon angetreten war. Ich glaube, ich bin gegen keinen von beiden angetreten. Aber diese Science-Slam-Community ist uns ja irgendwie sehr, also in der haben wir uns auch lange bewegt, viele Science-Slams gemacht und sicherlich ist diese Science-Slam-Community auch ein Grund dafür, warum wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, Wissenschaft auf die Bühne zu bringen. Deswegen war das auch ein Teil der Methodisch-Inkorrekt-Geschichte quasi und deswegen wollten wir, ja, war das so unsere Idee, auch Science-Slammer als Special Guest zu haben quasi. Okay, und die haben dann auch so, so wie das Lehrerkind, der hat ja einen genialen Stand-Up oder wie auch immer man das nennen mag. Bastian Bielendorfer, ja, der ist natürlich großartig. Der hat mich wirklich, also als er auf der Bühne stand, habe ich erst gedacht, den kenne ich nicht, was will der denn da? Ja, lass mir Tim da, lass mir Linus da, irgend so und dann hat er angefangen und es wurde immer besser und immer besser und immer besser und der hat mich hinterher so vom Stuhl gerissen, also war richtig, richtig klasse. Gut, er hat natürlich auch genau meine Geschichte erzählt, Bundesjugendspiele immer der Letzte und so weiter. Ja, Bastian kommt auch aus Gelsenkirchen und erzählt halt auch quasi, der hat ja ein längeres Bühnenprogramm, ein Comedyprogramm und erzählt halt immer, wie er hier zur Schule gegangen ist, ich kenne die Schule, auf die er gegangen ist, ich kenne zum Teil die Lehrer, von denen er erzählt und ich kenne die, wenn er vom Bahnhof erzählt oder von, ja, von Gelsenkirchen, von Orten. Von daher ist mir das natürlich nochmal doppelt und dreifach nah und er hat ja mit Reinhardt diese ZDF-Produktion, die Zerleger gemacht. Das heißt, auch da war nochmal ein, quasi ein Bezug zu methodisch inkorrekt von Mansovill. Genau, das hat er erwähnt, auch mit dem Zerleger, da habe ich dann auch das Gesicht erinnert, aber irgendwie wirkte er in dem Film ganz anders und von daher habe ich eher so mit negativen, so nee, bitte jetzt nicht irgendwie so und wir hauen jetzt hier eine Waschmaschine kaputt, Humor und dann kam was ganz anderes und das war einfach grandios, also ganz toll der Typ, hat mir wirklich gut gefallen. Kann ich auch wirklich, ja, das muss ich nochmal sagen, also wenn der mal bei euch in der Nähe ist und ihr steht so ein bisschen auf diesen Ruhrpott-Humor, unbedingt hingehen. Ich war mit meiner Mutter vor, ich weiß nicht, einem halben Jahr bei dem in diesem Comedy-Programm und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch nie so bei einem Comedy-Programm gelacht, also wirklich zwei Stunden lang war für mich wirklich ein Highlight ans Nächste. Also der Typ ist wirklich auf der Bühne eine Granate, also kann ich extrem empfehlen. Wo du gerade von deiner Erfahrung im Gelsenkirchen, wo du zur Schule gegangen bist und so weiter gesprochen hast, baust du quasi eine Brücke dahin, wo ich heute ganz gerne so ein bisschen auch hin möchte, nämlich auf die Person Nikolas. Wenn wir uns mal deinen Sohn vorstellen, der ja jetzt auch zum wiederholten Mal da im Zuschauerraum gesessen hat und seinen Papa auf der Bühne hat angeguckt. Wenn du dich mal zurückerinnerst, als du so alt warst, müsstest du um die neun Jahre sein, wie dein Sohn heute ist, wie sah der Nikolas Wörl damals aus, beziehungsweise was hatte der für Ideen, wie hat er auf die Welt geguckt, was warst du für ein Kind? Oh Gott. Tja, Martin, das ist eine Frage. Mit neun Jahren. Ich habe Sport gemacht, relativ, also ich war im Leichtathletikverein und mein größter Traum war, zu den Olympischen Spielen zu fahren. Ich spoiler vielleicht mal, das hat nicht geklappt, nicht mal knapp. Ja, ich war, also meine Eltern sind immer überrascht, dass ich mich jetzt freiwillig auf Bühnen stelle. Ich war, glaube ich, eher, also schüchtern weiß ich nicht, ob man sagen würde, ich war ein schüchternes Kind, aber ich wäre, wäre jetzt nicht so, ich war jetzt nicht so eine Rampensau, also ich musste jetzt nicht so immer im Mittelpunkt stehen. Ich war immer eher so ein bisschen ruhiger, wenn ich mich in einem Kreis sicher gefühlt habe, dann bin ich sicherlich auch ein bisschen aus mir rausgegangen, aber im Prinzip war ich ein verhältnismäßig unauffälliges Kind. Beim Leichtathletik, was hast du da gemacht, Zehnkampf? Ja, als Neunjähriger machst du noch keinen Zehnkampf, aber du kriegst normalerweise im Leichtathletik-Verein eine relativ umfassende Ausbildung, körperliche Ausbildung, das heißt, du machst auch viele Mehrkämpfe, ja, aber in dem Alter ist es dann ein Dreikampf oder ein Fünfkampf später, Siebenkampf, ich glaube, Zehnkampf habe ich nie gemacht, ich glaube, das Höchste war ein Siebenkampf und dann bin ich irgendwann, ja, habe ich das Interesse ein bisschen an der Leichtathletik verloren. Und hast du dann andere Sportarten gemacht, Mannschaftssportarten oder gar keinen Sport mehr? Ich habe dann erst mal relativ lange keine Sportarten mehr gemacht, da kamen andere Dinge in mein Leben, also die Musik kam dann irgendwann, dann wurden die Träume in die Richtung gelenkt, also da wollten wir irgendwie viele, viele Jahre Musik machen, haben wir auch gemacht, also in verschiedenen Bands, auf verschiedenen Bühnen hier in Jugendheimen, aber da ist der Sport dann so ein bisschen zurückgedrängt worden und dann erst irgendwie schon spät im Studium habe ich gemerkt, dass ich eigentlich mal wieder was für mich machen müsste und habe dann wieder angefangen zu laufen und dann verschiedene Sportarten zu machen, aber ja, für einige Jahre habe ich das so ein bisschen aus den Augen verloren. Hast du irgendwelche so Hobbys gehabt wie Fotografieren oder naturwissenschaftliche AG, Spächerlinge fangen oder irgend sowas als Kind? Du meinst, wo mein Weg als Naturwissenschaftler vorgeprägt gewesen wäre? Hobbys würde ich das jetzt nicht nennen, Ich war natürlich schon immer interessiert, habe viel gelesen zu den Themen, also mein Vater ist Physiker, Geophysiker und der hat mir die Faszination dann so ein bisschen für die Naturwissenschaften natürlich mitgegeben. Das heißt, wir hatten immer so Zeitschriften natürlich im Hause liegen, Bild der Wissenschaft oder Spektrum, die ich dann auch schon versucht habe zu lesen. Ja, Bücher würde ich jetzt nicht als mein Hobby bezeichnen, aber diese Faszination für Naturwissenschaften war immer da. Also ich hatte gleich diese, als Kind hast du diese Experimentierkästen, Chemie-Experimentierkästen und so, die hatten Kosmos, die hatte ich natürlich praktisch immer zu Hause zur Verfügung. Hast du denn dann auch schon verstanden, was da genau vorgeht? Ich kann mich erinnern, ich hatte auch so einen Chemie-Baukasten und da habe ich immer ungefähr ein oder zwei Experimente gemacht, wo es irgendwie ein bisschen wild zu ging, wo es gezischt hat, geknallt hat oder irgendwie Farben, aber was genau da passiert ist, das habe ich eigentlich nie verstanden. Ich fand es immer nur vom Effekt her interessant. Ja gut, da ist dann natürlich wieder ein bisschen vorteilhaft, wenn dein Vater hast, der Physiker oder Naturwissenschaftler ist, weil der versucht dann natürlich auch so ein bisschen noch zusätzlich Inhalt reinzubringen beziehungsweise schaut dir mal über die Schulter und guckt dann, ob du da nicht sinnlos irgendwelche Chemikalien zusammenkippst und guckst, welche Farbe rauskommt oder bezischt und pufft, sondern der hat sich mit mir dann auch darüber unterhalten und ich würde schon sagen, dass ich da auch was rausgezogen habe. Aber auf der anderen Seite war das jetzt auch nicht irgendwie ein verkopftes Lernen oder so. Ich meine, den Reiz, den ich in der Naturwissenschaft sehe oder in der Physik oder bei mir jetzt im Speziellen in der Experimentalphysik, ist ja gerade, dass man experimentiert und auch mal Dinge ausprobiert, von denen man nicht so genau weiß, was da rauskommt. Wenn der Reinhardt von seiner Jugend erzählt, dann ist das eher so, dass die traurige Kindheit, also der kleine dicke Junge, der mehr oder weniger immer so ein bisschen liegen gelassen wurde. Wenn du aber jetzt sagst, du hast viel Sport gemacht und so weiter, dann klingt das so, als wärst du eher bei den coolen Kids so gewesen. Kann man das so sagen oder warst du eher ein schüchterner Sportler und hast dann dich doch nicht zu den coolen gestellt? Also wir hatten in unserer Schulzeit, gab es schon ziemliche Gruppierungen, sage ich jetzt mal. Also da gab es halt die, also worüber sprechen wir jetzt Ende, Mitte bis Ende der 80er, da gab es halt die Popper in der Klasse, da gab es die Metaller, die eher die härtere Musik gehört haben, da gab es die Punker und ja, ich war jetzt, gut, wir haben ja so die, wir haben eine selbst harte Musik gemacht, Metal gemacht. Von daher war ich jetzt schon einer Gruppe zugeordnet. Ich glaube, ich war jetzt, ich würde mich nicht unbedingt als cooles Kind bezeichnen, das war ich mit Sicherheit nicht. Ich war eher so ein Clown, so ein Klassenclown. Ich war immer klein, also lange, lange, lange klein. Ich bin viel zu spät gewachsen. Das heißt, ich war halt auch so für Mädchen so das absolut uninteressanteste Kind in der Klasse, weil ich halt klein, dünn, schmächtig und irgendwie halt so, dann lässt du dir so als halbstarker noch Haare wachsen. Das ist einfach nicht das, wo du bei dem Mädchen gut ankommst. Also man kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, ich war auch so eher so ein, wie hast du gerade gesagt, Herr Reinhardt war ein liegen gelassenes Kind. Wahrscheinlich war ich ja auch theoretisch eher liegen gelassen. Aber ich habe da nicht drunter gelitten, weil wir in unserer, also wir hatten einen relativ starken Freundeskreis und mit dem waren wir ganz glücklich, mit unseren Träumen und unseren Wünschen. Von daher, ich hatte eine ganz fantastische Kindheit. Ja, in Gelsenkirchen. Ich habe nur schöne Erinnerungen eigentlich. Also natürlich, abgesehen von wenigen Momenten, wo man halt so sich selber findet und vielleicht von anderen nicht wahrgenommen wird, so wie man selber gerne schon wahrgenommen werden würde. Aber das hat wahrscheinlich auch alles Sinn gemacht. Also, dass man auch durch so eine Zeit gegangen ist. Wo kam denn das mit der Musik her? Hast du sofort mit Schlagzeug angefangen oder gab es dann noch eine Vorstufe? Wie auf fast jede Frage in meinem Leben, muss ich sagen, mein Vater war Schlagzeuger. Also neben der Tanser, dass mein Vater Physiker war, war er auch Schlagzeuger. Und ich weiß gar nicht, tatsächlich habe ich ihn, glaube ich, nie spielen sehen. Aber das muss irgendwie in meinem Blut gelegen haben. Ich weiß gar nicht, wir haben angefangen, Musik zu hören. Und dann schwärmten wir halt für diverse Bands. Und da war irgendwie relativ schnell klar, wir wollen auch Musik machen. Und da war immer schon klar, dass ich Schlagzeug machen will. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so ein bisschen, beim Fußball wollte ich auch immer im Tor stehen. Ich mag so Positionen, wo du, wo wirklich Druck auf dir ist. Also beim Schlagzeug könnte man so sagen, okay, der sitzt hinten und keiner sieht den so richtig. Also der kann sich auch so ein bisschen verstecken. Aber tatsächlich ist es so, beim Rhythmus, der Gitarrist, der kann auch mal zwei, drei Akkorde auslassen und locker ins Publikum winken, wenn er nicht mehr weiß, wo er ist. Und das nimmt dem keiner übel, das kriegt im Zweifelsfall nicht mal einer mit, dass er gerade nicht weiß, wo er ist. Beim Schlagzeuger, wenn du da den Einsatz verpasst oder weiterspielst, nachdem eigentlich das Lied zu Ende ist oder den falschen Rhythmus spielst oder dich verhaspelst, das merkt jeder. Und ich mag einfach Rollen, wo drauf ankommt. Als Torwart kannst du dir auch keinen Fehler erlauben. Ich war nie Torwart, zumindest nie guter Torwart, bevor jetzt diese Frage kommt. Aber ich mag Personen, die viel Verantwortung übernehmen und auch Fehler machen, aber dafür dann einstehen. Ja, ich mag Verantwortung übernehmen. Und deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob ich deswegen Schlagzeuger geworden bin. Aber das zieht sich schon so ein bisschen durch mein Leben. Ja, das kann man, also als Erklärungsansatz wunderbar, kann man natürlich sehr schön so verstehen. Es gibt ja diesen geflügelten Spruch, das Leben wird nach vorne gelebt und nach hinten verstanden. Also man guckt in die Vergangenheit und plötzlich hat man den Eindruck, ach, das ist gar nicht durch Zufall, sondern das hat doch eine gewisse Systematik, warum das eine ins andere greift und so weiter. Und das würde dem jetzt entsprechen, dass du sagst, ja, das ist auch eine Position, die mit meinem sonstigen Verständnis von mir durchaus in Einklang steht. Oh Gott, wir schauen jetzt schon auf mein Leben zurück, Martin. Ist es schon so weit? Nein. Ist das jetzt schon so? Es gibt Leute, die schreiben mit 18 ihre Biografie, also bitte. Ja, okay. Das können wir jetzt, wir machen ja nur eine kleine, also ich möchte einfach mal, weißt du, ich möchte den Star entzaubern, ich möchte ihn auf den Boden runterholen und möchte, dass er ein Mensch wird. Das ist mir immer wahnsinnig unangenehm, wenn du sowas sagst. Mir ist das schon unangenehm, wenn du das mit dem Doktortitel sagst, weil der Doktortitel hat für mich auch überhaupt keine Bedeutung. Also abgesehen davon, dass er mir gewisse Türen, also an der Universität geöffnet hat, aber an der Universität spielt der Doktortitel keine Rolle mehr. Also es ist ja nicht so, dass ich da irgendwie mit Herr Doktor angesprochen werden würde. Also eigentlich spielt er in meinem Leben überhaupt keine Rolle mehr, seit ich meinen Beruf gefunden habe sozusagen oder seit ich diesen Titel verteidigt habe. Und mir ist das eher peinlich, wenn der erwähnt wird, so wie jetzt von dir. Genau, es ist mir wahnsinnig peinlich, wenn du dieses alberne Star-Dingen erzählst, weil ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Würden wir jetzt alle an einem Tisch sitzen, dann würde ich jetzt Ulrike tief in die Augen gucken und wir würden uns zunicken und wir wüssten beide, dass wir jetzt natürlich spielen mit den Begriffen und so weiter. Genauso wie sie das am Eingang gemacht hat mit dem, das kann ja nur langweilig werden, wenn einer alleine ins Mikrofon spricht. Also es ist so ein bisschen Spielen mit Aussagen. Ich sehe in dir nicht den unnahbaren Rockstar, aber ich sehe schon Rockstar. Ja, vor allem sehe ich mich so nicht. Vor allem sehe ich mich so nicht. Und deswegen, wenn ich da sowas unkommentiert lassen würde, hätte ich das Gefühl, Leute glauben würden, dass wir uns so sehen. Und Reinhard und ich, wir freuen uns natürlich, dass unser Podcast gehört wird und wir freuen uns auch, wenn Leute zu dieser Show kommen. Aber wir sind ganz, ganz weit davon entfernt, uns irgendwie da als irgendwas Besonderes zu sehen. Also dafür sind wir zu bescheiden und wissen genau, dass die Tatsache, dass da Leute sich diese Dönekister angucken, das kann auch ganz schnell wieder vorbei sein. Also wir freuen uns, wir freuen, dass der Podcast gehört wird. Das macht natürlich Spaß. Wir freuen uns auch, dass Leute beispielsweise zu Hörertreffen kommen und uns dann erzählen, dass dieser Podcast denen etwas bedeutet. Zum Teil halt auch weit über das reine, wir hören alle drei oder alle zwei Wochen mal drei Stunden von euch Podcast. Das geht mir schon sehr, sehr nah. Das finde ich auch super. Aber Stars sind natürlich jetzt ganz andere Hausnummern. Deswegen, ich wollte das jetzt einmal widersprechen. Jetzt kannst du deine Scherze noch machen, ist auch okay. Aber ich wollte nur einmal sagen, dass mir das unangenehm ist. Okay, also ein bisschen, du hast ja, du stellst ja, ich finde, du stellst eine sehr interessante Mischung da. Auf der einen Seite sagst du gerade, als Kind habe ich Leichtathletik gemacht und wollte zu Olympia. Das ist ja erstmal schon mal eine Hausnummer. Andere denken, vielleicht kann ich ja beim Stadtwettbewerb oder beim Landeswettbewerb vielleicht was reißen. Dein Ziel war mal gleich Olympia. Du bist mit der Musik und mit der Kapelle, hätte ich beinahe gesagt, mit der Band auf die Bühne gegangen und hast gesagt, ja, wir wollen da irgendwie dann auch nach Möglichkeit Rockstars, also wir wollen irgendwie so auch eine Form von Karriere machen. Der Gedanke an, wenn ich was mache, dann ziehe ich es auch mal richtig durch, der ist ja schon mal da. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist hier ein Physiker, der in der Öffentlichkeit steht und für die Öffentlichkeit irgendwas macht, dann unterstelle ich dir jetzt mal, du willst das auch dann eben durchziehen. Im Sinne von, das soll auch irgendwie Hand und Fuß haben und nicht einfach nur so eine, ach wir probieren es mal aus und wir wissen nicht so ganz genau, sondern du hast einen unheimlichen Zug nach vorne. Also ich beobachte das seit längerem und ich denke manchmal, mein Gott, wo wollen die da eigentlich noch hin? Und es geht aber immer so weiter, also dieser Zug, der ist noch immer da und das finde ich so faszinierend. Wobei du eben genau, wie du sagst, das gilt genauso für Reinhard, so nahbar bleibst, also ein Typ wie jeder andere irgendwie. Vielleicht arbeite ich jetzt gerade in meinem Kopf mit total vielen Klischees und führe mich da gerade selber so ein bisschen ad absurdum, aber ich versuche ein Gefühl auszudrucken. Vielleicht hast du es ja verstehen können, was ich sagte. Also als erstes, da ist mir das nie aufgefallen, dass das irgendwas Besonderes sein sollte oder sein kann. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, wenn man irgendwie was anfängt, dann will man das auch gut machen oder im Zweifelsfall sogar, also gut werden oder sogar irgendwie zur Perfektion treiben. Ich bin eigentlich kein Perfektionist, würde ich sagen, aber ich will Dinge schon gut machen. Und eigentlich würde ich mir wünschen, dass Kinder auch so großgezogen werden, dass sie genau das tun, so nach den Sternen greifen. Wenn du Kinder sagst, oder wenn ein Kind sagt, ich finde Leichtathletik gut, sagen wir mal, dann soll ein Kind doch träumen und soll doch sagen, okay, dann will ich auch der Beste sein. Nicht jetzt übertrieben verbissen und andere mit einer Eisenstange auf die Kniescheibe hauen, dafür, dass du der Beste bist, aber halt danach streben, besser zu werden in dem, was deine Leidenschaft ist. Also gut zu werden, gut zu sein, gut zu bleiben ist sicherlich schon eine Sache, die ich in meinem Leben verfolge. Und was ich mir wünschen würde eigentlich auch, wenn man jetzt Kinder großzieht und man denen genau diese Kraft zu träumen und Ziele zu sehen und Ziele zu erreichen und zwar auch schwer zu erreichende Ziele, fände ich schon super, wenn er denen sozusagen den Mut gibt, solche Träume zu formulieren. Auch wenn man sie dann nachher vielleicht nicht erreicht, aber dafür dann auf dem Weg irgendwas anderes erreicht. Und das andere ist, jetzt so diese Naturwissenschaft, die ich mache, also beruflich mache, ist ja auch immer so ein bisschen an die Grenze gehen, weil du jetzt gerade gesagt hast, wir haben so einen gewissen Drang, so methodisch inkorrekt noch zu gucken, wo kann das hingehen, wo führt uns das noch hin. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ich halt nie verloren habe. Ich will halt schon gucken, wo kann sich sowas hin entwickeln. Also jetzt haben wir drei Jahre methodisch inkorrekt gemacht, 100 Folgen. Also ist uns jetzt noch überhaupt nicht langweilig geworden. Also wir werden jetzt auch den Podcast noch lange, lange, lange weitermachen, weil es einfach unheimlich Spaß macht, zu zweit zu sitzen und über Wissenschaft zu reden. Aber ist es natürlich schon so, dass du dir die Frage stellst, was kann man denn damit eigentlich noch machen? Also kann man irgendwie, kann man noch eine andere Tür aufstoßen? Kann man irgendwo anders noch Menschen erreichen? Kann man mehr Menschen erreichen? Kann man anders Menschen erreichen, intensiver? Können wir uns nochmal aus der Komfortzone rausbewegen? Ich meine, wenn wir uns jetzt hier hinsetzen und drei Stunden methodisch inkorrekt aufnehmen, das ist jetzt nicht, das macht mir unheimlich Spaß, aber ist jetzt nicht aufregend für mich. Frage ist, kann man nochmal eine andere Tür aufstoßen und kann man nochmal irgendwo hinlaufen, wo man nicht mehr hundertprozentig weiß, dass das funktioniert? Also methodisch inkorrekt funktioniert halt in dem Konzept, wie wir es machen. Da kann man vielleicht jetzt auch mal überlegen, ob man da 100 Folgen vielleicht nochmal ein bisschen anpasst und irgendwie nochmal ein bisschen was anderes macht. Aber ich will eigentlich auch mal wieder was ausprobieren, wo ich auf die Schnauze fliegen kann. Ich werde es nach Möglichkeit vermeiden, dass ich auf die Schnauze fliege, weil das mag ich überhaupt nicht. Aber genau diese Unsicherheit, die ich halt auch dann wieder habe, wenn wir uns da irgendwie so auf so eine Bühne stellen, die finde ich schon auch irgendwie spannend. Also irgendwie, auch wenn du hier irgendwie mein Leben schon resümieren willst, bin ich noch weit davon entfernt, irgendwie keine Ideen mehr zu haben und mich weiterzuentwickeln. Weil das ist irgendwie, ja ich will immer mal wieder mich in so ein neues Gebiet wagen und mal gucken, ob ich mich da auch behaupten kann, ob das funktioniert, ob ich da scheitere oder ob ich da erfolgreich sein kann. Das finde ich schon spannend. Da möchte ich aber jetzt auch einmal widersprechen. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Also die Fragen, die stelle ich nicht mit dem Gedanken, ja was kann jetzt noch kommen? Ist ja jetzt wohl Peak-Min-Korrekt oder so und jetzt machen wir mal so, um Himmels Willen. Das ist überhaupt nicht mein Gedanke. Was mich motiviert ist eine totale Bewunderung dafür. Also dieses Streben, also auf der einen Seite, das hast du gerade sehr schön gesagt, finde ich, du hast eine gewisse Komfortzone, die hast du dir jetzt erarbeitet über die letzten drei Jahre. Da kennst du dich einigermaßen aus. Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, da gibt es immer mal so ein paar Eventualitäten, wo man nicht ganz genau weiß, ob die Sicherung rausfliegt oder nicht. Aber im Wesentlichen ist das ja bekanntes Terrain, in dem du dich da bewegst. Das kann man, wenn man so will, das als Komfortzone betrachten. Und ich spüre, und das hast du ja auch gerade wörtlich gesagt, dass das für einen Moment, für eine Weile ist das ganz okay, aber dann müsste vielleicht noch mal irgendwie ein Kitzel kommen. Und dass sich das halt immer weiter treibt. Diese Mischung, das ist genau das, was ich versuchte vorhin so zu beschreiben. Da zieht irgendwas. Also das ist dieser Zug der Neugier, die dich weiter treibt. Was kann ich noch mit mir oder aus mir oder aus uns machen? Und wo ist die Kante, wo ich mir dann tatsächlich irgendwann mal eine blutige Nase hole? Und dann merke, das war ein Schritt zu weit oder so. Ich finde halt irgendwie, ich weiß, Zug schmeichelt mir, aber ich finde halt Stillstand so langweilig. Also wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl hätte, ich hätte so in den letzten fünf Jahren immer das Gleiche gemacht, das finde ich langweilig vielleicht, vielleicht sogar regelrecht beängstigend. Also wenn ich merken würde, dass ich müde werde und faul oder ängstlich, das würde mir Sorgen machen irgendwie. Also ich finde, wenn du so auf dein Leben zurückguckst, jetzt gucken wir schon wieder aufs Leben zurück, aber ich würde da immer so Momente besonders herausheben, wo, weiß ich nicht, also nicht eng wurde im Sinne von, wo du Angst hattest irgendwie auch. Wo du dich unwohl gefühlt hast, wo du dich in Gebiet gewagt hast, wo du morgens aufgewacht hast und gedacht hast, bitte lass diesen Tag rumgehen. Warum habe ich mir das ans Bein gebunden so? Ja, weiß ich nicht. Also das sind so Momente, ich weiß nicht, als junger Doktorand hatte ich die Gelegenheit, alleine in die Vereinigten Staaten zu fliegen und dann auf einer Konferenz zu sprechen. Und an dem Morgen bin ich aufgewacht und ich habe zu mir gesagt, boah, wenn jetzt hier irgendeiner reinkäme und mich erschießen würde, dann wäre ich nicht traurig so, dann bräuchte ich wenigstens nicht vor diese gestandenen Physiker treten und da meine kleine Forschung zu präsentieren. Und ich habe wirklich an dem Morgen gedacht, so, also ich bin da alleine hingeflogen, das heißt, mein Chef hätte nie erfahren, wenn ich gesagt hätte, ah ja, leider bin ich krank, ich kann heute nicht diesen Vortrag halten, vielleicht beim nächsten Mal, das hätte nie einer erfahren. Und ich habe diesen Gedanken formuliert morgens vom Spiegel nach dem Duschen so. Was ist, wenn du jetzt nicht hingehst vor lauter Angst? Und in dem Moment ist mir klar geworden, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt umdrehe sozusagen, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird das ein Muster werden, was sich in meinem Leben wiederholt. Dann werde ich, dann werde ich den einfachen Weg gehen so. Dann werde ich, dann werde ich umdrehen, wenn es eng wird. Und dann bin ich da hingegangen und habe den Vortrag gehalten und der war okay wahrscheinlich. Aber weißt du, so was guckst du zurück und sagst so, okay, da wurde es echt eng. Da habe ich so viel Angst gehabt, dass ich es vielleicht knapp nicht gemacht hätte. Das war knapp davor. Aber das sind auch die Momente, die dich weitergebracht haben, in denen du gewachsen bist. Und ich bin dann auch froh, wenn es mal wieder ein bisschen ruhiger wird im Leben. Aber eigentlich will ich dann auch schon wieder am Horizont so die nächste Herausforderung sehen, wo ich jetzt sagen kann, oder werden mir die Knie aber wieder ordentlich schlottern, wenn es soweit ist. Hast du denn auch schon mal Momente gehabt, wo du diese Angst gespürt hast und dann tatsächlich bewusst gesagt hast, ich gehe diesen Schritt nicht? Weil ich wüsste jetzt gerade kein Beispiel. Aber es gibt sicherlich, also in kleinen Momenten immer, also im Sport hast du das häufig. Also ich habe ja, aber ich kletter ja auch. Und da gibt es natürlich Momente, wo du wirklich Angst hast. Und dann sagst du, okay, hier komme ich nicht weiter. Da lernst du auch was raus. Also ich würde jetzt nicht dafür plädieren, dass man sich immer blind in jede Situation stürzen muss, um da dann gestärkt rauszukommen. Weil Angst kann natürlich auch eine sehr, sehr sinnvolle Regung sein, die dir eine Information gibt, dass du unzureichend vorbereitet bist zum Beispiel. Aber interessant ist halt, wenn du lernst, es zu unterscheiden zwischen sinnloser Angst und Angst, die in gewisser Weise unberechtigt ist. Also wenn du halt zusammen Vortrag gehst und sagst, okay, ich bin vorbereitet, ich habe mir Mühe gegeben, da muss ich jetzt durch. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Da wüsste ich jetzt nicht, ob ich da schon mal umgedreht bin. Wenn man gut vorbereitet ist, ja, das ist immer die Frage. Also man könnte ja immer noch mal eine Schippe mehr gemacht haben. Also diese Momente kenne ich wohl auch, wo ich dann denke, jetzt hättest du mal lieber, hättest du mal. Also da bin ich wirklich eher so ein Reinhard-Ramford-Typ. Naja, okay, jetzt müssen wir gucken, mit dem, was wir haben, klarzukommen. Da stets ich dich ganz anders ein, dass du wirklich eher 110 Prozent oder 120 Prozent vorbereitet hast, um dann mit 90 Prozent abzuliefern sozusagen, abliefern zu können sozusagen. Ja, aber weil ich mir halt auch keinen Vorwurf machen will. Wenn ich irgendwo, also das kommt jetzt immer auf die Situation an, aber wenn ich jetzt irgendwo eingeladen bin, einen Vortrag zu halten, dann bin ich gut vorbereitet, weil die Leute haben mich eingeladen, weil sie davon ausgehen, dass ich professionell einen Vortrag halte oder so. Und wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich jetzt einen Podcast aufnehme, dann gehen unsere Hörer davon aus, dass wir uns Gedanken gemacht haben, dass wir da drei Stunden ins Mikro sprechen wollen. Und da haben die auch ein Recht drauf, finde ich. Und deswegen gehe ich vorbereitet in so eine Situation. Und wenn ich schlecht vorbereitet bin, dann bin ich unzufrieden mit mir. Also kann es natürlich auch, deswegen ist die Mischung mit Reinhard und mir natürlich so gut, weil Reinhard da so ein bisschen das Chaos reinbringt, was halt auch sehr, sehr wichtig ist. Also ich wäre als Person einfach zu langweilig, wenn man nur so durchstrukturiert Dinge durchzieht. Aber die Mischung ist halt super. Und Reinhard wird halt wahrscheinlich nicht funktionieren, weil nur Chaos ist dann auch irgendwie so ein bisschen, ist dann auch ein bisschen zu wenig. Aber zusammen ist es einfach super. Also die Mischung ist spitze. Ich muss jetzt mal den Reinhard so ein bisschen in den Schutz nehmen. Ich glaube nicht, dass er nur Chaos reinbringt, sondern er ist auch ein Auffänger. Wenn irgendwas Unplanmäßiges passiert, er hat die Fähigkeit, die Sachen aufzufangen und irgendwie ins Gute zu umzukehren sozusagen. Auf jeden Fall. Das wollte ich jetzt auch nicht sagen. Aber ohne ihn würde halt dieses Ungeplante gar nicht rein und dieses Spontane gar nicht reinkommen, weil ich einfach zu organisiert bin so. Natürlich, also Reinhard kannst du auch alleine auf die Bühne stellen und völlig unvorbereitet. Und der redet dir eine Stunde unterhaltsames Zeug. Reinhard ist da ziemlich brillant. Er kann mit diesen Chaos-Situationen unheimlich gut umgehen. Also das sollte überhaupt nicht despektierlich klingen. Ganz im Gegenteil. Voller Bewunderung, ja. Ich wäre ja froh, wenn ich mit viel weniger Einsatz den Erfolg haben könnte, wie Reinhard. Wir warten darauf, dass du das erste Buch schreibst. Ja, ich würde ja behaupten, ich habe schon mal eins geschrieben, sondern Dissertation ist ja ein Buch im Prinzip. Ach so, okay. Ja klar, natürlich, natürlich. Das ist richtig, richtig. Wann hat sich denn, um jetzt, also es wird mir alles ein bisschen zu ernst hier und Resümee des Lebens, das ist alles viel zu hoch. Also das kommen wir mal wieder ein bisschen weg. Aber nochmal kurz auf den Schüler. Wann hat sich denn eigentlich für dich diese Physik als ein Berufsfeld irgendwie ergeben? War das schon relativ früh klar für dich durch die Prägung durch deinen Vater oder hast du ein Abi mit Deutsch und Sozialwissenschaften gemacht und hast erst hinterher festgestellt, ach Physik wäre ja doch ganz nett. Wie war das bei dir? Ich habe tatsächlich ein Abi mit Deutsch und Mathematik als Leistungskurse gemacht, weil der Physikleistungskurs natürlich nicht zustande kam, sehr zu meinem Leidwesen. Aber ich habe tatsächlich schon deutlich früher gedacht, dass ich Physiker werden will, eben genau so langweilig wie es ist, weil mein Vater mir das vorgelebt hat und das für mich immer das Ziel war. Ich wollte genauso die Welt erklären können, wie er mir die erklärt hat und deswegen wusste ich im Prinzip schon in der, weiß ich nicht, fünften, sechsten Klasse, wenn da gefragt wurde. Ich bin so ein bisschen bildungsmäßig Spätstarter gewesen. Ich war erst auf einer Realschule und bin dann zur Oberstufe aufs Gymnasium gewechselt. Das heißt, ich saß in diesen Klassen auf der Realschule. Wenn da gefragt wurde in Gelsenkirchen auf der Realschule, was willst du mal werden, dann sagen die Jungs Automechaniker und die Mädels haben gesagt Friseuse. Und wenn dann ein so ein kleiner, schmächtiger Junge dazwischen sitzt und er sagt in der sechsten Klasse, ich möchte Astrophysiker werden, da hat nicht jeder, also da, manche Lehrer haben gesagt, finde ich gut, dass du so in die Richtung denkst. Und manche haben sich wahrscheinlich gedacht, oh Mann Gott, der Typ steht noch vor großen, großen Enttäuschungen. Aber ja, also war immer für mich klar. Also so lange ich drüber nachgedacht habe, was ich werden will, nachdem diese Olympia-Karriere beendet war in meinem Kopf. Und die Rockstar-Karriere. Ja, die Rockstar, das kam dann nochmal so nachher, so als Seitenstrang und Alternativkarriere. Aber noch vor Rockstar wollte ich Physiker werden, ja. Und wie war denn dann das Studium? Ging das dann relativ schnurstracks vonstatten? Oder hast du auch Rückschläge gegeben, wo du dich selber überfordert hast und gemerkt hast, also jetzt habe ich irgendwie, was weiß ich, habe mir drei Prüfungen ans Semesterende gelegt, aber ich schaffe beim besten Willen nur zwei und muss von einer wieder zurücktreten. Hat es so Momente gegeben? Oder war das eben auch der Plan-World, den du da für dich durchgezogen hast? Nee, überhaupt nicht. Also ich war jetzt kein besonders guter Student, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe mich immer in der ganzen Schule, also auf der Realschule war ich natürlich klar Klassenbester so, aber ab der Oberstufe war es dann immer so, dass ich mich schwer getan habe, weil ich einfach immer hinterhergehangen habe. So die Leute, die vorher auf dem Gymnasium waren, die hatten halt einfach einen Vorsprung. Und irgendwie hatte ich so gefühlt, habe ich immer so einen Rucksack dann noch getragen. Und das war dann auch in den ersten paar Semestern, habe ich mir auch ein bisschen schwer getan. Es waren einfach auch Leute da, die waren viel, viel besser. Und das war sicherlich nicht so ganz einfach. Und es waren auch viele, viele Prüfungen, in denen ich mich schwer getan habe. Aber ich habe mich so ganz ordentlich durchgekämpft. Aber auch das Studium war ganz Ruhrgebiet, Arbeiter und Malocher. Also das war nichts, was mir zugeflogen ist, sondern ich musste schon hart arbeiten, sagen wir mal, dafür, da durchzukommen. Und dann kam, und das war viel, viel Kampf. Und das war auch oft, dass ich gedacht habe, vielleicht schaffe ich das nicht. Also da kommen so Fächer wie die theoretische Physik, die ist auch wirklich so abstrakt und so am Rande von dem, wo ich sage, okay, das habe ich so gerade intellektuell geschafft, aber mehr geht da nicht. Und eigentlich war das nicht mein, das ist nicht so meine Leidenschaft. Ja, das muss man ganz klar sagen. Das war so. Aber dann kamen die richtigen Leute, die richtigen Professoren, die mein Talent gesehen haben. Also mein Talent liegt halt nicht darin, irgendwelche Prüfungen zu machen oder Klausuren zu schreiben oder theoretisch brillant zu sein, sondern mein Talent liegt woanders. Mein Talent liegt im Organisieren, im Planen von Experimenten, sicherlich auch ein bisschen im Formulieren von Projektideen, vom Entwickeln, vom kreativen Entwickeln von Ideen und im Experimentieren. Und da hatte ich Glück, dass mich da Leute entdeckt haben und mir dann geholfen haben. Also da hätte man auch an andere Leute kommen können, die einen in eine völlig andere Richtung gebracht hätten. Also da hätten mir auch Professoren sagen können, sie kriegen das nie hin, suchen sie sich was anderes. Und wenn das genug gesagt hätten, dann hätte ich das wahrscheinlich auch geglaubt. Ich glaube, im Leben ist es ganz wichtig, dass man zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute trifft, die einem selber zeigen, zu was man fähig sein kann. Also die einem nicht spiegeln, welche Person man schon ist, sondern zeigen, welche Person man sein kann. Und da habe ich mehrfach in meinem Leben ganz, ganz, ganz großes Glück gehabt. Du hast gerade gesagt, du wolltest gerne so sein wie dein Vater, der dir die Welt erklären kann. Bist du jetzt auch ein Vater, der seinen Kindern die Welt erklären kann? Bist du das geworden, was du werden wolltest? Gute Frage. Ich habe oft schlechtes Gewissen, dass ich viel zu wenig Zeit habe für die Menschen, die um mich rum sind. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich in manchen Dingen getrieben bin und halt immer irgendwelche Ideen habe, denen ich nachlaufe oder die ich versuche zu verwirklichen. Das führt dazu, dass ich oft das Gefühl habe, zu wenig Zeit für wichtige Menschen zu haben. Ich würde jetzt vermutlich nicht sagen, dass ich zu wenig Zeit für meine Kinder habe, aber ich würde auch da sagen, da könnte ich noch mehr Zeit haben. Ich könnte noch mehr erklären. Ich könnte noch mehr Experimente auch mit meinem Sohn, die Tochter ist noch ein bisschen jung, aber mit meinem Sohn machen. Ja, aber vermutlich bin ich schon derjenige, der meinem Sohn auch die Welt erklärt. Ich glaube, also ich habe jetzt bei der Folge 100, die wir auf die Bühne gebracht haben, war mein Sohn auch am Samstag schon beim Aufbauen dabei und dann kamen die Leute und dann sagte er natürlich auch schon sehr stolz, die sind alle für den Papa da, was ja nicht ganz stimmt, weil die eigentlich nicht für mich da waren, sondern für methodisch inkorrekt, was ein ziemlicher Unterschied ist. Aber man merkte dann schon, wie stolz er ist und er kriegt ja diese ganzen Experimente mit und die probe ich hier ja auch schon mal und dann erkläre ich ihm natürlich auch Dinge. Ich weiß nicht, ich wäre gerne, weil ich gerade gesagt habe, in meinem Leben hatte ich viele Mentoren, die so Talent in mir entdeckt haben und mich dann irgendwie so in eine Richtung oder mir so Keime in den Kopf gesetzt haben, die dann irgendwann aufgeblüht sind. Und ja, ich wäre gerne so ein Mentor. Weiß ich nicht, ob ich das bin. Das kann ich nicht beurteilen. Sowohl bei meinen Kindern natürlich, sowohl bei den Freunden und der Familie um mich, sowohl bei meinen Studenten, das wäre schon toll, wenn irgendwann Leute genauso auf ihr Leben zurückgucken und sagen, na gut, dass ich zu dem Zeitpunkt Nikolas getroffen habe, der dann irgendwie mir bei der, weiß ich nicht, also bei der Berufswahl geholfen hat oder keine Ahnung, der mich als Doktorand genommen hat oder so. Keine Ahnung, ja. Wenn du, jetzt bist du ja auch in dem akademischen Institut sozusagen drin, wenn du da Bewerberauswahl machst zum Beispiel oder sagen wir mal, du sollst Studierende auswählen oder bewerten, was suchst du in Studierenden? Suchst du eher den neugierigen Geist, der aber vielleicht ein bisschen wenig, sagen wir mal, belesen ist, der wenig so Fakten hat, aber viele Ideen oder eher vielleicht den, der sich brav an die Bücher hält, aber selber nicht so kreativ ist, falls man diese, das ist wieder sehr holzschnittartig, ich weiß, aber da gibt es grundsätzlich ja mal so Typen, sagen wir mal, mit denen kann man besser und mit denen kann man nicht so gut. Welche Typen würdest du gerne, wenn du, sag mal, du würdest ideal eine Arbeitsgruppe zusammenstellen mit jungen Studierenden, wonach würdest du die aussuchen? Was sollten die für Eigenschaften haben? Also ganz allgemein mag ich Menschen in meinem Umfeld haben, die Leidenschaft haben. Leidenschaft für irgendwas, also was ich ganz schrecklich finde, ist Menschen, die nicht für irgendwas brennen. und das würde ich auf meine, also oder auf unsere Arbeitsgruppe beziehen, da habe ich gerne Leute, die irgendwie Spaß an ihrer Arbeit haben und dafür brennen und das würde ich auf alle anderen Menschen beziehen, mit denen ich gerne Umgang habe, also Menschen, die nicht für irgendwas Feuer haben und für irgendwas leben, das ist mir irgendwie suspekt und da fehlt mir dann auch irgendwie Energie, die ich zurückbekomme, wenn ich mit so Leuten zu tun habe. Aber wenn jemand für irgendwas brennt und das ist mir völlig egal und das habe ich auch immer so gesagt, ich weiß gar nicht, irgendwie wurde ich schon mal gefragt, ob mein Sohn auch Physiker werden muss, das ist mir völlig egal, aber ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass er für irgendwas leidenschaftlich brennt und wenn er dann zu mir kommt und sagt, er wird jetzt Balletttänzer, dann ist das für mich völlig okay oder wenn er sagt, er will Bilder verkaufen, von denen er nie wahrscheinlich gut leben wird, dann ist das auch völlig okay für mich. Hauptsache er brennt dafür und er sagt, okay, das ist das Einzige oder das ist meine Leidenschaft und dann ist das völlig okay und so Menschen habe ich gerne um mich. Das kann ich gut verstehen. Aber ich kann eben auch, ich kenne inzwischen bei mir selber auch Momente, wo ich zwar eine gewisse Leidenschaft habe für irgendwas, aber auch eine gewisse Müdigkeit. Vielleicht bin ich ungefähr zehn Jahre älter, glaube ich, als du. Ob das eine Frage des Alters ist oder der Lebensumstände. Also es gibt auch so Phasen, wo man einfach, man würde gerne, aber irgendwie, boah, die Luft ist raus sozusagen und dann kann man nicht mehr mithalten. Das ist nicht so einfach. Also ich verstehe sehr, sehr gut, was du meinst und würde da auch immer mitgehen, zu sagen, ja bitte, lass uns irgendwie die Köpfe zusammenstecken und was Tolles entwickeln und jeder gibt seinen Teil dazu. Aber manchmal kann man einfach nicht mehr und das ist ein bisschen, ein bisschen läuft ihm das entgegen, diese Situation. Ja, aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, du musst 24-7 für irgendwas brennen. Also du musst morgens aufstehen und Juhu schreien und sofort deinem Traum wieder nachrennen. Also ich finde es absolut realistisch und nachzuvollziehen, dass es einfach auch Phasen in deinem Leben gibt, wo du sagst, okay, jetzt brauche ich mal einen Tag Ruhe oder ein Wochenende Ruhe oder drei Wochen Ruhe. Aber dieses grundsätzliche Streben nach etwas, finde ich halt, weiß ich nicht, kann ich mir schwer vorstellen. Also wenn der erlischt, also natürlich wird er wahrscheinlich am Ende deines Lebens irgendwann dazu kommen, dass du wirklich ruhiger wirst. Aber ja, auf der anderen Seite, ich meine, du stellst dein Licht gerade so unter den Scheffeln. Ich meine, mit dem Sendegarten hast du ja auch ein Format aufgebaut, wo du unheimlich eingespannt bist und alle, sogar öfter als alle zwei Wochen, wenn ich so auf eure letzte Frequenz gucke, so eine Sendung produziere, produzierst mit hochkarätigen Gästen. Also du brennst ja auch für diese Idee, die du da entwickelt hast. Also das ist völlig normal, dass du mal zwei, drei Tage dann auch Pause brauchst. Aber ich weiß jetzt nicht, ob du sagen solltest, dass du jetzt unglaublich ruhig geworden bist. Weiß ich nicht, kannst, musst du beurteilen. Ja, ähm, kann ich jetzt so aus der persönlichen Persönlichkeit. Aber du bist, du bist zum Beispiel für mich auch so ein, so ein, so ein strebsamer Pain in die Esse, insofern, als wenn, wenn wir auf Veranstaltungen sind, da hältst du einfach auch jedem immer das Mikro unter die Nase. Wenn du nicht, du bist ja auch so ein Typ, der pusht und, und sagst so, jetzt, hier, sprich mal hier in diesem Mikro, jetzt machen wir mal hier eine aufgezeichnete Vorstellungsrunde oder hier ist das Wissenschaftsschiff, lass mal da drauf gehen und deine Sendung produzieren. Also, du, du bist genau das, was ich damit meine, dass du für irgendwas lebst und, ähm, und, und da wirklich Energie auch rein, reinsteckst. Ja, ich habe gerade in den letzten Monaten auch eine andere Situation in mir selber gemerkt und das, ich, das, das ist das, worüber ich so ein bisschen für mich selber nachdenke, aber ich soll nicht hier im Vordergrund stehen, wir wollen jetzt mal wieder zu dir zurück. Ja, das ist, du bist jetzt nicht hier der Gast und, ähm, du sollst im Vordergrund stehen, ganz klar. Ähm, lass uns mal auf den Podcaster, äh, Nikolas schauen, äh, du hast mir irgendwann mal bei der Republika, 2014 hatten wir mal so ein Gespräch auf einer Terrasse irgendwie, da habe ich dir das Mikrofon unter die Nass gehalten. ich erinnere mich. Dann hast du die Geschichte erzählt, dass du mit Reinhard, äh, ohnehin regelmäßig, äh, zusammengesessen hast, meistens nur am Mittagstisch, und habt euch gegenseitig über Paper erzählt, die ihr gelesen habt, äh, interessante Artikel, äh, hast du gesehen, was in Science steht, hast du gesehen, was da wieder in Nature, äh, erfunden wurde oder ausgedacht wurde oder so, und, ähm, dann eben gemerkt, das sind so, inhalts, ähm, volle Gespräche, und die könnte man durchaus auch Dritten, äh, zur Verfügung stellen, hörbar machen. Und da war so die Idee geboren. Das ist das, was ich als Fazit mitgenommen hatte damals. Äh, stimmt das heute noch so, oder hat sich da, hat sich das in meinen Erinnerungen verschoben, irgendwie? Ähm, das ist quasi die Gründungslegende, die wir immer wieder erzählen, von Methodisch Inkorrekt, die, ähm, die im Prinzip stimmt, ja, ähm, Aber es war dann doch anders. Dann komm, das ist die inoffizielle Version. Also die wirkliche. Wie ist es wirklich? Es ist halt jetzt nicht so, dass wir in der Mensa gesessen haben und da immer Methodisch Inkorrekt abgefeiert haben, ne, und einer hatte ein China-Gadget dabei und einer hatte ein Experiment dabei und wir haben uns vier Paper erzählt. Aber es ist schon so, ähm, es ist schon so gewesen, dass wir über aktuelle Forschung gesprochen haben und über aktuelle Paper, aber eben jetzt nicht ganz so, äh, strukturiert halt, wie, wie Methodisch Inkorrekt ist. Äh, und, ähm, ähm, ja, wir haben uns hingesetzt, äh, dass wir gesagt haben, also erstmal waren wir beide selbst Podcast-Hörer. Äh, dann kam, glaube ich, so die Idee, dass wir gesagt haben, so, äh, ich hätte echt Lust, das mal auszuprobieren. Also wir würden auch gerne in Mikros sprechen und, äh, ähm, sowas machen wie Tim oder Holgi oder all die, all die Leute, die wir gehört haben, äh, zu dem Zeitpunkt. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, welches Thema ist denn unser Thema? Und dann haben wir, dann, dann war natürlich relativ schnell klar, ähm, das wird mit der Wissenschaft probieren wollen und dann haben wir da drum eben die, äh, die Sendung erdacht. Warum hat das denn von vornherein, von der ersten Minute an, so einen professionellen Touch? Also, äh, klar, methodisch inkorrekt, da geht auch viel schief und so weiter, ganz klar, aber die Art und Weise, wie ihr die Sendung gemacht habt, die waren, also vom ersten Moment an auf einem gewissen Niveau. Ihr habt da nicht rum experimentiert, war zumindest für mich nicht spürbar, ähm, sondern das war von vornherein, hatte schon eine Form, äh, wir hören uns gleich mal ein Beispiel an, man merkt schon, Ach du Scheiße. dass sich das entwickelt hat, ja, aber es hatte auf jeden Fall schon mal eine, ein gewisses, ein gewisses Niveau, sag ich mal, das Wort Niveau, so schwierig das auch ist, ähm, äh, welche Übung hattet ihr denn am Mikrofon? Äh, ist das einfach diese Bühnenerfahrung von Kinderuniversitäten, Science Slams und so weiter, dass ihr das quasi ins Mikrofon gesprochen habt oder hast du vorher schon eine andere Mikrofonerfahrung oder Audio- oder Radioerfahrung? Nee, hatten wir beide nicht, also außer, kleine, ich glaube, wir waren ein, zwei Mal beim Radio, weil wir bei irgendwelchen Kindervorlesungen und, und Veranstaltungen waren, aber das jetzt nicht in einem Maße, wo man irgendwie eine, eine Mikro-Routine, äh, gehabt hätte. Ähm, weiß ich nicht, also, äh, ich glaube, wahrscheinlich waren wir, wir hatten einen Sendungsplan, weil ich natürlich nicht ohne Plan anfange in Mikro zu sprechen, äh, das heißt, wir hatten, haben uns schon ziemlich genau überlegt, über was wollen wir in der Sendung sprechen, also dieser Sendungsablauf, die Struktur, die war natürlich da, ähm, ich glaube nebenbei, das ist auch für, im Allgemeinen für Podcasts gar nicht schlecht, wenn man, äh, einen Plan hat, äh, und ein Thema hat, ähm, und dann sicherlich eine, eine gehörige Dosis Unbekümmertheit, wir haben halt uns da hingesetzt und haben gedacht, okay, äh, wir gucken mal, wir drücken jetzt mal auf Aufnahme und wenn das blöd ist, dann veröffentlichen wir es nicht und wenn wir irgendwie das Gefühl haben, es ist jetzt nicht, wir haben es nicht lächerlich gemacht, dann hauen wir es mal raus und dieses Gefühl hatten wir sicherlich in den ersten, äh, weiß ich nicht, 20, 25 Sendungen, dass wir da immer, natürlich hast du bei den Downloadzahlen gesehen, das hören sich dann doch mehr an, als, als wir selber kennen, aber, äh, wir sind, wir waren da relativ unbekümmert am Anfang. Hören wir uns doch mal, äh, die ersten Minuten, oh Himmel, an, die es überhaupt gegeben hat und vergleichen sie mal mit einer, äh, von einer heutigen, also im Prinzip gucken wir jetzt, was war im August 2013 und was ist im August 2017 und ich bitte auch Ulrike und, äh, da genau hinzuhören und mal gucken und vielleicht kriegen wir ja gemeinsam die Unterschiede in Worte gekleidet. Fangen wir mal an mit dem August 2013. Ja, hier ist methodisch inkorrekt der neue, kann man sagen, Podcast über die Wissenschaft, mit der Wissenschaft, aus der Wissenschaft und von der Wissenschaft, kann man auch sagen, für die Wissenschaft, für die, eigentlich nur für die Wissenschaft, weil wir, ähm, wir sind, äh, kann man sagen, Naturwissenschaftler, steht zumindest irgendwie, äh, in der Berufsbezeichnung oder Stellenbeschreibung. Die Leute, die uns bezahlen, glauben, wir würden Naturwissenschaften machen, quasi, ähm, Mein Name ist Nikolaus Wörl und mit mir am Tisch sitzt Reinhard Remford. Wir sind, wie wir schon gesagt haben, ähm, Naturwissenschaftler, etwas genauer gesagt sind, wir Physiker, aber, ähm, wir wollen in diesem Podcast nicht nur über Physik sprechen, sondern wir wollen, wäre auch unglaublich langweilig. Ja, vor allem ist das nicht unsere Kernkompetenz. Das ist das Hauptproblem. Ja, genau. Wir begeben uns auf andere, in andere Gebiete, damit wir, äh, uns hinter unserem Nichtwissen verstecken können, dann quasi. Beziehungsweise mit Halbwissen glänzen können. Äh, mit methodisch inkorrekten Wissen halt. Deshalb nur behaupten, nichts beweisen. Genau. Was wollen wir machen in diesem Podcast? Wir wollen über, ähm, interessante, ähm, Forschung sprechen, äh, Dinge, die uns in unserem Forschungsalltag begegnet sind, an der Universität, äh, aber auch das, was wir beobachten, außerhalb der Universität, ähm, an Wissenschaft, vielleicht Artikel, die wir lesen, ähm, Dinge, die uns eben beschäftigen, würde ich sagen. Wobei, ich würde sagen, dabei auch noch allgemeinere Dinge mal aus einem wissenschaftlichen, äh, Standpunkt betrachtet. Könnte man auch noch mit einfließen. Du meinst, wir entwickeln uns auch noch gesellschaftskritisch schon ein bisschen vielleicht mal. Ja, ich bin gespannt, ja. Äh, da sind wir dann sicherlich wieder fachfremd und können so hochschulpolitisch. Stimmt, ja, genau. Also, im Grunde genommen alles, was uns in unserem beruflichen, äh, Alltag beschäftigt, äh, werden wir hier sicherlich, ähm, besprechen, quasi. Weil, weil das die Dinge sind, die uns interessieren und von denen wir uns wünschen, dass sie auch anderen interessieren. Außerdem, ähm, also, was, was mich so mit dazu gebracht hat, war unter anderem auch, die Leute fragen immer, bist Physiker, was macht man denn so als Physiker? Und das Hauptproblem ist, das kann man nicht so einfach beantworten. Man macht halt viel. Man macht viel, ja, das stimmt, ja. Also, ich sage auch immer, man macht viel, aber nichts richtig. Das trifft es manchmal auch. Aber es ist halt ein sehr, sehr breites Spektrum, das einen interessiert, das man behandelt und, ähm, so ein kleiner Einblick, von außerhalb, also, für die Leute von außerhalb, ähm, das soll das Ganze, denke ich, in erster Linie mal werden. Ulrike, hast du die beiden wiedererkannt? Ging das ganz anders als heute in deinen Ohren? Teils, teils, also, es klang noch so ein bisschen vorsichtig, die Audioqualität war noch ein bisschen rauschiger, aber die, diese grundlegende, grundsympathische Bescheidenheit ist einfach immer noch dieselbe, glaube ich. Ja, gute Schauspieler. Hier im Chat habe ich gerade gelesen, Reinhold klingt anders, da hat er noch versucht, fein zu reden. Das scheint dann heute wohl nicht mehr... Der war erkältet, oder? Ja, der war da sehr erkältet, denke ich auch. Ja, habe ich auch gerade gedacht, er klingt, er kältet, und tatsächlich hatte er, ähm, ein anderes Mikro, ähm, er hatte sich irgendwie eins bei, weiß ich nicht mal, Ebay oder so, geshoppt, was aber tatsächlich verhältnismäßig gut war, also, das hat er noch relativ lange gehabt. Er wird übrigens auch oft gefragt, und da habe ich gerade auch im Chat gelesen, ähm, die reine Audioqualität, also rein technisch, war der Podcast von Anfang an ganz gut. Ähm, das ist aber auch wieder so ein bisschen so, wie Martin gerade schon mal bei, zu meinem Leben behauptet hat, wenn ich was mache, mache ich es richtig. Wir haben da relativ früh Geld in die Hand genommen und gesagt, okay, dann aber auch mit vernünftigen Mikros und, äh, einem ordentlichen Mischpult, ähm, weil wir halt gesagt haben, okay, wir werden schon, wenn wir jetzt anfangen, machen wir auch 10, 15 Folgen, selbst wenn es keiner hört, dann können wir aufhören, aber bis dahin versuchen wir durchzuhalten. Und dann, dann lohnt auch eine gewisse Investition. Also von daher, das könnte vielleicht erklären, warum wir auch von Anfang an, äh, einigermaßen, äh, vernünftig geklungen haben, also rein technisch. Sebastian, was ist dir aufgefallen, was anders war als heute? Oh, jetzt spricht der Technikfachmann. Ähm, ja, mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass es kein besonderes Intro gab, zu der Zeit. Es war also nur das, das normale Intro, nicht das, äh, was sonst immer noch als, besonders eingespielt und was sich mittlerweile so als Markenzeichen ja auch durchaus durchgesetzt hat, ne? Na, das ist tatsächlich so, dass wir, äh, solche Dinge hätten wir uns auch in der ersten Folge nicht getraut. Also es gab so ein paar Sachen, äh, also so, so alberne, äh, Intros hätten wir nie gemacht, weil wir da, äh, tatsächlich noch so ein bisschen ernst genommen werden wollen, wollen, äh, wir wollten ernst genommen werden. Ähm, so, so Dinge, dass wir angefangen haben, selber zu singen, äh, in dem Podcast, ist halt auch erst entstanden, als wir gemerkt haben, okay, wir haben so ein paar Leute, ähm, die uns hören und auch mögen und die werden wahrscheinlich nicht abhauen, wenn wir anfangen zu singen. Ich hab da, äh, bei der 100 hab ich das erzählt, das erste Mal, dass wir gesungen haben, war so ein, äh, war so ein Weihnachtslied eigentlich, was wir irgendwo im, äh, im Internet gefunden haben und dann selber, ähm, zum, zum Playback gesungen haben und da, da haben wir schon so ein bisschen auch gedacht, okay, das war jetzt so ein bisschen archweit rausgewagt, äh, ähm, da haben wir ein bisschen weit raus aus dem, aus dem Fenster gelehnt, aber als da die Leute nicht abgehauen sind, ne, sondern da auch noch zu uns gestanden haben, da hab ich wirklich, äh, das war so ein Moment, wo ich gedacht hab, okay, hier geht nur einiges, also, äh, da kann man noch viel mehr, äh, auch so ein bisschen Albernheiten machen und, und einfach auch mal was wagen und, äh, ähm, diese, diese Intro-Geschichte, da, ich, ich erinnere mich, also ich weiß gar nicht, wie wir da drauf, ich weiß gar nicht, was das erste Intro war, ich müsste mal nachgucken und wie wir da überhaupt drauf kamen, ähm, das war irgendwie so Folge 4 oder 5, da könntest du sogar gar nicht unbeteiligt dran sein, Martin, weil du hattest uns relativ früh angefangen zu hören und hattest, wir hatten dieses, äh, Lasagnen-Experiment und eine der ersten Intros war, wie wir, ähm, du hattest uns gefragt, wie man eine Lasagne transportieren muss, glaube ich, so im Wesentlichen, ne, oder? Genau, welches wäre mal, die oben oder unten, wenn ich zwei in der Tür habe? Genau, genau, ja, ähm, und, äh, da wir uns das selber nicht, äh, wirklich theoretisch überlegen konnten, haben wir einfach zwei Lasagnen gekauft, die wir dann in der Sendung, äh, vermessen haben und da hatten wir, äh, die Idee, wir nehmen schon diese, diese, diese Tatsache, dass wir diese Lasagne vor der Sendung kaufen, nehmen wir auf und das war eins der Intros, ähm, stimmt, richtig, ich kann mich dunkel erinnern, ja, und das waren so die zaghaften Versuche, so, so, so Intros zu machen und, ähm, dann, ähm, haben wir, ähm, ich, ich erinnere mich, dass ich in den ersten Gesprächen beispielsweise bei Hörertreffen und so, ähm, mich immer wahnsinnig entschuldigt habe für diese Intros und, äh, ich erinnere mich auch bei einem Ganzohrtreffen haben, haben wir darüber gesprochen über diese Intros und ich hab, hab dann immer so gesagt, ja, okay, das ist jetzt so ein Ding, äh, Reinhard und ich, wir haben da halt unheimlich Spaß dran, Entschuldigung, aber das geht ja auch nur eine Minute oder so und dann kommt die eigentliche Sendung, ähm, und dann hat Markus Völter mal vom Omega Tau Podcast hat bei, bei einem Ganzohr dann gesagt, nee, das macht den nicht nur für euch, das ist ein wichtiger Bestandteil und da hab ich tatsächlich dann drüber nachgedacht, ähm, und dann, dann auch erst irgendwie so im Nachhinein begriffen, wie wichtig eigentlich dieses Intro ist, dass man eben gleich mal so ein ironisches Statement setzt oder als erstes mal selber über sich lacht oder über, äh, über die Wissenschaft lacht oder so, als erstes mal so, so ein bisschen, um, um gleich schon mal so die Stimmung zu setzen, ne, Wissenschaftspodcast, aber erst mal, erst mal herzhaft lachen so, bei uns macht ja schon immer das Intro Spaß und wenn es dann den Hörern auch noch Spaß macht, ist umso besser, aber gleich mal klar machen, äh, hier wird auch gelacht und wir nehmen uns nicht zu ernst, äh, das ist mir eigentlich erst ein bisschen später klar geworden und wie gesagt, erst, erst hab ich mich sogar entschuldigt dafür immer und, und dann ist mir bewusst geworden, dass es nicht nur mir Spaß macht, sondern allen Spaß macht und jetzt, äh, genau, ist es so ein bisschen Markenzeichen geworden, genauso wie du sagst, Sebastian. Wer schreibt denn die Texte, wenn ihr da eigene Texte drauflegt, macht ihr das selber oder habt ihr Ghostwriter, die das dann machen für euch? Ähm, meinst du jetzt für die Intros oder für die Songs oder? Ja, für die Intro Songs, ja, also ich, das, also oft ist ja so, dass ihr entweder eine Filmszene nachspielt oder tatsächlich ein Musikstück neu einsinkt, irgendwie, wie jetzt letztens die Gummibärenbande, das war ja das Ding, wo ihr dann ins Labor gehüpft seid, sozusagen. Sogar mit Video. Das ist dann nochmal die gesteigerte Version, äh, mein absoluter Traumszene ist, wie Reinhard von der Leiter sich so grazin runterbiegt und du fängst die quasi auch. Das ist eine so schöne Szene, ich könnte sie mir immer wieder angucken. Ähm, aber wer schreibt denn da die Texte, machst du das? Also für die, für die Intros, äh, schreiben wir beide, jetzt nicht, nicht streng abwechselnd, aber wir versuchen da irgendwie so mehr oder weniger ein Gleichgewicht reinzubringen. Ich würde sagen, ähm, wir haben, äh, haben da so 50, 50 die Intros geschrieben, weiß ich jetzt aber nicht, habe ich jetzt nicht so wirklich nach, nachgeguckt, ähm, für die, äh, jetzt zufällig, weil du das ansprichst, das Gummibärenlied hat Reinhard alleine geschrieben, ähm, und dann die, die Szenen im, äh, im Labor, die wir dann abgedreht haben, im Stile von so einem, äh, 80er Jahre, äh, äh, amerikanischer, äh, Serie, ähm, die haben wir dann wieder zusammen uns erdacht, also, äh, ja, aber, ja, da lachen wir uns halt auch kaputt, ne, also gerade diese Szene, weil du das gerade sagst, Reinhard fällt von der Leiter und ich fange ihn auf, äh, da haben wir uns kaputt gelacht, also, ich will, das machen wir halt auch, weil uns das einfach eine kindische Freude macht, also, wir würden auch, wenn das keiner mehr lustig finden würde, würden wir wahrscheinlich immer noch machen, aber ist natürlich, auch schön, dass, äh, das ganz gut angenommen wird und es auch Leute gibt, die das lustig finden. Ich habe das gar nicht als Reinhard Feld von der Leiter verstanden, sondern eher so die, wie so eine Operndiva, die sich jetzt nach hinten lehnt und ihre Schergen fangen, fangen sie auf, so, so sah das für mich aus. Ja, ich sollte gar nicht anfangen, unsere eigenen Videos zu interpretieren, das, das überlässt man dann ja dem Publikum, das ist gut. Okay, wir haben also jetzt ein Intro gehört von der, äh, von der Nullnummer, also tatsächlich das allererste Mal, relativ seriös, aber eigentlich schon, also man könnte es durchaus heute noch als relativ typisch methodisch inkorrekt verkaufen, würde ich sagen. Man merkt den Unterschied allerdings ziemlich deutlich, wenn man sich mal ein aktuelles Intro daneben hält, wie zum Beispiel das aus der 103. Neue Paper alle 14 Tage, minkorrekt, wuhu, keinen gibt's, der sie nicht mag, die minkorrekt. Vorsicht, es geht ab hier, trinken auch schon mal ein Bier, Weltpreis der Herzen für minkorrekt, wuhu, Spaß und Action, Schlag auf Schlag, minkorrekt, wuhu, es gibt keine, der sie nicht mag, die minkorrekt, wuhu, alles ist klar, ganz wunderbar, es ist minkorrekt, wuhu, If you based medicine on science, you kill them, if you based the design of planes on science, they fly, if you based the design of rockets on science, they reach the moon, it works, bitches. Methodisch inkorrekt, Folge 103 vom 22.08.2017, direkt aus dem Entenhausen der Wissenschaften, mit mir heute wieder mein Tick, mein Trick und mein Truck, der persönlichkeitsgespaltene Fehnlein Fieselschweif, der Reinhard Remford der Wissenschaften und ich bin der Geldspeicher der Wissenschaften, Nikolas Feuer, Glück auf. Sebastian, was war anders als das im Vergleich zu dem Nummer 1 oder Nummer 0 Intro? Ja, also es wirkt schon einfach viel besser eingespielt, das ist schon, ja, ja, dafür, dass, also, als wir das erste, als ihr das angefangen habt, live zu senden, hat man ja wirklich gemerkt, dass ihr das tatsächlich kurz vor Sendung macht, ist das eigentlich immer so oder ist das wirklich nur bei den Live-Sendungen bisher so gewesen? Also, in dem Fall wird der Text natürlich vorher geschrieben, aber die Intros nehmen wir immer erst dann auf, wenn wir zusammenkommen, also vor der Sendung, ja und wahrscheinlich hilft es deswegen auch, dass wir irgendwie so in die Stimmung kommen, ich meine, da kannst du dir vorstellen, wenn wir so ein Ding vorher singen und uns dann anhören, da sind wir beide eh schon so in so einer Stimmung, in so einer fast albernen Stimmung, das hilft uns natürlich auch irgendwie so in die Sendung zu kommen. Wie ist denn die Rollenverteilung eigentlich? Damals der Reinhard Remford der Wissenschaft und du bist der Geldspeicher und so weiter. Also es ist immer so ein bisschen so, Reinhard hat die Loser-Karte oder kommt das nur bei mir so an? Aber hoffentlich ist das nicht so. Wir kokettieren natürlich so ein bisschen damit, wobei ich glaube, das ist auch weniger geworden. Das haben wir damals ein bisschen mehr gemacht, als er noch an der Uni war, weil es dann natürlich schon so war, dass ich der Post-Doc war und er eben noch auf dem Weg zum Doc war. Deswegen haben wir damit ein bisschen kokettiert, aber und vielleicht machen wir das in den Intros, obwohl weiß ich gar nicht, also wenn wir jetzt, wäre zumindest keine bewusste Entscheidung, dass es so wäre, dass er immer der Loser ist. Also weiß ich jetzt nicht, siehst du Tick, Trick und Track als Loser und ich bin der Geldspeicher und ein Geldspeicher ist toller. Also weiß ich jetzt nicht, hoffe ich nicht, wäre nicht meine oder unsere Intention gewesen. Also wie gesagt, schreiben wir auch beide diese, meistens ist es so, wer das Intro schreibt, schreibt auch eben genau diesen Anfangssatz. Von daher hoffe ich nicht, dass das so ist. Die ist aber immer geskriptet. Also dass du sagst, ich bin Nikolas Wörl, der so und so und mit mir im Studio oder jetzt hier an meiner Seite der Atlatus oder der was auch immer. Das ist voll geskriptet, das kommt nicht von da. Das ist geskriptet, außer die Antwort, die Reinhard gibt auf hier ist mein Tick, Trick und Track der Wissenschaft. Da weiß ich nicht, was er da drauf antwortet. Aber er kann natürlich vorher in den Sendungsplan gucken und kann sich entsprechend vorbereiten. Aber ich glaube, das macht er, ich könnte, so wie ich ihn einschätze, denkt er sich auch was in dem Moment aus, wo das Intro-Table läuft. Ja, die Kompetenz hat er, das sagt das glaube ich auch. Ja, auf jeden Fall. Auch spannend, dass sich keiner mit Daniel Düsentrieb gleichgesetzt hat. Oh ja, da hätte man natürlich auch, das stimmt, ja. Das hätte viel besser gepasst als der Geldspeicher, aber. Und das Helferlein, genau. Genau. Stimmt. Oh ja. Nein, der Geldspeicher, ist doch viel wichtiger, dass ihr durchfinanziert seid. Also das ist ja, die Frage nach dem, wo kommen die Kröten her für das nächste Projekt, ist ja nun mal euer nicht unwesentlich, ja. Ja, das stimmt. Liegt viel näher. Ulrike, ist dir noch ein Unterschied aufgefallen? Ich könnte jetzt gerade nicht den Finger drauflegen, also es klang halt mehr da dann selbstbewusster und ein bisschen selbstironischer. Ja, klar. Wenn du, wenn du die Ducktales singst, dann musst du schon sehr selbstironisch sein, das ist keine Frage. Ich habe mich gefreut, dass ich zumindest die Ducktales, die Melodie, die kannte ich sogar aus eigener Erfahrung noch. Wohingegen bei der Gummibärenbande, da musste ich mich erstmal schlau machen, worum sind da, was das eigentlich für eine Grundlage ist und bei anderen Intros musste ich das auch. Also da komme ich dann schon, da merke ich dann schon, dass ich nochmal eine andere Generation bin und irgendwie andere Sachen im Fernsehen gesehen habe, als ihr das gemacht habt. Ja, also ich bin der Meinung, klar, wenn man das jetzt so zum ersten Mal so hört im Vergleich, da klingt das erste schon ziemlich antiquiert irgendwie, aber die Grundidee, die da drin, also die, die methodisch inkorrekt hat, die habt ihr da einfach vor drei Jahren schon sehr klar formuliert. Es geht um den Wissenschaftsbetrieb, um Hochschulpolitik, jetzt habt ihr gerade die Verlage ganz schwer am Wickel, das ist ja auch ein Teil dessen, dieser ganzen Wissenschaftsmaschinerie, sag ich mal in Anführungszeichen, wo ihr einen sehr kritischen Blick drauf habt. Das ist aber schon von vornherein vor drei Jahren schon da gewesen. Also die Form hat sich ein bisschen gelockert, aber das Ziel, der Inhalt, der war schon genau da oder hat sich da auch noch was verschoben, ohne dass wir das jetzt so gemerkt haben als Zuhörer. Also weil du jetzt gerade so ansprichst, also manche Themen hätten wir nicht so, hätten wir uns nicht so direkt getraut wahrscheinlich anzusprechen. Also weil du gerade bist, also die Kritik, sagen wir mal, an der Institution, Universität oder die Kritik am Verlagswesen, in der Art und Weise, wie wir das jetzt mittlerweile machen, hätten wir uns das, glaube ich, am Anfang nicht getraut. Also die, ich meine, wir sind Angestellte einer Universität, da waren wir sicherlich am Anfang auch noch mal ein bisschen vorsichtiger, weil wir Angst hatten, dass da im nächsten Moment irgendwie der Pressereferent anruft und sagt so, jetzt müssen wir bei uns mal unterhalten, ihr könnt unsere Uni nicht so darstellen. Gab es denn da schon mal irgendwelche? Nee, gab es noch nicht, aber mittlerweile würde ich auch einem Gespräch etwas entspannter entgehen. Also ich würde, ich bin Angestellter der Universität und bin auch sehr, sehr gerne Angestellter der Universität Duisburg-Essen, weil ich die sehr, sehr gut finde und da überzeugter Mitarbeiter bin. Aber man könnte ja, ich weiß nicht, also wir reden ja auch schon mal über Missstände. Wenn dann Leute sagen würden, so, das müsste er das so lächerlich darstellen oder so, dann würde ich jetzt, glaube ich, mit breiterer Brust als damals sagen, ja, ist nun mal so und das ist auch wichtig, dass das kommuniziert wird und außerdem ist es halt so, dass wir auch Werbung irgendwie für die Universität machen dadurch, dass wir halt deutlich aus dieser Universität senden. Also es ist ja so, dass wir gelegentlich halt auch in der Mensa angesprochen werden von Studenten oder in Vorkursen von Studenten angesprochen werden, die dann sagen so, ja, und übrigens, wir sind Hörer. Das ist ja auch so, dass ich glaube, dass wir dann ein bisschen unseren Teil zur Wissenschaftskommunikation und auch zur Wissenschaftskommunikation aus der Universität Tschüssburg-Essen unseren Beitrag leisten. Aber nee, es gab noch keine Gespräche. Am Anfang hätte man sich das, also jetzt mal abgesehen davon, von Kritik, hätte man sich vielleicht sogar gewünscht, dass die mal kommen und sagen so, super toll, dass ihr das macht. Vielleicht können wir euch unterstützen irgendwie. Mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir das völlig Wumpe beziehungsweise ich würde auch Unterstützung nicht annehmen, weil ich lieber frei bleibe und nicht irgendwie als, also ich podcaste ja als Privatperson und nicht als Angestellter der Universität. Die Leute, die uns hören, wissen zwar, wo ich arbeite und was ich da mache, aber ich, die Freiheit eben über die Dinge zu sprechen, über die ich will und nicht irgendwie Werbung für die Uni zu machen, die genieße ich dann doch. Also heutzutage lege ich da auch keinen großen Wert mehr auf Kontakt beispielsweise zur Pressestelle. Wobei ich, ja bitte weiter, sprich weiter. Wobei, das dann wiederum auf der anderen Seite auch noch so ein bisschen leichter Schmerz ist, weil ich glaube, dass wir ganz gute Wissenschaftskommunikation machen und ich glaube, an der Universität jetzt nicht speziell an unserer, sondern im Allgemeinen gibt es noch sehr verkrustete Vorstellungen, wie Wissenschaftskommunikation abzulaufen hat. Also da gibt es halt Pressestellen, die halt so das ganz klassische Dinge machen, so E-Mail-Newsletter rausschicken und vielleicht mal irgendwelche Nachrichten von der Webseite dann ganz gewagt auch noch auf Twitter posten oder so und das ist deren Vorstellung von guter Wissenschaftskommunikation, ich glaube, da geht einfach noch viel, viel mehr. Da würde ich tatsächlich dann wiederum doch ganz gerne mal in einen Dialog treten und mit den Leuten sprechen. Ich glaube, da geht noch was. Also die Zusammenarbeit zwischen den Wissenschaftlern, die ein Talent für Kommunikation haben und den ganz, ganz klassischen Pressestellen, da könnte noch mehr Zusammenarbeit sein. Wie gesagt, ich weiß, ich kann jetzt nicht für alle Unis sprechen, ich möchte nicht mal für unsere sprechen, aber ich glaube, da ist noch viel, viel Potenzial. Wenn man euch als Podcast der Universität Duisburg-Essen bezeichnen würde, damit wärt ihr gar nicht glücklich. Ich wüsste jetzt nicht, warum man da tun sollte. Also wir sprechen natürlich ein bisschen aus unserem Forschungsalltag, aber und wir verhehlen ja auch nicht, wo wir arbeiten, aber ich wüsste jetzt nicht, warum. Ich bin auch nicht der Gelsenkirchen-Podcast, nur weil ich in Gelsenkirchen wohne. Natürlich spielt das ein bisschen in meine Sicht der Dinge rein, aber ich würde mich jetzt nicht als Universität Duisburg-Essen-Podcast bezeichnen. Okay, ja das ist ja gerade jetzt bei, wenn man die Ganz-Au-Perspektive so einnimmt, wo wir gleich darüber sprechen werden, also die Wissenschafts-Podcaster, also haben die quasi eine Verortung an ihre Häuser, an ihre Universitäten oder stehen die sozusagen alleine? Ja, es ist ein bisschen schwierig, diese Verortung hinzukriegen, aber ich nehme euch auch tatsächlich wahr, als Reinhard und Nikolas die sich in ihrer Freizeit privat hinsetzen und das quasi nebenberuflich machen. Also die Tatsache, dass ihr über Themen sprecht, die euch, als Reinhard noch bei dem Labor war, war es ja gemeinsame Arbeit am selben Gerät sozusagen, jetzt habt ihr unterschiedliche Wirkungsstätten, aber das Verständnis für die Techniken und natürlich auch für die außerphysikalischen Erscheinungen ist nach wie vor genauso da, dass der Ausdauer möglich ist, aber das ist einfach ein Stück Hobbyprojekt. Kann man das überhaupt so sagen? Darf man das sagen? Oder ist das schon mehr bei euch? Nee, also mehr ist halt auf gar keinen Fall. also ich meine, wann würde es nicht mehr Hobby sein, wenn man davon lebt oder wann wird ein Hobby, weißt du überhaupt das Gegenteil von Hobby? Ja, gute Frage. Beruf oder? Ja, genau, also ja, wenn du das beim Finanzamt anmelden musst vielleicht, dann ist vielleicht kein Hobby mehr. Okay, also dann ist es vielleicht kein Hobby mehr. Das ist auch eine sehr Frage liegen wir dich da. Die fällt mir gerade so ein, also ich versuche hier den Rampfort zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich meine, wenn dir, ich weiß nicht, wenn dir auf Patreon einer 10 Euro überweist, musst du das eigentlich beim Finanzamt anmelden, oder? ja gut, nicht wenn, es muss eine gewisse Menge, glaube ich, insgesamt überschreiten, oder? Ich bin da nicht so der Fachmann. Genau. Hilf mir. Ja, also ich weiß die Grenze jetzt auch nicht aus dem Kopf, aber klar, wenn du jetzt, du kannst dann nochmal irgendwie deine Gerätschaften abrechnen, aber wenn es irgendwann halt, sag ich mal, deine Ausgaben massiv übersteigt, die Einnahmen, dann hast du irgendwann eine Grenze über. Ich meine, die liegt irgendwo so bei 400 Euro im Monat oder so. Ich will mich jetzt auch nicht festnageln lassen. Es gibt da eine sehr schöne Folge zu, aus der Rechtsbelehrung. Rechtsbelehrung, ja, ich meine, da war ungefähr diese Grenze mal angedacht, ob das jetzt im Monat war, will ich mir jetzt auch gar nicht festlegen. Also es kommt ja auch aufs Jahreseinkommen. Also sobald du regelmäßiges Einkommen dadurch erzielst, dann wird es schon kritisch, ja. Also ich würde ganz klar sagen, methodisch inkorrekt ist unser Hobby, weil wir können jederzeit damit aufhören. Ich habe da jetzt überhaupt keinen Zwang, alle zwei Wochen in Mikro zu sprechen, aber ich habe eine unheimliche Freude, das zu tun. Und ich glaube, dass, gut, ich gehe auch mit Freude zur Arbeit morgens, aber, ja, die Arbeit wäre schon schwieriger aufzuhören morgen, weil, weil ich dann gewisse Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. Und methodisch inkorrekt ist natürlich ein Hobby, keine Frage. Jetzt muss ich gerade tatsächlich lachen, wo du sagst, ich kann jederzeit aufhören, ich bin nicht süchtig nach dem Mikrofon. Das klingt natürlich genau nach dem Gegenteil. Ich kann jederzeit, ich habe das von unter Kontrolle. Sehr schön. Ja, da hast du natürlich schon recht, wenn man sich jetzt so vorstellt, also irgendwie morgen interessiert das keinen mehr, das wäre schon schade ein bisschen. Also irgendwie diese Regelmäßigkeit mit Reinhard in dem Mikro zu sprechen und auch halt dieser Spaß, den wir da drin haben und der natürlich irgendwie, du kannst ja schwer zurückgehen. Also wenn du jetzt sagst, wir haben jetzt die Anzahl Hörer, wenn die sich jetzt im nächsten Jahr, wenn das nur noch ein Zehntel werden würde, dann würde es ja irgendwie schon so, auch wenn das Thema noch so viel Spaß macht, würdest du natürlich irgendwie sagen, okay, irgendwie scheint das keinen mehr zu interessieren und wahrscheinlich haben wir uns auch irgendwie, haben wir uns jetzt alles erzählt, dann wird es halt vielleicht dann doch irgendwann zu Ende gehen und das wäre dann auch irgendwie jetzt so, wenn ich mir das so vorstelle, wäre das schon sehr, sehr, sehr traurig. Also von daher bin ich froh, dass ich nicht morgen aufhöre, aber im Prinzip rein wirtschaftlich natürlich schon. Das ist gut, also eigentlich schön, die Situation ist doch gut, wenn man diese Freiheit hat, zu sagen, es gibt keinen Zwang, ich kann auch anders, aber man will eben nicht anders. Du würdest damit auch mindestens zwei Hörerinnen unglücklich machen, die jetzt sich gerade im Chat geoutet haben, dass sie zur Feier des Abends ein Linkorrekt-T-Shirt angezogen haben, extra, weil du halt heute auf der Gartenbank sitzt. Eine davon bin ich, muss man aber dazu sagen. Du bist auch Hörerin, oder nicht? Ja, aber das klang, als wären es jetzt zwei sehr weit entfernte Menschen. Okay, also ein nahestehender Mensch und ein nicht so nahestehender Mensch. Okay. Jetzt muss ich parallel natürlich mal eben schnell in den Chat gucken, wer denn noch, wer denn noch ein T-Shirt trägt. Die Westdebü. Ein Fangirl. Oh mein Gott. Von den Verkügtheiten, was du die Bilder kennst. Cool. Ja, finde ich, macht mich jetzt wieder verlegen, aber freut mich sehr. Du wurdest doch, du hast doch, wir haben ja damit auch geworben, dass du T-Shirts geschenkt bekommst von Hörerinnen oder Hörern und du am liebsten dann auch diese Dinge trägst, wo dein eigenes Konterfeier oder zumindest Minkorek drauf ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir mit der Kleidung sozusagen geworben haben. Hast du den was an? Ob ich was anhab? Hast du was an? Ja, natürlich. Nö, wie immer beim Podcast natürlich nicht. Nein, ich habe was an, ja, aber kein, ich habe tatsächlich ein Mithisch-Inkorrekt-T-Shirt an. Das ist jetzt aber wirklich absoluter Zufall. Was, du hast? Ja, genau. Martin, du hast es aber leider gerade verwechselt mit der Inga und der Vera. Wieso? Westdebü ist nicht Verkügtheiten? Genau, Vera ist Verkügtheiten. Zwilling. Ist das Inga? Ja, das ist das Problem. Entschuldigung. Aber Westdebü ist Käsebrot. Das ist ja, wenn die Leute nicht nur einen Namen haben, sondern auch noch zwei Nick-Namen, dann soll man auch, Mensch, ich bin schon alt. Ich bin doch zu den ich höre doch nur zehn Prozent, die das Internet nutzen in meiner Altersklasse. Also bitte. Ja, ja, ja. Inga. Nicht Vera. Okay. Entschuldigung. Ich habe euch ja schon bei der Binkorrekt-100a nicht auseinanderhalten können. Obwohl ich das eigentlich hätte machen können. Da ist mir übrigens aufgefallen an dem Abend, dass es ganz viele Leute in dem Saal waren oder in dem Raum, wo ich die Gesichter kenne und mir aber dann spontan die Namen nicht dazu einfallen. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, das muss dem Nikolas ja irgendwie im Faktor 100 so gehen oder 200. Wie gehst du mit so Situationen um? Also bei Namen bin ich tatsächlich schlecht, aber ich kann mich häufig noch an Dinge erinnern, die die Leute mir mal erzählt haben. Also von daher kann ich die Namensunkenntnis kann ich schön dadurch überspielen, dass ich irgendwelche anderen Anekdoten oder an Gespräche anknüpfen kann, über die ich mit den Leuten mal gesprochen habe. Also irgendwie fällt mir das nicht so schwer, Leute wiederzuerkennen und nochmal wieder einzuordnen. Also vielleicht gelingt es mir nicht immer, aber ich nehme die Leute aber dann auch nicht so übel. Also glaube ich, hoffe ich. Ja, ich selber nehme mir das übel, weil ich die Menschen gerne ernst nehmen möchte und es fällt mir natürlich, also wenn du schon nicht mal mehr den Namen weißt, der dir gegenüber steht, sondern nur, dass er dir entfernt bekannt vorkommt, dann ist das mit dem Ernstnehmen natürlich gleich mal sehr schlecht eingestielt. Also läuft da nicht so gut. Na gut, aber wir wollen ja nicht von mir reden, das haben wir ja gerade schon gesagt. Ich würde gerne nochmal auf die Folge 1 zurückkommen. Da gab es ein Experiment, was mich damals schon total begeistert hat. Ihr habt da nämlich ein Ei explodieren lassen. Und dabei habt ihr... Folge 1 oder 0? 0, 0, Folge 0. Dabei habt ihr Wasserstoff benutzt. Ein Stoff, der relativ selten in den danach folgenden Folgen vorkommt. In der Regel sind es Stickstoff-Experimente, die ihr macht. Aber da war es Wasserstoff. Und hören wir einfach mal rein, was da genau passiert war. Na, richtigen Knopf drücken. Ja, ich würde den Finger jetzt erst wegnehmen, genau. Und dann lasse ich ein bisschen durchströmen. Warte mal. Okay, kommt. Es zischt, es zischt. Jetzt mach mal den Finger drauf. Okay, ich lasse noch ein bisschen rein. Und halt mal zu, dann haben wir noch einen Versuch. Okay, aufs... Genau, Finger noch drauf. Vielleicht sollte ich den Ballon nehmen. Nee, warte mal. Ich mach den jetzt... Ich mach den dicht. Okay. Und jetzt versuchen wir das anzuzünden. Streichholz an. Finger weg. Oh. Okay. Meine Ohren piepen ein bisschen. Oh, guck mal, wie das qualmt hier drin. Wir haben Rauchmelder hier drin, oder? Ehrlich? Ja. Mach mal die Tür auf. Hui. Mein Kabel ist zu kurz. Okay. Das war überraschend. Mach mal kurz die Tür... Achso, da kannst du nicht. Nee, kann ich nicht. Ich mach mal ganz kurz... Mach mal noch... Die Tür noch auf. So, Tür ist auf. Gut. Rauch verzieht sich. Das war... Ja, überraschend. Vielleicht sollten wir mal kurz drüber sprechen, was da eigentlich... So wie es immer bei uns läuft halt, ne? Vielleicht sollten wir mal kurz drüber sprechen, was ich eigentlich erwartet hab, während du hier anfängst, die Eierschalen wegzuräumen, die sich hier überall verteilt haben. Wenn der Reinhardt so lacht, wie er da gelacht hat, dann weiß ich immer, es ist irgendwas komplett anders passiert, als eigentlich hätte passieren sollen. Was war da los? Kannst du dich noch erinnern? Ja, das Experiment sollte eigentlich sein, dass es kontrolliert reagiert mit dem Sauerstoff, der außerhalb des Eis war und dann hätte da so eine kleine Stichflamme rauszischen sollen. Aber, ja, die Luft ist halt reingeschlagen und hat dann halt zu so einer Knallgasexplosion von dem gesamten Wasserstoff geführt in dem kleinen Ei und dann sind halt diese Eierschalen da uns um die Ohren geflogen und das war natürlich schon nicht geplant, aber, ja, aber das ist halt so der Grenzbereich, den wir immer gerne in unseren Experimenten haben. Ich fand das sehr, sehr witzig. Ist denn Wasserstoff so als Experimentalstoff besonders schwierig im Umgang, weil der doch relativ selten vorkommt? Nee, also Wasserstoff benutzen wir quasi täglich in unseren Experimenten, in unseren Plasmen, also im Labor. also ist jetzt kein Gas, was besonders selten wäre oder kostspielig oder wie auch immer, aber also Wasserstoff reagiert halt mit dem Sauerstoff in der Luft. Als Reaktionsprodukt hast du dann Wasser. Das ist noch unproblematisch, aber es wird auch relativ viel Energie frei und diese Energie hast du dann gerade in diesem explodierenden Ei manifestiert gesehen und das kann halt ein Problem sein. Deswegen wäre ich beim Experimentieren mit Feuer und Wasserstoff immer ein bisschen vorsichtig, aber im Prinzip, ja, kannst du schon machen. Ja, es taugt ja auch zumindest in eurem Mindcorrect 100 Jubelchor auf, also das Steigerlied, was wir ja vorhin schon mal thematisiert hatten, das wurde von Linus Neumann umgetextet und es gibt eine Strophe über dich, also es gibt mehrere Strophen über Mindcorrect und über Reinhard und über dich und so weiter und eine bezieht sich ganz genau auf dich und da wird auch der Wasserstoff thematisiert. Das fand ich so besonders witzig und damit sich die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht wissen, wovon eigentlich die Rede ist vom Steigerlied, einen Eindruck verschaffen können, hören wir mal ganz kurz rein. Es gibt nämlich eine Aufnahme, die kann man sich bei YouTube angucken. Und er hat den Wasserstoff bei der Nacht schon angezündigt, schon angezündigt. So, das soll für den Moment reichen. Dieses gemeinsame Singen da, das war wirklich ein Gänsehaut-Moment. Also ich kann da Linus echt nur noch mal gratulieren für diese Idee. Ich unterstelle ihm, dass er das gehabt hat, die Idee, weil alles trägt irgendwie immer seine Unterschrift, was ich da so gesehen habe. das war wirklich irre. Und als er dann fragte, wer kennt das Steigerlied von den 300 Leuten, das waren ja ungefähr nur die Hälfte. Aber dieser ganze Saal hat gesungen aus Leibeskräften. Also das war wirklich ein irres Gefühl. Wie hast du es wahrgenommen? Ja, erstmal muss ich auch sagen, Linus behauptet immer, er wäre gar nicht so eine Rampensau. Also behauptet immer, er wäre gar nicht so gerne auf einer Bühne. Aber ich muss sagen, da gehört schon viel Mut zu. Bei so einer Veranstaltung auf die Bühne zu gehen und 300 Leute zu animieren, zu singen, sogar ein Lied zu singen, was sie vielleicht gar nicht kennen. Ich muss schon, weiß ich, wäre ja wieder so eine Situation, wo ich mich so ein bisschen aus der Komfortzone rausbewegen muss. Also von daher, danke schon mal dafür. Ja, und das Steigerlied ist natürlich schon für mich wirklich was ganz Besonderes, muss ich sagen. Also bei Familienfesten, so wenn der Urgroßonkel oder die Großväter früher irgendwie Jubiläum hatten, Geburtstage gefeiert haben, da war das einfach immer Standard. Irgendwann sind die Herren aufgestanden und die Damen auch und haben das Steigerlied gesungen. Also da ist einfach immer noch, also in dieser Familie, in meiner Familie, ist einfach dieses Bergmann sein, hart arbeiten, ist da einfach tief verwurzelt drin. Dass dann bei so einer Feierlichkeit für mich, also diese 100 Jahre, 100 Folgen Minkorekt, dass dann auch das Steigerlied gesungen wird, ist schon mal sowieso irgendwie Gänsehaut für mich. Dass das dann nochmal umgedichtet wird und dass die Leute da dann auch noch unsere Namen drin verarbeiten, dass das dann auch noch initiiert wird von Leuten, die ich wiederum als meine Idole bezeichnen würde. Also Tim und Linus sind einfach in vielerlei Hinsicht Vorbilder für mich. War natürlich ein ganz besonderer Moment. Also wenn ich jetzt nicht gerade fünf Minuten vorm Auftritt gewesen wäre und eben war nervös bis oben hin, weiß ich nicht, also da bin ich dann schon nah am Wasser gebaut. Das hat mich sehr, sehr gerührt, muss ich sagen. Ja, war ein Gänsehaut-Moment. Also ich habe das auch mit Innenbrunst, also wahrgenommen, auch mit Innenbrunst gesungen und ich fand das so witzig, neben mir eine junge Frau, die hat das auch ganz kraftvoll mitgesungen und die zeigte dann auf, als Linus fragte, wer kennt denn das Lied eigentlich nicht? Und die zeigte die auf, hä, du hast doch gerade hier aus Leibeskräften gesungen, aber es hat irgendwie die Magie des Momentes hat es gemacht. Also das war echt toll. Ja, muss ich auch sagen, also danke den Jungs nochmal, dass die sich da so viel Mühe gemacht haben in der Vorbereitung. Also die haben halt die ganze Geschichte auch zu einem wirklich besonderen Event gemacht. Aber wir bleiben noch einen ganz kurzen Moment bei dem Ei-Experiment, denn das erste Experiment, also das war das erste Experiment, was MinCorrect gemacht hat, es hat auch erst beim zweiten oder beim dritten Ei überhaupt funktioniert, dann etwas anders funktioniert, als es funktionieren sollte. Man könnte sagen, es war nicht ganz korrekt oder man könnte auch sagen, es wäre inkorrekt gewesen und es hat dazu geführt, dass es in der dann folgenden Folge, nämlich der Folge Nummer eins, gleich ein Erratum gegeben hat. Da wurde direkt darauf hingewiesen, dass irgendwas nicht stimmte und da hören wir auch mal eben rein, damit wir die Sache rund kriegen. Aber was heißt, wobei mir wurde Bier versprochen. Oh, da habe ich ein kleines Geständnis zu machen. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, habe ich hier in unseren Sendungsplan eingetragen ein Errata. Ja, habe ich auch schon gesehen. Willst du etwa sagen, wir haben letztes Mal nicht die Wahrheit gesagt? Aber ich würde nicht so weit gehen, dass wir nicht die Wahrheit gesagt haben. Aber getreu unserem Sendungstitel, methodisch inkorrekt. Wollen wir wirklich Sachen richtig stellen? Ich glaube, das wäre nicht schlecht, wenn wir regelmäßig das zu einer Institution machen, dass wir am Anfang gleich mal klarstellen, was wir beim letzten Mal für einen Stoß geredet haben. Dann brauchen wir aber mal einen zweiten Podcast. Meinst du so einen reinen Errata? Ja, methodisch, genau, methodisch inkorrekt Errata. Blöd wird dann nur, wenn die Sendung länger ist als die eigentliche Sendung. Nein, ich glaube, so schlimm hat es uns nicht getroffen in der letzten Sendung. Was haben wir denn falsch gemacht? Ich möchte, also falsch, weiß ich nicht, an einer Stelle haben wir aus verständlichen Gründen sind wir ein bisschen zu knapp geworden. Beispielsweise an der Stelle, als es eine kleine Verpuffung gab hier in unserem Studio. Du erinnerst dich? Ich erinnere mich, ja. Das Piepen hat mittlerweile nachgelassen. Das freut mich sehr. So ein Tinnitus kann ja auch schon mal bleiben. Richtig, richtig. Also um nochmal sozusagen den Recap zu geben, was hier letzte Woche oder vor zwei Wochen passiert ist. Wir haben ein kleines Experiment mit Wasserstoff in Eiern gemacht, bei der es zu einer kleinen, kontrollierten Explosion kam. Die Spuren sind mittlerweile beseitigt hier in unserem Studio. Allerdings, ja, wir waren insgesamt etwas überrascht auch von der Lautstärke dieser Explosion. Und deswegen bin ich unkonzentriert geworden, auch vielleicht wegen der Rauchentwicklung. Kommt zum Punkt. Ich habe vergessen zu sagen, ich glaube, wir haben noch davon gesprochen, dass wir dort eine Knallgasexplosion beobachtet haben. Was ich interessant finde oder was wir, glaube ich, angefangen haben zu erklären, ist, dass das eine Reaktion von Wasserstoff, den wir ja gezielt eingegeben haben. Ich wollte es gerade nicht kontrolliert sagen. Und Sauerstoff gewesen ist. Das Reaktionsprodukt dieser Knallgasexplosion habe ich nicht erwähnt in der Sendung. Das finde ich ein bisschen schade. Habe ich nicht? Nein, habe ich nicht. Ich glaube nicht. Das Reaktionsprodukt ist nämlich Wasser. Das finde ich schon interessant, dass man zwei Gase zusammentut und dann in einer Explosion Wasser erzeugt, die ja dann doch deutlich zu hören war. Hat auch so wissenschaftshistorisch für Aufregen gesorgt, als das irgendwann, weiß ich nicht, 1700 irgendwann mal jemand rausgefunden hat. Ist das so? Ja, wirklich. Ein schönes Beispiel, wie ich finde, wie aus einem relativ einfachen Experiment dann doch eine Menge herausholt, inklusive geschichtshistorischer, ach Quatsch, wissenschaftshistorischer Zahlangaben sozusagen. Es ist sowieso immer wieder faszinierend, dass die scheinbar kleinen Sachen dann doch viel komplizierter sind, auch in der Erklärung komplizierter sind und dann für euch dann auch genug Stoff geben, um daran etwas zu zeigen. Das ist häufig auch bei Experimenten, die für uns fast ein bisschen unspektakulär wirken, wo wir dann unheimlich Feedback kriegen. Also wo dann Leute sagen, oh super, habe ich mit den Kindern gemacht, fanden die Spitze oder ich habe jetzt dummerweise keine Beispiele, kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber es gibt schon mal so Experimente, wo wir am Anfang so denken, ja so richtig haben wir diesmal nix, komm dann machen wir hier dies oder das mal eben, schludern wir dorthin. Aber das sind häufig ganz interessante Experimente, weil wir kokettieren ja auch immer damit, dass wir diese Party-Experimente haben, die du halt auch wirklich auf einer Party mal eben machen kannst. Da steht eine Kerze rum und ein Bierdeckel und dann machst du das Experiment aus Folge 86 oder so. Und das macht glaube ich diese Experimente so toll, weil du die schnell nachmachen kannst, ganz einfach nachmachen kannst oder halt auf dieser sprichwörtlichen Party nachmachen kannst. Deswegen ja, das finden wir auch interessant und beobachten das auch selber quasi, dass wir über ein Thema dann oder über ein Experiment auf irgendein Thema kommen, über das wir uns dann doch etwas länger unterhalten können. Da gab es doch mal diese Löffelglocke, also wo man den Löffel an einen Faden gebunden hat als zwei Fäden. sich die um die Zweigefinger gewickelt hat und dann in die Ohren gesteckt hat. Ziemlich abgefallene Geschichte, aber da kann ich mich erinnern, gab es einige Zusendungen von Hörerinnen und Hörern, die sie zeigten in der Situation, wo sie halt die Finger in den Ohren hatten und mit der Löffelglocke da am Experimentieren waren. Das könnte ich mir vorstellen, wäre ein schönes Beispiel für diese Art von Experimenten, die du gerade besprochen hast. Das ist ein schönes Beispiel dafür und auch so methodisch inkorrekt historisch ein interessantes Experiment, weil das glaube ich zum ersten Mal war, dass wir irgendwie eingefordert, also was heißt eingefordert, aber darum gebeten haben, dass Leute uns Bilder davon schicken, wie sie dieses Experiment machen, weil wir selber schon so albern aussahen und uns gefragt haben, ob Leute genauso bekloppt sind wie wir und Bilder davon ins Netz stellen oder bei Twitter posten oder wo auch immer, wie sie dieses Experiment durchführen. und das ist tatsächlich häufig passiert und passiert immer noch, also gelegentlich bekommen wir noch Bilder, weil Leute ja unsere Folgen auch nachhören und das ist ja für einen Podcast ja immer interessant, wenn er in Kontakt tritt mit seinen Hörern und ganz, ganz lange traut man sich das ja nicht oder man traut sich ja nicht irgendwie so Feedback einzuholen und diese Momente, wo das dann eben passiert, so sagen wir mal bei Hörertreffen oder eben bei so einer Aktion, wo man sagt, so schickt mal Bilder, wie ihr dieses Experiment macht oder wir hatten ja mal diese, das war ja nicht unsere Idee, aber wir haben uns da so ein bisschen draufgesetzt auf dieses, was seht ihr, wenn ihr methodisch inkorrekt hört, wo Leute dann Bilder gepostet haben, das ist unheimlich interessant, weil dadurch deine Hörer erst so richtig real werden. Das ist halt lange Zeit für dich als Podcaster, zum Glück möchte ich fast sagen, halt sehr abstrakt. Du sprichst halt in so einem Mikro und publizierst das dann irgendwo, aber du kriegst halt nicht mit, ob das wirklich einer hört und gut findet oder doof findet. Das lässt die ganze Sache, eben diese Produktion der Folgen halt mit einer gewissen Leichtigkeit passieren, weil du dir da wenig Gedanken machst. Aber es ist dann natürlich doch spannend, wenn du dann genau diese Wand, die da ist zwischen dir und dem Hörer, wenn du die durchbrichst und zwar eben genau mit sowas, wo du sagst, schick mal Fotos oder bei Hörertreffen oder natürlich bei so Geschichten, wo du auf eine Bühne gehst und sagst so, jetzt machen wir das Gleiche wie immer, wir machen unseren Podcast, aber jetzt sitzen da mal 300 Leute bei. Das ist einfach geil, weil da diese Mauer durchbrochen wird und du hast auf einmal ein Feedback, ein sehr, sehr direktes Feedback. Wie ist denn die Interaktion mit den Hörern so überwiegend? Ist das eher eine Fachdiskussion, dass Leute auf dich zukommen und sagen, da hast du aber, keine Ahnung, das ist das Knallgas-Experiment nicht bis zu Ende erklärt und da fehlt ja noch die Auflösung sozusagen. Bitte schieb das mal nach in der nächsten Sendung. Oder ist es dann eher doch so ein Fantum? Jemand hält ein T-Shirt hin und bittet um eine Unterschrift da drauf oder so. Welche Art dominiert denn da eigentlich im Umgang? Dominiert weiß ich jetzt gar nicht, aber wir haben von allem etwas, würde ich sagen. Also wir haben sowohl Leute, die uns korrigieren, das ist aber ganz natürlich, da muss man bescheiden werden. Wenn du eine gewisse Anzahl an Hörern hast, dann hast du immer einen dabei, der über das Thema, über das du gerade redest, viel mehr Ahnung hat als du selber. Unsere Stärke ist ja auch nicht, dass wir irgendwie Fachpersonal auf allen möglichen wissenschaftlichen Themen sind, ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, Reinhard und ich, unser Talent ist, dass wir von allem so ein bisschen Ahnung haben und vor allem die Sachen auch runterbrechen können und zum Teil auch brutal runterbrechen und uns da auch nicht zu fein sind, um halt auch mal so weit runterzubrechen, dass das jetzt einem Hardliner-Wissenschaftler schon so die Fußnägel langsam hochrollt. Aber das ist für uns halt wirklich wichtig, dass wir so weit runtergehen, dass die Themen eben auch verstanden werden, möglichst von allen verstanden werden, die unseren Podcast hören. Also, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Naja, was es eben heißt, wenn man alleine zu Hause sitzt, in einem Mikrofon spricht, man weiß gar nicht, was man erzeugt damit. Du hast es nach dem Feedback, nach dem Art des Feedbacks gefragt. Also von daher, ja, wir werden korrigiert, finde ich auch gut. Finde ich super, wenn das öffentlich im Forum passiert, weil dann profitieren möglichst viele andere Leute davon. Mittlerweile versuchen wir das auch so ein bisschen dann noch in die nächste Folge zu integrieren. Also wenn wirklich, wo wir das Gefühl haben, okay, da kommen Aspekte, die haben wir wirklich übersehen. Also die haben wir nicht bewusst weggelassen, sondern die wussten wir nicht. Dann versuchen wir das zu integrieren. Also finde ich super, wenn wir korrigiert werden. Das ist ein Teil natürlich. Wir bekommen per Mail auch viele Fragen. Also so, was haben wir denn? Also zuletzt, also fast täglich irgendwelche Fragen, wo jemand etwas beobachtet in seiner Umwelt und sich fragt, warum das so ist. Und teilweise übernehmen wir das dann für die Sendung und erklären es da. Manchmal, ich versuche dann auf jeden Fall immer eine Antwort zu geben, also die Fragen dann per Mail zu beantworten. Das ist allerdings auch, kostet viel Zeit so. Da muss ich mir wirklich auch täglich ein bisschen Zeit nehmen. Und dann gibt es natürlich auch genau, wenn du sagst, so Leute, die einfach mal Danke sagen wollen und Briefe schreiben, also tatsächlich echte Briefe schreiben oder halt Mails schreiben. und da sind teilweise Dinger bei, wo du, die mich sehr, sehr glücklich machen, so, weil du, wir waren nie damit angetreten, jetzt irgendwie Bedeutung zu haben für unsere Hörer oder so für Menschen. Wir sind angetreten, weil wir Bock hatten, so ein bisschen über Wissenschaft zu sprechen und ein bisschen Dönekes zu machen. Und wenn Leute dir dann schreiben, ich lag jetzt eine längere Zeit im Krankenhaus und ich habe euch immer gehört, wenn das richtig hart wurde und ihr habt immer gute Stimmung gemacht, so, und ihr habt mich immer wieder aus den Löchern rausgezogen, dann muss ich mich schon mal so einen Moment setzen und dann so das Ganze so in Perspektive setzen. Dann weiß ich nicht, dafür war es nie angetreten, dass dann aber dieser Nebeneffekt ist so, der auch passiert, dass du Leuten was bedeutest, Freude machst, dass du dabei bist, wenn die in Urlaub fahren, wenn die eine Scheißzeit durchleben, wenn die sich beruflich weiterentwickeln. Das kriegen wir auch relativ häufig geschrieben, dass Leute sagen so, ja, ich habe noch mal was gewagt, ich habe noch mal so eine Abendschule gemacht oder Abendstudium oder so Dinge. Einfach so, weil ihr motiviert habt und mir so einen Spaß gemacht habt an den ganzen Sachen. Oder wenn mir junge Leute schreiben so, ja, sie überlegen, was sie studieren sollen und sie haben sich jetzt mal für, weiß ich nicht, Physik oder was auch immer entschieden, so in Richtung Naturwissenschaften. Dann denkst du schon so einen Moment, okay, also das sind eben nicht irgendeine Zahl, die da runtergeladen wird vom Podcast, sondern das sind Menschen und die verbinden damit was. Du bist Teil von deren Leben, ohne dass du das selber wahr bist. Und das macht unheimlich bescheiden irgendwie. Und wenn das irgendwann alles vorbei ist, dann wird das bleiben. Dann werde ich dafür sehr, sehr dankbar sein, dass ich mal, also nicht ich jetzt alleine, aber dass wir zusammen eine Idee hatten, die für die Leuten was bedeutet hat. Ich möchte dich auch so stehen lassen als Schlusswort. Das ist doch einfach so schön jetzt auf den Punkt nochmal gebracht, dass wir das Gespräch mit dir oder über dich sozusagen an dieser Stelle vielleicht zu einem Ende bringen, weil wir sowieso mit dem Blick auf die Uhr so langsam mal rauskommen sollten. Oder habe ich dich jetzt mitten im Satz abgebrochen? Das scheint mir gerade so, das wäre mir sehr unangenehm. Nee, im Prinzip war es das, was ich sagen wollte. Ich bin mit wenig in meinem Leben so zufrieden und ein Begriff, den ich eigentlich nicht oder selten benutze, stolz auf irgendwas. Aber methodisch inkorrekt bin ich schon ein bisschen, bin ich schon sehr, sehr glücklich mit, muss ich schon sagen. Und das ist natürlich schon, ja, hätte ich halt vor fünf Jahren nicht gewusst, dass wir das mal irgendwie so gemeinsam wuppen, Reinhard und ich. Also von daher auch für uns, weil ich jetzt gerade über die Hörer gesprochen habe, die damit dann auch was verbinden, aber auch für uns beide ist das was sehr, sehr Besonderes, was uns als Freunde halt nochmal ganz anders zusammengeschweißt hat. Ich meine, wenn du da irgendwie zitternd hinter so Bühnen gestanden hast, dann schweißt es schon zusammen. Und dass man irgendwie so zwei so Typen Ideen zusammenschmeißen und daraus wird dann so was, was Leuten was bedeutet, ist schon super. Ja, das war's. Kann ich von meiner Seite nur bestätigen. Ich kann auch nur das Wort super herausholen. Es macht einfach Freude, euch zu beobachten, wie ihr interagiert, wie ihr miteinander umgeht, auch in der Verschiedenheit, die ihr eben darstellt. Es ist kein Problem, die Verschiedenheit, sondern es ist eure Stärke, die Verschiedenheit. Und das zu sehen und zu erleben und das vielleicht auch auf andere Bereiche zu übertragen, das ist einfach ein tolles Beispiel, finde ich. Gut. Es gibt noch tausend Fragen. Also ich hätte noch mindestens drei, vier, aber wir haben so einen schönen Bogen gemacht und du hast jetzt gerade dem Ganzen so eine schöne Zensur gegeben. Ich glaube, das lassen wir jetzt auch einfach so stehen. Wir können es nur noch kaputt machen und gehen einfach mal ein Stückchen weiter ins Querbeet. Da kommen wir dann an ein Thema, was du auch ganz kurz angesprochen hattest, gerade schon mal ganz ohr, also die Wissenschafts-Podcast-Community. Da können wir ja dann auch noch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken. Aber Minkorrekt, beziehungsweise in dem Fall sogar Nicolas Wörl, lassen wir jetzt als Person dann einfach mal abgeschlossen. bezeichnen wir als abgeschlossen. Dann kommen wir zum Querbeet, wie gesagt. Was wir gerade schon angesprochen hatten, ganz ober 2017, das Treffen der Wissens-Podcasterinnen oder Wissenschafts-Podcasterinnen fand dieses Jahr in Innsbruck statt. Die Melanie Barthos, unsere Sendegärtnerin, die leider heute verhindert ist, hatte nach Innsbruck eingeladen, an ihrer Universität. Denn Melanie macht einen Universitäts-Podcast. Deswegen vorhin auch meine Frage, ob sich Nicolas und Methodisch Inkorrekt als Universitäts-Podcast empfinden. Melanie macht das im Rahmen ihrer Arbeit für die Öffentlichkeitsarbeit an der Universität Wittenherde. Ach, Wittenherde, das bin ich. Quatsch, an der Universität Innsbruck. Das ist so Automatismus, furchtbar. Zeit für Wissenschaft heißt das Angebot und sie spricht dort mit Forscherinnen und Forschern über ihre Forschungsprojekte und stellt sie aber auch ein bisschen als Person vor. Also ein Stück weit Porträt ist auch in jedem Gespräch mit drin. Wir hatten uns, Nicolas, hilf mir nochmal, war das 2014 zum ersten Mal in der Ganz-Ohr-Truppe sozusagen getroffen. Das sind ungefähr 20, so die Größenordnung, 20 Podcasterinnen, Podcaster, die sich da mal an den Tisch besetzt hatten. Aber du hast ja mal angefangen damit. Ja, ich hatte da, ich meine 2014, kann sein, ja. 14 und 15 in Witten, 16 in Stuttgart und 17 in Innsbruck. Ah ja, tatsächlich. So könnte es gewesen sein. Okay. Das ist, ja, das war so eine Idee. Ich hatte mal eine Veranstaltung gemacht an der Uni, ich bin in Herdecke, deswegen komme ich gerade da drauf, zum Thema Podcasting, so ein Podcast-Tag. Es gab glückliche Umstände, die mir das erlaubt haben, das war 2013. Und dann hat 2014, kam ein externer Impuls von Florian Freistetter, ein Wissenschafts-Podcaster, kennt man vielleicht von Fremdwissenschaft oder von den Sternengeschichten. Der hat dann gesagt, wäre doch mal ganz interessant, wenn alle Leute, die sich irgendwie so mit Wissenschafts-Podcasterei beschäftigen, wenn die sich mal zum Gedankenaustausch finden. Und mit dem Gedanken an die Veranstaltung 2013 im Hinterkopf habe ich gesagt, Florian, ich könnte das hier vielleicht sogar noch mal aufleben lassen, also das Gleiche quasi noch mal. Ich biete dir sozusagen die Universität, den Veranstaltungsort an. Das hat sich dann nicht so gefügt, also Florian hat sich dann nicht dazu gesellt, aber ich habe die Werbetrommel gerührt gehabt und dann kamen einfach viele andere, unter anderem der Nikolas, er auch dazu. Und Markus Völter wurde ja gerade schon erwähnt und dann hatten wir noch ein paar andere Leute da am Tisch sitzen. Das war so ein Eintagesereignis, sehr interessant, sich auszutauschen und seitdem hat sich das jetzt, wie gesagt, zwei Mal in Witten, einmal in Stuttgart, einmal in Innsbruck über vier Jahre hingezogen. Und da haben wir uns jetzt auch wieder getroffen. und das war dann jetzt nicht nur ein Tag, sondern sozusagen anderthalb Tage. Wir haben uns also am Vorabend, nein, wir haben sogar, wie war das denn, wir haben den Samstag, wir haben uns am Freitagabend getroffen, so, wir haben den Vorabend genutzt zum Socializing und haben den ganzen Samstag verbracht und den Sonntagvormittag dann auch noch mit Vorträgen. Melanie hatte noch zwei Wissenschaftler von ihrer Universität dazu eingeladen, die dann einfach aus ihrer Fachperspektive berichtet haben beziehungsweise der Leonard Dobusch hat über die Lizenzmodelle gesprochen, also unter welche Lizenzen kann man seine Werke stellen und was ist vielleicht sinnvoller als anderes und so weiter. War eine sehr interessante Gedankenaustausch. Wir haben im Workshop gearbeitet, ich kann mich jetzt zum Beispiel erinnern, dass Lothar Boding Bauer den interessanten Impuls brachte. Lass uns mal darüber diskutieren, was heißt kritisch sein eigentlich? Dann haben wir eine ganze Stunde über das Wort kritisch sein gesprochen und jetzt vor einer Woche war im österreichischen Rundfunk ein Radiobeitrag von ihm und da hatte er genau das Thema kritisch sein aufgenommen. Das heißt also alles, was wir da diskutiert haben, hat er gleich in seine nächste Radiosendung gebracht. Das war sehr interessant. Niklas konnte es leider nicht dabei sein dieses Mal. Hast du aus der Entfernung irgendwas wahrgenommen, was du vielleicht noch ergänzen kannst zu diesem Kurzbericht, den ich hier gerade versuche zu geben? Ja, also die ganz äußerst bewusst etwas so gewählt, dass jetzt nicht alle Sessions irgendwie gestreamt werden oder mitgeschrieben werden. Deswegen kriegt man eigentlich nicht so viel mit, aber wir von außen, aber wir hatten uns dazu ja auch mal sehr bewusst entschieden. Wir hatten gesagt, wir wollen sehr offen und frei diskutieren und da sollen auch Leute halt Mut haben mitzudiskutieren, die vielleicht noch nicht gewohnt sind, ständig irgendwie in Mikros zu sprechen. War ja glaube ich diesmal auch wieder so, dass auch ganz neue Leute dabei waren, oder? Genau, wir hatten ungefähr vier Teilnehmerinnen oder Teilnehmerinnen, die so bisher noch nicht an diesem Tisch gesessen haben und zwei davon haben auch gar keinen eigenen Podcast, spielen aber mit der Idee, einen ins Leben zu rufen. Wir sind also quasi gekommen mit dem Gedanken, ich kann mir da so ein bisschen Inspiration beziehungsweise technische Informationen holen. Also so wie das die Podcast-Partinnen allgemein machen, da also so Beginnern irgendwie erste Schritte zu erklären oder einfach mal zu sagen, welche Möglichkeiten es gibt, ohne dass man jetzt irgendwie vorgreift, was irgendwie besser oder schlechter ist, was anderes, das müssen die dann eben selber rauskriegen, aber davon hatten wir eben auch welche direkte am Tisch und soweit ich das verstanden habe, hat es auch für sie die erwünschte Wirkung gehabt, dass sie also sagen, aha, okay, ein Teil meiner Fragen ist geklärt, ein Teil meiner Fragen weiß ich, muss ich selber klären, die kriege ich hier nicht vorgekaut, also das hat ganz gut funktioniert soweit. Ja, schön, war sehr schade für mich, dass ich nicht dabei sein konnte, aber beim nächsten Mal dann wieder. Ja, das nächste Mal, es soll tatsächlich in 2018 ein Treffen geben, also die Runde, die da zusammengesessen hat, es gibt übrigens keine feste Runde, also wer immer jetzt meint, ah, das ist jetzt die verschworene Ganzohrgruppe, das ist gar nicht so zu, sondern das sind einfach Leute, die sich irgendwie thematisch da aufgehoben fühlen und jeder, der, jeder und jede, die das Gefühl hat, ach, da könnte ich ja mal die Nase reinstecken, ist herzlich eingeladen, einfach mal vorbeizukommen, wenn das dann nächstes Jahr wieder annonciert wird, wird sicherlich im Sendegate ein Thread zu aufgemacht und dann kann man mal gucken, wo das dann stattfindet, es gibt so verschiedene Optionen, vielleicht nochmal in Österreich, vielleicht aber auch wieder in Deutschland, irgendwo im Süddeutschen oder so, das ist noch nicht so hundertprozentig klar. Mit Mittel-Norddeutschland ist auch im Gespräch gewesen, also da gibt es so verschiedene Optionen, das muss ich aber erst finden, bevor man damit an die Öffentlichkeit gehen kann. Ja, war insgesamt eine schöne Geschichte, also Melanie hat das auch sehr schön organisiert, die Uni hat das auch sehr, wir waren da in so sehr repräsentativen Räumen untergebracht, in dem alten Gebäude, ungefähr 100 Meter vom Golden Dachel, also von dem Wahrzeichen Innsbrucks entfernt, das war sehr witzig, man kam da aus dem Haus raus, ging einmal links rum und dann war man mitten in den Touristenströmen, das war wirklich faszinierend oder mitten in den Musikgruppen, die sich dann am Wochenende dann eben auch unter dem Golden Dachelin gestellt haben. Hoppala, da kommt der Husten und dann irgendwie musiziert haben. War sehr, sehr, sehr schön. Lars war auch dabei, der könnte heute auch noch was dazu erzählen, aber wie gesagt, er ist eben bei der Esa und da ist, da kann der Versendegarten nicht wirklich gegen anstinken und Lars hat mich mitgeschleppt sozusagen, weil er sagte, wenn ich schon nach Innsbruck fahre, dann möchte ich gerne noch da auch mal auf den Berg krabbeln, weil er selber kommt ja aus dem flachen Land und sagte, Berg ist für mich total faszinierend und wir sind einen Tag früher hingefahren und haben dann einen Besuch auf dem Hausberg der Hafele-Kar, also da diese Nordkette sind da hochgefahren und wir haben ein unverschämtes Glück mit dem Wetter gehabt, das war wirklich ein Traumwetter und da oben haben wir noch die Tine Nowak getroffen, das war sehr lustig, Podcaster treffen auf 2300 Metern Höhe spontan, ohne dass das geplant gewesen ist, das war sehr lustig und wir hatten da so einen Spaß, also ganz abgesehen von den inhaltlichen Sachen gab es eben auch genug so einfach menschlich miteinander umzugehen, war eine große Vergnügen und an der Stelle nochmal Dankeschön und Melanie, dass sie das so organisiert hat. Okay, das war ganz Ohr gewesen, oder möchtest du vielleicht noch irgendwas so inhaltlich ergänzen, weil ich jetzt vielleicht noch sehr kurz gewesen bin, Nikolas? Wie gesagt, ich war ja nicht da, von daher inhaltlich ist es schwer für mich zu ergänzen. Ja, die Grundidee vielleicht, das müsste man vielleicht sagen, um die Gelegenheit zu nutzen, es gibt aus dem Ganzohr-Treffen gibt es heraus die Redaktion einer Webseite, eines kuratierten Angebotes, wo eben verschiedene Wissenschaftspodcasts oder Wissenschaftspodcasts Angebote auf eine Webseite gebracht wurden, das heißt wissenschaftspodcast.de oder kurz wispod.de, da stecken wie viele sind wir? Fünf, sechs Leute, so eine Kerngruppe irgendwie, stecken dahinter, klingt jetzt auch so, also die kümmern sich halt mehr oder weniger darum, dass diese Seite so am Leben bleibt und sich auch füllt mit weiteren in die Kuration aufgenommenen Podcast-Angeboten, sollte man vielleicht an der Stelle noch sagen, weil das die Stelle ist, wo man als erstes mal nachgucken kann, wenn man irgendwas zu Wissenschaftspodcasts hören möchte, zum Beispiel auch methodisch inkorrekt, findet man da an der Stelle zumindest Links oder auch sogar kleine Beschreibungen, Steckbriefe von den Macherinnen und Machern und so weiter. Okay, das sei das jetzt, endlich. Jetzt kommen wir zu einem nächsten Thema und zwar Radio Innovation Day ist gewesen 2017 im MIZ. Sebastian, MIZ ist Medieninformationszentrum oder was ist das? Medien Innovationszentrum. Innovationszentrum. Erklär uns doch mal was dazu. Ja, das ist so eine jährliche Veranstaltung, wo sich halt Radiomacher und Macherinnen treffen, um dort mal Innovation zu üben und sich mal darüber auszutauschen, was es für Innovationen gibt. Und ja, mittlerweile gehört ja Podcast da auch ganz stark dazu, zu diesen Modellen. Und unter anderem gab es eine Panel-Diskussion zum Thema Geld verdienen mit Wortinhalten, Podcast als Business-Modell. Da war zum Beispiel die Nele Heise dabei, Christian Bollard von Detektor FM, Nikolas Seemag von 4000 Hertz, Matze Hilscher von der Firma Mitvergnügen, die zum Beispiel unter anderem das Sexvergnügen, glaube ich, machen. Und Dr. Hajo Schumacher war der Moderator der ganzen Runde. Ja, gibt es mittlerweile als YouTube-Wieber Video als Aufzeichnung. Ich habe das letzte Woche live gesehen. Ja, kann man sich anschauen, muss man jetzt aber auch nicht. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass da irgendwie ganz tolle Ergebnisse bei rumgekommen sind. Das ist, ja, es sind ein paar Zahlen gefallen, aber ansonsten ist, glaube ich, ja, ich konnte jetzt selber nicht sehr viel Spannendes da raus entnehmen. Außer, dass ein Matratzenhersteller des Öfteren genannt wurde. Nein, ehrlich? Ja, es war der Gag in der Runde, aber er wurde halt immer wieder genannt und das ging dann mir auch irgendwann echt auf den Keks. Kein Wunder. Ja, also, ja, es war humorvoll gemeint, aber es war schon dann doch ein bisschen überzogen zum Schluss, fand ich. Also für die Stunde, die, ja, man kann sich das anschauen mal, aber man darf da jetzt auch nicht ganz groß irgendwie, die große Business-Idee im Prinzip alles, was wir auch schon in den letzten Sendungen mal zu Business-Modellen gesagt haben, beziehungsweise nachher hast du ja auch noch einen Blütenschatz, der sich damit beschäftigt. Und, ähm, äh, äh, und, äh, ich glaube, ähm, da, ja, kann man sich anschauen, aber ist jetzt kein, kein Must-Have, wenn man unbedingt Podcasten als Business-Modell haben will, aber vielleicht, vielleicht sehe ich das auch aus der falschen, aus dem falschen Blickwinkel. Das weiß man ja leider nie so genau. äh, gestern, oder nee, heute Morgen wurde noch ein neuer Artikel promotet im Netz und da wurden ganz viele Podcasts genannt, die ich, ich glaube, von den zehn genannten kannte ich neun nicht. Und ich habe immer gedacht, ich hätte einigermaßen Überblick, aber das ist genau eine Blase, die mir komplett verschlossen ist. Also, ähm, das irritiert mich zunehmend, äh, dass das von bekannten Podcasts gesprochen wird und ich noch nicht mal weder den Namen des Podcasts noch des Podcast-Machenden gehört habe vorher. äh, irgendwo habe ich das Gefühl, unter einem Stein zu liegen und ich weiß noch nicht genau, welchen Stein ich wegräumen muss, um da auch mal reinzugucken. Also, das ist sehr interessant, das Ganze. Also, die Diskussion fällt mir gerade wieder ein, ging auch halt dann, irgendwann hat sich das auch so darauf manifestiert, wie weit halt Werbung, ähm, ähm, ja, unterschwellig oder halt als, ähm, ja, noch als Werbung zu erkennen ist oder wann nicht mehr und, ja, gerade diese Matratzen wurden als Beispiel da hergenommen und der Christian Wollhaut wurde gefragt, ob er nicht mal, ähm, ja, mit Abmahnungen, äh, äh, Gedanken spielen würde, wenn, äh, solche, ja, nicht identifizierbaren Inhalte als Werbung quasi nicht gekennzeichnet sind, was er dann erstmal verneint hat, dass er jetzt keine Abmahnungen vorhat, aber, ja, ähm, das war so ein relativ langes Thema, worüber diskutiert wurde. Ja, da ist sicherlich noch, noch, noch viel, viel, viel zu sprechen. Äh, wenn man kein Gewerbe macht, aber sich trotzdem das eine oder andere an, wie sagt man so schön, äh, Kleingeld zuwerfen lassen möchte, der berühmte Klingelbeutel, den Holgi ja früher immer so ins Feld geführt hat, als Podcaster, ähm, 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 da gab es ja früher das Angebot von Flatter, also wo man eine gewisse Menge, als, als Hörer, Hörende, eine gewisse Menge Geld einfach in einen Topf geworfen hat und Flatter hat dann aus diesem Topf genommen und es verteilt. Flatter schlief dann irgendwann so ein bisschen ein, war nicht ganz weg, war so unter dem Radar und scheint jetzt aber wieder da zu sein und du weißt dann mehr, Sebastian. Erzähl uns doch was über das neue Flatter. Genau, also das neue Flatter, also so richtig, äh, das neue Flatter habe ich mir noch nicht im Detail angeguckt, aber es gab jetzt schon mal einen Blogpost, ähm, darüber, wie das neue Finanzierungsmodell aussehen soll, äh, bis, also seit 2016, seit diesem ganzen Umbruch hat ja Flatter keine Gebühren erhoben, es waren, glaube ich, damals irgendwie 10 Prozent. Und, ähm, ja, jetzt sind es 7,5 Prozent als monatliche, ähm, Gebühr plus nochmal 9 Prozent, äh, für Zahlungs, äh, ja, als Zahlungsgebühr quasi nochmal obendrauf, als, äh, ja, als Flatrate so gesehen, das heißt also die Zahlungsgebühren werden also nicht 1 zu 1 durchgereicht, sondern tatsächlich, äh, mit so einer Pauschale von 9 Prozent auferlegt, ähm, dass wir damit begründet, dass halt, ähm, ja, Flatter nicht mehr in Euro, äh, als Währung, äh, nimmt, sondern, äh, erst in US-Dollar-Konversierung, was natürlich halt dann, äh, ja, Umrechnungsverluste mit sich trägt, je nach, je nach Stand des Dollars oder des Euros und, ähm, ja, und Kreditkartengebühren werden jetzt halt auf alle verteilt, das heißt, wenn man vorher irgendwie, oder viele SEPA-Überweisungen dabei waren, dann fallen die jetzt quasi nicht mehr ins, äh, ja, dann, dann sind das die Leitrangen, dass man quasi auch die Kreditkartenzahlungsgebühren mit, äh, in diesen 9 Prozent mit reingepackt hat. Also, es ist ein bisschen schade und ich, ja, mittlerweile ist wohl, glaube ich, heute, das habe ich noch nicht gesehen, aber es ging gerade eben auf Twitter noch rum, äh, dass wohl auch irgendwie so ein Plug-in geplant ist, womit halt irgendwie automatisch getrackt wird, ähm, welche URLs man aufruft, ähm, auch das aus Datenschutzgründen, ähm, ja, etwas, was halt, ähm, ja, schwierig wird. Also, ähm, es sieht nicht danach aus, als wenn sich Fletter mit diesen Schritten jetzt irgendwie großartig einen Gefallen tut gerade. Ja, das ist ja irgendwie schade. Man hat das Gefühl, die kommen nicht so richtig, also, die haben viele Ideen, aber so richtig zündet das anscheinend nicht, ähm, warum auch immer. Also, ähm, naja, wie du gerade schon sagtest, ähm, die, die Finanz, äh, Transaktionen da richtig zu handhaben, scheint ein schwieriges, äh, Geschäft zu sein, genau. Ja, mittlerweile habe ich auch schon so gehört auf Twitter, also Libera Pay erfreut sich da besserer Beliebtheit bei dem einen oder anderen Podcast oder Podcasts. Das ist das französische Angebot, oder? Genau, das, ähm, halt wirklich nur die Zahlungsgebühren durchreicht und, ja, ansonsten halt SEPA-Überweisung, das ist natürlich, äh, die beste Methode, weil es in der Regel kaum Kosten erzeugt, ähm, erfordert natürlich, äh, dann vom Podcast oder von der Podcasterin, dass man seine Bank, äh, ja, seine SEPA-Nummer halt veröffentlicht, ähm, dafür, aber. Nikolaus, kann man beim Methodischen Inkorrekt per SEPA-Überweisung spenden? Äh, ja, kann man, ähm, wir geben das gerne raus, wenn wir danach gefragt werden, aber wir haben das jetzt nicht auf unserer Webseite oder so. Aber, also, das ist auch wirklich interessant, ne, wo ich im Moment ein Problem sehe oder damit auch hab, ist, äh, dass halt unheimlich viele Plattformen auftauchen, wo du, äh, diese Mikrozahlung machen kannst. Also, ich hatte tatsächlich neulich einen Tag, wo, wo mich drei Leute angeschrieben haben mit drei unterschiedlichen Plattformen, äh, warum, wenn, ob wir denn auch darüber nachdenken würden, dort Zahlungen zu ermöglichen. Ja, an denen hab ich dann auch geschrieben, ja, das Problem für uns ist ja natürlich, wir können, das kannst du nicht bespielen alles, ne, also, äh, das wär, in gewisser Weise wär's schon schön, wenn sich irgendwie so ein, so ein Dienst wie, wie Flatter oder, you name it, durchsetzen würde. Aber, ähm, dass das alles so, äh, zerfasert ist, ähm, und zum Teil ja auch mit unterschiedlichen Konzepten, wo du dann dir überlegen musst, äh, ähm, wo kommst du jetzt besser weg, wo kommst du schlechter weg, äh, das macht die Sache natürlich schon irrsinnig schwierig. Und, 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 undurchsichtig und, und wie gesagt, das kostet ja auch alles Zeit, ne, äh, die wir besser in, in die Sendungen stecken könnten, als da irgendwie wie zehn Plattformen zu bespielen, wo man uns, äh, dann 30 Cent zu, zuschickt. Herr Tobi Bayer hat das im letzten Realitätsabgleich ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Also, wenn es dir darum geht, möglichst viel Geld zu verdienen, dann musst du natürlich da sein, wo die Menschen sind und möglichst viele dieser Kanäle öffnen. Das war so seine Theorie. Wenn es nur darum geht, äh, quasi ein, 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 ein Angebot zu machen und, ähm, es nicht so wichtig ist, dass du die maximale Anzahl an, an Supportern hast, dann kannst du dir quasi, äh, den, in Anführungszeichen Luxus erlauben, ein oder zwei solcher Kanäle aufzumachen. Und alle anderen, die dann diese Kanäle nicht nutzen wollen, die verlierst du dann sozusagen. Das ist so ein bisschen der, der, der Ausgleich, den er da angedeutet hatte. Fand ich, äh, ganz interessant, den Gedanken. Ja, aber ist das so, dass du, ähm, also sagen wir mal, du hast einen Hörer und der will dir Gutes tun, der will dir was spenden. Musst du dem, äh, die Plattform anbieten? Also, ist das nur gewillt, über eine Plattform dir was zu spenden? Oder wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, ich biete aber Flatter nicht an, aber du hättest die Möglichkeit, alle paar Monate mir was über Direktspende, äh, zu schicken. Wenn es ihm so wichtig ist, äh, dann macht er das doch auch über die, die, den Kanal, den du anbietest, oder? Oder gehen dir da so viele Leute durch die Lappen, weil du ihm nicht, äh, die, die Plattform seines, äh, seiner Träume da vor die Füße legst? Wäre jetzt auch mal ein Gedanke gewesen, dass, wenn man wirklich spenden will, dass man den, den Weg dann findet. Natürlich ist es wahrscheinlich bequem, erstmal den Weg anzufragen, über den man alle anderen Spenden vielleicht auch gerade verteilt. Ist natürlich einfacher, aber, ähm, auch so ein Dauerauftrag ist ja schnell angelegt. Das ist ja wirklich kein, kein Akt, ne, ähm, das, das zu machen. Und wenn dann wirklich dem, von der Spende auch genug ankommt, das sollte ja auch dem Spender oder der Spenderin ein, eine Herzensangelegenheit sein, dass da jetzt nicht irgendwie Zahlungsgebühren en masse oder Währungsumrechnungen entstehen. Also das ist ja, das, ne, bringt ja nur die Plattform so gesehen erstmal und viele Verwaltungsgebühren und Aufwände dazu. Und, ähm, ja, der Mehrwert ist ja relativ, also klar, das, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob so eine Plattform diesen Mehrwert bietet an der Stelle oder halt nicht. Ja, da haben uns auch ganz viele Leute dann geschrieben, ne, die, die, die Direktüberweisung machen, äh, dass die eben genau uns unterstützen wollen und eben nicht, äh, die, die Plattform. Ich glaube, äh, Holgi und, äh, Tim hatten da auch ein bisschen Lobbyarbeit geleistet, die hatten da, glaube ich, auch ein bisschen drüber diskutiert, ähm, wo denn am meisten für den Podcaster dann abfällt, wirklich von dem gespendeten Geld. Ähm, und klar, das meiste ist natürlich Direktüberweisung, ne, da bist du, abgesehen davon, dass du halt irgendwie dem Finanzamt, ähm, äh, noch vorstellen musst, äh, kommt erstmal alles bei dir an. Ja, gut, das musst du bei den Plattformen auch, aber da wird es halt ein bisschen aggregiert, ähm, da hast du es halt vielleicht nur eine Überweisung im Monat und halt nicht zig Kleinspenden, das ist klar, äh, das ist auch natürlich, je nachdem, wie man das dann bucht oder was man halt überhaupt selber für einen Buchhaltungsaufwand betreibt. Also klar, wenn man selber schon selbstständig ist, dann ist das wahrscheinlich weniger Aufwand, aber wenn man das auch schon teilweise durchautomatisiert hat, ich, es gibt ja mittlerweile On-Mass-Buchhaltungssoftware, die halt automatisiert alle, ähm, Zahlungseingänge mit einem Klick dann wegbuchen kann und, ähm, dann ist das auch kein Drama mehr, äh, aber ja, mhm, das stimmt, das, äh, das ist auch nochmal ein Punkt, ja. Ja, jo, okay. Aber klar, also, lass mich noch ein Wort, wäre natürlich schon schön, eine Plattform zu haben, die, äh, die, die noch einfacher machen würde, also so ein, äh, so ein, so ein Podcatcher, wo ich, äh, in dem Moment, wo ich einen Podcast höre und, und diese Momente, die wir ja alle immer haben bei Podcast hören oder, oder regelmäßig zumindest haben, wo wir so denken, oh, das war jetzt hier so ein Moment, der hat mich weitergebracht, da hab ich jetzt was gehört, äh, da hab ich, so hab ich die Welt noch nie gesehen und, und, und da hab ich was gelernt. Und, dass du dann sofort auf den Knopf drückst, ne, und so, so sagst, okay, hier geht ein Euro mal in die Kasse, ähm, von den Jungs oder von den Mädels, die, die mich ja gerade weitergebracht haben, über, weiß ich welche Mechanismen, das wäre natürlich schon schön, klar. Ja, das würde sicherlich auch, äh, zu mehr Impulsspenden führen, keine Frage, je geringer die Gehürden sind, desto besser, ähm, da ist sicherlich noch Spiel, also, keine, keine Frage. Ja, wobei das dann auch wieder schwierig, äh, geworden ist, also Flatter war ja mal eine Zeit lang, glaube ich, in der Podcast-App und dann wurde es halt verboten, weil es halt ein alternatives Zahlungsmodell zu, zu Apple zum Beispiel war. Okay, ja. Und dann, äh, musst du das irgendwie mit Inner-Purchase machen und dann wird das halt auch wieder schwierig, dann, das geht bestimmt irgendwie, aber da wirklich einen gemeinsamen Nenner zu finden, das, das könnte wirklich schwierig werden, ja. Ja, gut, aber es gibt ja genug Optionen, also vielleicht kristallisiert sich über die nächsten Jahre noch was heraus, also Libera Pay fand ich jetzt wirklich bisher die spannendste und humanste Option nehmen, direkt spenden. Ja, ich teile, äh, Nikola, das Eindruck, dass da ganz viel jetzt plötzlich entsteht und dieser Markt der Dienstleister, äh, erst noch im Aufbau ist, also ich denke, es wird in nächster Zeit noch viel mehr Neugründungen geben von Dienstleistern, die sich plötzlich, äh, finden und anbieten und danach erst wird es eine Marktbereinigung, wo die ein oder andere wieder zurückziehen, weil sie merken, dass ihr Konzept nicht aufgeht und vielleicht bleiben dann ein paar wenige große Player übrig, die dann genau dieses, dieses eine Ding irgendwie, äh, anbieten, bei dem man dabei sein möchte. So ist meine Theorie. Aber es ist natürlich auch klar, dass jetzt die ganzen, äh, Plattformen auftreten, ne, denn die, äh, die Inhalteanbieter werden halt auch immer, äh, differenzierter so, äh, also die, ähm, ähm, vor, vor 30 Jahren war es halt, waren es die großen Medienhäuser, die Inhalte angeboten haben, die hast du halt bezahlt durch, äh, dein Abo von, äh, von deiner Illustrierten oder deiner Zeitung oder durch, ähm, durch die, ähm, GZ-Gebühren. Lesezirkel, genau. Ähm, und da war ganz klar, wer, wer das Geld, das waren die großen Medienhäuser so und die, dieses System ist ja auch im völligen Einsturz, ähm, also, ich meine, wir sind Produzenten, alle, wie wir hier sitzen, ähm, Leute, die Blogs schreiben, sind Produzenten und, äh, Produzenten von hoch, äh, also qualitativ hochwertigen, ähm, Erzeugnissen, sei es seine Podcasts oder Texte, oder, oder Videos. Und klar, also, wenn, wenn jetzt plötzlich jeder, ähm, ähm, hochqualitative, äh, Inhalte produziert, ähm, dann, dann willst du natürlich, dann, dann wird dir dieses ganze Spiel neu, äh, aufgestellt, ne? Und dann, dann hast du natürlich auch, äh, die Leute, die auftauchen und sagen, pass mal auf, äh, wie wird denn jetzt das Geld verteilt, was vorher in ganz klare Kanäle lief, äh, wird jetzt nochmal völlig anders verteilt. Und da hast du dann natürlich ganz klar die Mittelsmänner, die sich dazwischenwerfen und sagen, okay, wir helfen euch beim Verteilen, aber dafür wollen wir dann auch was abhaben. Also, genauso wie diese, 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 äh, Inhalte Produzenten gerade, wie dieses Gewerbe im völligen Umbruch ist und in gewisser Weise auch eine Goldgräberstimmung, äh, da ausbricht, gibt's das natürlich auch beim Verteilen von dem Geld. Also, das wundert mich jetzt nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir wieder zurückkommen zu einem, zu, zu einem Status, wo ganz klare, große Player gibt. Weiß ich nicht. Weiß auch nicht, ob man sich das wünschen würde. Also, ich meine, äh, Sebastian hatte gerade das Beispiel mit dem, mit Apple, ne? Die dann irgendwie so sagen, nö, also, äh, In-App, ähm, 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 Flatter machen wir nicht, äh, das, da haben wir keine Kontrolle mehr dann drüber. Aber, äh, ist ja scheiße, ne? Weil dadurch ist dieses, dieses Feature halt uns abhandengekommen. Ähm, ähm, und irgendwie sowohl die Produzenten als auch die Hörer, äh, haben ein schönes Feature, äh, verloren. Aber gut. Ulrike, nutzt du irgendwelche solche Dienstleister? Also, ich hatte immer Flatter eingebunden, aber als da jetzt so viel im Umbruch war und ich gerade auch irgendwie mit Masterarbeit und so nicht den Kopf hatte, mich da wirklich reinzudenken, was das jetzt für mich bedeutet, hatte ich, glaube ich, bei mir jetzt das Plugin von Flatter einfach mal rausgeschmissen. Ich meine, ich produziere auch gerade nichts, äh, da fände ich sowieso blöd, wenn mir dann noch einer was in den Hut wirft. Ähm, habe ich dann erstmal weggenommen. Also, wenn ich jetzt wieder weitermache, müsste ich mir halt mal überlegen, was ich, äh, da einbinden will. Aber da denke ich mich dann rein. Ja, äh, kann ich du ja natürlich verstehen, aber auf der anderen Seite, ich meine, du hast das Zeug ja mal produziert und wenn das jetzt jemandem, äh, gefällt und der da einen Wert drin sieht, ähm, hättest du schon das Anrecht darauf, dass die Leute dir dafür auch was spenden. Aber, also, du solltest nicht so ein schlechtes Gewissen haben, weil du mal eine Zeit lang nichts produziert hast, wollte ich damit sagen. Du weißt doch gar nicht, wie sich das anfühlt. Krass, das möchte ich, das würde ich auch nicht ertragen. Genau. Genau deswegen. Das wäre, als würde er bei Wasser und Brot daher darben. Ach, wo wir gerade von Brot sprechen. Es gibt eine lustige kleine Kurzmeldung von Tim Prittler, nämlich, dass eine Episode von seinem CEE tatsächlich inzwischen 100.000 Mal downgeloatet worden ist. Das finde ich eine ziemlich interessante Zahl, äh, weil sie einfach so groß ist, so, so ziemlich groß ist. Ähm, na klar, für eine öffentlich-rechtliche Produktion sind 100.000, äh, Zuschauer oder Downloads vielleicht, nicht so nennenswert, aber für den, ähm, Independent-Podcast CEE, den er da gemacht hat, äh, sicherlich schon. Und das ist mal eine Erwähnung wert, finde ich, also an 100.000 muss man auch erstmal rankommen. Und ich finde es, äh, ich finde es in, deswegen auch besonders nennenswert, weil wir über diese Folge schon mal ganz unabhängig von irgendwelchen Downloadzahlen gesprochen hatten. Ähm, in dieser Folge wird nämlich über das Brot machen, selber Brot backen berichtet. Und der Sebastian hatte uns irgendwann mal erzählt, dass er, seit er diese Folge gehört hat, selber auch unter die Brot, äh, Bäcker gegangen ist. Also da hat man, da diese, diese Folge hat also tatsächlich auch, äh, in diesem Sinne ein Leben verändert. Wenn man so pathetisch schreiben möchte. Ja, genau, es fehlt hier jede Woche, also gut jede Woche ein Brot aus dem Backofen. Ja. Ja, super. Ja, und die ist offenbar, äh, sehr beliebt und geht halt herum und ist die erste, so wenn ich den Tweet von Tim richtig deute, ist es die erste Episode aus seinem Stall, die, äh, diese Anzahl erreicht hat. Und, super. Ja, man kann immer sagen Glückwunsch dafür. Schön. Jetzt werden wir etwas wissenschaftlich. Da haben wir genau den richtigen Menschen mit dem Nikolas hier an Bord und Ulrike ist ja auch vom Fach. Ähm, es geht um die Online-Studie von ARD und ZDF. Der Sebastian hat sich da mal ein bisschen näher mit beschäftigt. Was hast du da rausgefunden? Achso, ich habe, äh, eigentlich nur herausgefunden, dass diese Studie veröffentlicht wurde. Okay. Existenz und Eindeutigkeit wurde gezeigt. Genau, also ich habe mich jetzt nicht mit der Studie an sich, äh, intensivst beschäftigt. Es sind wohl, äh, es sind halt Zahlen drin, man mag es kaum glauben. Und, ja, sie sind anders zum letzten, ja, und, ähm, das kann man sich jetzt anschauen. Ähm, ja, äh, die wurde im Sendegate. Äh, ich glaube, heute auch gepostet erst, ähm, und, ähm, ja. Worum geht's denn eigentlich? Also ich, äh, hab jetzt ein bisschen, ich hab ja gar nicht so mitverfolgt, weil ich ein bisschen... Genau, also da geht's um Nutzung zum Beispiel von Audioanwendungen ist da drin. Ähm, das heißt also, welche Audioinhalte werden online, äh, zum Beispiel konsumiert? Wie hat sich der Prozentsatz verändert? Ähm, wie werden Radioprogramme gehört? Ähm, 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 also alles, was der öffentliche, rechnliche Bereich da an Zahlen hat, wird da so ein bisschen verwurstet, äh, im Online-Bereich. So verstehe ich diese Studie. Und, ja. Ja, also wie viel Musik wird zum Beispiel über YouTube konsumiert? Äh, sind da Zahlen drin? Und, also es geht, das ist jetzt, und Audio-Podcasts sind halt auch ein Punkt, der da drin ist, ähm, wobei es da verschiedene, ähm, ja, Bereichsausschnitte gibt. Also je nachdem, was man sich halt anguckt, welche Bevölkerungsgruppen und so weiter. Also schon sehr detailliert aufgelistet und aufgesplittet in dieser Studie, aber, ähm, ja. Was lernen wir denn da draus? Also kann ich, muss ich die Zielgruppe neu definieren, oder? Also, ja, es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn du jüngeres Publikum ansprichst. Buh. Buh. Ja, weil ich glaube, da hat sich der Anteil von, äh, ab 14-Jährigen irgendwie von 11 auf 13 Prozent, äh, erhöht bei Audio-Podcasts. Oh, okay. Und zwischen 14 und 29 von 23 auf 27 Prozent. Ja. Ich sah aber so eine handschriftliche Tabelle von der Nele Heise, wo sie die, äh, über drei Jahre so die Zahlen hingeschrieben hat und dann, äh, bei zwei dieser Zeilen stand irgendwie plus minus null. Also da hat sich gar nichts geändert. Das war ganz interessant. Das war relativ stabil. Also was, was, den Ausschnitt, den sie da aufgeschrieben hatte, ich weiß gar nicht mehr genau. Genau, es gibt da verschiedene, äh, Nutzung von Audio-Anwendungen, also verschiedene Kategorien. Ich hab das jetzt auch nicht auf dem Schirm. Das war auch im Sendegate schon Diskussion, dass da verschiedene Zahlen irgendwie drinstecken, die man interpretieren kann. Ähm, ja, äh, genau. Also bei dem einen Punkt, äh, da ist eine Grafik von Audio-Podcast-Nutzung, genau, äh, bei den mindestwöchentlich genutzten Podcasts zum Beispiel bewegt sich die Zahl weiterhin konstant bei vier Prozent. Okay. Also hier wird im Chat auch nochmal drauf hingewiesen, dass wir, äh, auf Nele Heises' Twitter-Timeline gucken können. Nele hat sich da, äh, wohl intensiver mit auseinandergesetzt und einige Sachen zusammengetragen. Und, äh, vielleicht haben wir es ja auch bald mal als Gästin im Sendegaten, da können Sie direkt fragen. Genau, vielleicht sollten wir das notieren. Genau, gleich mal aufschreiben. Alles klar. Äh, dann sind wir durchs Querweed durch. Haben wir alles oder haben wir was vergessen? Nö, diesmal nicht. Super. Dann kommen wir zu den Dingen, die in der Zukunft liegen, nämlich zu dem Blühkalender. Und das ist ja seit einiger Zeit, äh, Larsens, äh, Aufgabe, die er sich selber gestellt hat, die Termine zusammenzutragen. Nun ist er ja heute, wie wir gerade schon mehrmals gesagt haben, gar nicht da, weil die ESA ihn gerufen hat. Aber, der gute Mann hat vorgebaut, er hat uns einfach einen Audio-Beitrag gemacht. Hallo allerseits, hier ist der Lars. Leider kann ich heute Abend nicht dabei sein, deswegen gibt's diesmal die Termine aus der Konserve. Der Termine kommen wie immer aus dem Termin-Wiki im Sendegate. Und hier sind die Termine bis zum Jahresende. Am 13. Oktober geht's los mit dem Treffen Nummer 9 des Podcast-Meetup Österreich. Veranstaltungsort ist der Coworking Space Sektor 5 in Wien. Getroffen wird sich von 18 bis 21 Uhr. Das Subscribe geht am 27. Oktober los, aber am Abend vorher, also am 26. Oktober, veranstaltet das Podcast-Meetup München ein Pre-Subscribe-Meetup. Der genaue Ort wird Anfang Oktober bekannt gegeben, aber die Zeit, die steht schon fest. Das Treffen findet statt, wie gesagt, am 6. Oktober und dann von 19 bis 23 Uhr. Die Veranstalter bitten bei Interesse um eine kurze Rückmeldung, zum Beispiel per Twitter an, den Account Podcast-MUC. Schon angedroht gerade, jetzt kommt das eigentliche Subscribe. Vom 27. bis zum 29. Oktober, wieder in den Räumen des Bayerischen Rundfunks in München. Die Internetseite unter subscribe.de, die verrät alles weitere, was man wissen muss. Den 14. Pottappler-Stammtisch gibt's auch, am 2. November in Frankfurt am Main. Und zwar in der Gaststätte zur Stahlburg in der Glauburgstraße 80. Los geht's um 19 Uhr. Mit dem Pottappler geht's dann auch weiter. Es gibt einen Workshop-Tag am 11. November von 9 bis 19 Uhr. Das findet statt im Institut für neue Medien am Frankfurter Osthafen. Und kurz vor Jahresende, vom 27. bis zum 23. Dezember, ist der nächste Chaos-Communication-Kongress, der 34C3, dieses Jahr an der Messe Leipzig. Das war's für dieses Mal schon mit den Veranstaltungen. Links zu den einzelnen Terminen gibt's wie immer im Termin-Wiki im Sendegate. Dankeschön, Lars. Total klasse, dass wir auf deine Stimme heute dann doch nicht verzichten müssen. Vielen lieben Dank und nochmal alles Gute da in Holland und für morgen spannende Gespräche. Es gibt noch einen Termin, der ist offenbar nach dem Redaktionsschluss in die Liste geraten. Und zwar geht es um die Night of the Pods. Das ist, man könnte es so sagen, die Day of the Podcasts für die Personal Podcaster. Also da treffen sich halt Personal Podcaster und machen über eine längere Zeit, es war mal ursprünglich gedacht, eine ganze Nacht. Jetzt beginnt es aber nachmittags um 13 Uhr, glaube ich. Man macht also von 13 Uhr bis in die Nacht hinein. Alle 30 Minuten stellen sich neue Podcasterinnen und Podcaster vor mit ihren Angeboten. Und das gibt es nun auch schon zum dritten, vierten, fünften Mal, glaube ich. Ich bin gar nicht ganz sicher. Irgendwo hat es mir aufgeschrieben. Fünfte Ausgabe, genau da. Es war zunächst die Frage, ob es überhaupt weitergeführt wird. Nach der vierten Ausgabe hatten die Organisatoren so ein bisschen Ermüdungserscheinungen. Aber dann, wie es so ist, dann hat sich die Community gefunden und gesagt, nee, 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 das ist gut, das machen wir weiter. Und hier gibt es den offiziellen Trailer dazu. Es ist vorbei. Ja, Night of the Pods, es wird die letzte Night of the Pods sein. Und es wird nie wieder so sein, wie es war. Ja, wir haben uns dazu durchgerogen, dass wir das nicht auf Eis legen, die Night of the Pods-Geschichte. Doch was soll jetzt geschehen? Wie wird es mit allen Podcastern weitergehen? Wird das das Ende für den Podcast in Deutschland sein? Nein, anscheinend nicht. Am 11.11. im Jahre 2017, ab 13 Uhr, wird es wieder losgehen. Die fünfte Night of the Pods steht in den Startlöchern. Anmeldefrist ist bis zum 4. November, wo sich alle Podcaster, die wollen, anmelden können. Vorausgesetzt ist es genug Platz im Terminplan. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf raucherbalkon.de unter notp. Komm auch du und werde ein Teil von Night of the Pods. Und ich werde durch den Chat gleich korrigiert. Es sind nicht nur Personal Podcaster, die sich da treffen bei Night of the Pods, sondern eben auch alle anderen, die sich gerne oder ihr Angebot einmal vorstellen dürfen. Es sind in der Vergangenheit, in den vier Ausgaben vorher, überwiegend Personal Podcaster gewesen. Nach meiner Wahrnehmung. Ich habe da reingehört und es waren relativ viele dabei. Deshalb ist dieser Eindruck entstanden. Aber es ist nicht ausschließlich gedacht. Also jeder, der einfach ein Angebot hat, was er mal vorstellen möchte, kann sich da bei Night of the Pods, also bitte raucherbalkon.de und dann muss man einmal gucken, da gibt es einen Link, n-o-t-p, weiter informieren und anmelden. Die Anmeldung läuft, glaube ich, noch 11.11 Uhr. 11 Uhr, 11 hätte ich gesagt, aber nein, es ist 13 Uhr, wenn es da losgeht. Okay, damit haben wir diese Termine durch und wir kommen in den Bereich der Setzlinge. Die Setzlinge, das sind wieder Angebote, die völlig subjektiv und wertfrei ausgewählt worden sind. Sie sind willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt bei uns gelandet. Also darin streckt keine Wertung, es ist nicht besser oder schlechter als irgendwas anderes, sondern wir wollen einfach nur darauf aufmerksam machen. Und wir fangen an mit dem Angebot Flurfunk, das uns der Sebastian vorstellt. Genau, da ist jetzt die Nullnummer rausgekommen, da besprechen Leonard Lesner und Ludger zusammen, jetzt also in der ersten Nullnummer so ein bisschen, worum es in diesem Podcast gehen soll, nämlich um sinngetriebenes Arbeiten, Kommunikation und Führungsarbeit. Ja, ich kann auch nochmal so einen kleinen Auszug aus dem Sendikate-Beitrag, weil er auch noch weiterhin mit Podcaster und Podcasterinnen für diesen Podcast sucht, die auch immer wieder mal als Gäste oder Gästinnen auftreten, können mal kurz vorlesen. Ich möchte den Flurfunk-Podcast starten, weil ich einige Menschen kennengelernt habe, die in ihrem Job unglücklich sind. Einige sind frustriert, andere haben innerlich gekündigt. Wenn es sich tatsächlich um meine Kolleginnen handelt, tut es mir sehr leid, dass sie in so einer Situation sind. Da ich aber nicht mit jedem eine Therapiesitzung machen kann und mir selbst noch Erfahrung fehlt, wünsche ich mir manchmal einen Podcast, der das übernimmt. Und an dieser Stelle geht noch ein bisschen weiter, aber soll dieser Podcast quasi eine Lücke füllen. Und wer sich da jetzt zum Beispiel in diesem Bereich gut auskennt, der sollte mal im Sendegate schauen. Wir verlinken das und kann sich dazu melden. Und wir haben ja auch noch einen Ausschnitt mitgebracht, der das Ganze auch nochmal aus den eigenen Worten der beiden erklären kann. Hallo und herzlich willkommen beim Flurfunk-Podcast. Heute mit der 0. Folge und heute im virtuellen Studio der Leonid Letzner und... Mit Ludger. Hallo. Hallo Ludger. So, wir sind zu zweit über... Vielleicht kennt ihr das hier mein Studio-Link verbunden und wir werden heute die 0. oder 1. Folge... Aufnehmen die eigentlich die 0. Folge des Podcasts ist und euch so ein bisschen erklären, wieso, warum wir den Podcast überhaupt gestartet haben, was unsere Idee dahinter ist oder meine Idee und Ludger's. Und wir werden schauen, ob die auch übereinstimmen und dass ihr so ein bisschen uns kennenlernt. Ja. Also die Ideen stimmen auf jeden Fall nicht überein. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Okay. Das ist gut. Versuchen wir, versuchen wir einen Kompromiss zu finden. Nee, Kompromisse sind blöd. Wir reiben uns aneinander. Wir machen so einen Streit-Podcast, wo wir die ganze Zeit versuchen, dass der eine gewinnt. Genau. Genau darum geht es. Also auch wenn man wirklich unterschiedliche Ideen hat und so weiter. Also in dem Podcast geht es ja grundsätzlich um Arbeit, um erfüllendes Arbeiten, um ein gutes Arbeitsklima, was jeder beeinflussen kann. Mir geht es um diese Themen. Ich habe mich damit immer wieder bei der Arbeit bei uns befasst und festgestellt, dass es da noch gewisse Verbesserungspotenziale gibt. Und für mich, das sei das andere rausgelesen, rausgefunden, ausprobiert. Das hat auch ganz gut funktioniert. Es gibt auch jede Menge Podcasts zu diesen Themen. Und mal hier, mal da habe ich irgendwas rausgepickt, was mir geholfen hat. Und ich dachte, ich könnte das, was für mich funktioniert hat, aus meiner Erfahrung dann irgendwie wieder auf eine Tonspur legen. Und dann kann das jemand schon so komprimiert vielleicht übernehmen. Ja, perfekt. Und ich bin der Abnehmer. Also ich bin der Nutznießer. Deswegen bin ich eigentlich dabei, dass du mir das alles mundgerecht lieferst und ich mich sozusagen ins gemachte Nest setzen kann. Ich freue mich ganz besonders, die Stimme von Ludger zu hören. Das ist nämlich ein Patenkind meinerseits. Und an dieser Stelle ganz herzliche Grüße an Ludger und schön, dich am Mikrofon zu hören. Dann haben wir einen weiteren Blüten... Ach, ein Blütschatz. Hier kommen wir erst noch einen Setzling. Und zwar ist es unser lieber Podcast-Kollege Daniel Messner. Der hat sich was Neues ausgedacht. Nikolaus, magst du das erzählen? Oh, im Prinzip ja. Warte, ich muss kurz. Er hat nämlich quasi ein... Wie sagt man das bei Serien? Wenn aus einer Serie noch... Ein Spin-Off, genau. Zu seinem eigentlich Stammpodcast, kann man sagen. Helft mir mal eben. Ich habe gerade... Zeitsprung. Zeitsprung, genau. Stormgrass. Ja. Och, mein Gott. Ja. Daniel und... Richard. Richard Hemmer, genau. Och, weiß es. Den ich auch begeistert höre. Aber er hat sich was Neues einfallen lassen. Und zwar genau, wie gesagt, als Spin-Off. Nämlich den Rückpass. In dem Fall geht es nicht um Geschichten aus der Geschichte, sondern es geht um Geschichten aus der Fußballgeschichte. Und das ist natürlich für mich als Fußball-Fan etwas Besonderes, weil ich habe mal irgendwie vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren mal angefangen, mich für Fußballgeschichte zu interessieren. Also wie hat sich der Fußball überhaupt entwickelt? Also sowohl in Deutschland, aber auch europäisch oder ganz immer allgemein in der ganzen Welt. Also wie hat sich das Spiel entwickelt? Wie kommt man als erstes mal auf die Idee, einen Ball in die Mitte zu legen und zu sagen, wir schießen jetzt mal Tore. Und dann zu überlegen, okay, was sind so die ersten Strategien oder was waren die ersten Regeln und wie haben die Regeln dann das Spiel beeinflusst? Und ich glaube, es geht jetzt nicht nur um das Spiel an sich, also die Regeln oder die Taktik, wie man Fußball spielt, sondern auch einfach Geschichten aus der Fußballgeschichte. Also wann war man das erste Mal im Stadion? Und ja, das finde ich schon, ich glaube, Fußball ist insbesondere im Ruhrgebiet ein Stück der Kultur und da freue ich mich auf die nächsten Folgen. Also die erste ist jetzt gerade draußen. Die heißt, glaube ich, auch irgendwie so die Anfänge des Fußballs in Deutschland, wenn ich mich nicht täusche. Und die war schon mal klasse. Die ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es so bleiben soll, aber die ist ganz gut produziert, also auch so mit Stimmung. Also er ist an Orten und man hört so ein bisschen Hintergrundgeräusche. Und also ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist. Also er hat auch Interviewpartner, das heißt, da muss man ja auch die Gespräche zusammenschneiden. Hat mir super gefallen. Ein weiterer Fußball-Podcast in meinem Podcatcher. Aber ich mag natürlich Daniel auch, also von daher bin ich natürlich vorher schon gebiased. Jo, und jetzt hören wir einfach mal zwei Minuten rein, wie sich das anhört, wenn er das macht. Ich bin in Bahnfeld, Hamburg-Altenau unterwegs und befinde mich jetzt an dem Ort, an dem am 31. Mai 1903 das Finale der ersten deutschen Fußballmeisterschaft stattfand. Das Finale beschritten haben der VfB Leipzig und der DFC Prag. Das Spiel endete mit 7 zu 2 für Leipzig, nachdem Prag nach 22 Minuten in Führung gegangen war und beide Mannschaften nach dem Leipziger Ausgleichstreffer mit einem 1 zu 1 Unentschieden in die Halbzeitpause gingen. In der zweiten Halbzeit wurde es dann eindeutiger und der VfB Leipzig wurde damit zum ersten deutschen Fußballmeister. Das Stadion, die Exerzierweide, die gibt es heute nicht mehr. Aber wo 1903 eines der beiden Tore stand, steht jetzt ein Gedenkstein, der an das Finale erinnert. Ja, und genau da stehe ich jetzt. Was es damit auf sich hat, werden wir im Laufe dieser Episode noch klären. Ich glaube, dass so viel Spannung an einem Abend fast kaum mehr verträglich ist für Nerven und Gemüter. Und damit herzlich willkommen zur ersten Episode von Rückpass, einem Podcast über die Geschichte des Fußballs. Ich bin Daniel Messner, at Messner mit SZ auf Twitter und Rückpass ist ein Podcast-Spin-Off. Nämlich vom Geschichtspodcast Zeitsprung, den ich gemeinsam mit Richard Hämmer mache. Wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und mit Fußball kann ich den Richard nur sehr wenig begeistern. Und da habe ich beschlossen, das Zeitsprung-Universum um ein Format zu erweitern. Fußball ist voll von Anekdoten, Geschichten und spannenden bisweilen tragischen Ereignissen und Schicksalen. Und in diesem Podcast geht es um alle Facetten der Vergangenheit des Fußballs. Alles, was den Fußball geprägt hat, auf und neben den Platz. Ja, da ist sicherlich einiges zu holen für jemanden, der sich tatsächlich dafür interessiert. Tuck und weg. Ich laufe aber nicht weg, weil ich den dritten Setzling vorstellen möchte. Und zwar hat das eine etwas kuriose Geschichte. Letzten Freitag war in Essen angekündigt das Pott Ruhr-Podcaster-Treffen des Ruhrgebietes. Und das wird ja von Thorsten Runte organisiert, beziehungsweise Thorsten Runte macht ja auch den Podcast-Verein und das fließt da alles so ein bisschen zusammen. Und Thorsten hatte offenbar über Facebook gefragt nach Teilnehmern an dem Abend und dort keine Response bekommen. Also das hatte sich einfach keiner gemeldet, der da hinkommen wollte. Und daraufhin hat er dann diesen Termin abgesagt. Das hat er Freitagmorgen herumgeschickt auf Twitter. Und Lars und ich, wir hatten uns schon vor Wochen verabredet, uns an dem Tag eben da in dem Unperfekthaus zu treffen. Aus Anlass des Pott Ruhr. Und waren etwas überrascht von der Absage und haben dann einfach gesagt, ja, jetzt haben wir uns den Abend eh freigenommen. Dann fahren wir trotzdem dahin und dann quatschen wir halt so für uns. Wir haben ja immer genug zu erzählen. Dann machen wir eben Pott Ruhr für uns alleine oder wir treffen uns einfach nur so. Jetzt war das aber wohl so, dass die Absage beim Unperfekthaus nicht vollständig angekommen war. Jedenfalls stand auf einem Tisch dort in dem Saal, wo normalerweise das Pott Ruhr stattfindet, auch so ein Aufsteller. Da stand eben drauf, hier Pott Ruhr um 19 Uhr. Der Saal war aber leer, bis auf eine Person, die da hinten in der Ecke saß und so vor sich hin kodete scheinbar. Und da haben wir gedacht, naja gut, das ist ein zufälliger Gast, der hat da nichts mit zu tun. Aber so gegen halb acht ist Lars nochmal rübergegangen und hat den Herrn angesprochen. Und dann stellte sich fest, der war tatsächlich für Pott Ruhr gekommen. Und dann hatten wir also einen Podcaster da, den Hanno aus Essen, der sich einfach mal so ein bisschen mit Podcastern auseinandersetzen wollte und zusammensetzen wollte. Und der fand jetzt also nur Lars und mich vor. Und dann haben wir halt zu dritt den ganzen Abend oder den restlichen Abend dann geschnackt und so erzählt. Und der Hanno hat uns unter anderem erzählt, dass er den Wahl-O-Cast-Podcast macht. Das ist kein Setzling mehr, weil es schon neun Episoden gibt. Das ist mehr so ein Steckling. Aber ich denke, man könnte an der Stelle trotzdem nochmal sehr darauf aufmerksam machen. Da geht es darum, die Wahl-O-Maten zu vergleichen, die es in den vergangenen Jahren gegeben hat. Beziehungsweise grundsätzlich die Wahl in Deutschland, in den Ländern, im Bund und so weiter als Prozess oder als Ablauf, als Methode zu beschreiben. Also was ist da zu beachten? Wie läuft das eigentlich ab? In dem Gespräch habe ich mich ganz oft erinnert gefühlt an das, was Ayuvo uns hier erzählt hat, als er bei uns auf der Gartenbank gesessen hat, der ja auch Wahlvorstand in einem Wahlkreis gewesen ist. Wir haben über die Auszählung gesprochen und so weiter. Das hat Hanno da auch alles nochmal mit uns durchgesprochen. Das ist einer von zwei Podcasts, die er macht. Der andere kommt aus dem Chaos, wie nennt man das, Erfakkreis Essen. Aber dieser Wahl-O-Cast, den wollte ich euch heute einfach mal vorstellen. Die haben einen Claim, der heißt, wir unterhalten uns über die Wahl-O-Maten. Der vergangenen Wahlen und vergleichen sie mit denen der kommenden. Ich spiele mal was aus der Nullnummer vor. Die ist vom April 2017. Da hat es die Bundestagswahl, die wir jetzt hinter uns haben, natürlich noch nicht gegeben. Und deshalb sprechen Sie auch darüber in der Zukunftsform. Herzlich willkommen zum Wahl-O-Cast. Das ist jetzt hier ein neuer Podcast, den wir starten wollen. Das wird die Nullnummer. Und ich stelle uns drei hier, die wir hier zusammengekommen sind, mal vor. Ich bin der Hanno. Ich komme aus dem Wurgebiet. Bleiben wir erstmal dabei. Und höre schon was länger Podcasts. Und es ist halt jetzt die Idee aufgekommen, mal auch einen Podcast aufzunehmen. Und damit wollen wir heute hier starten. Ich bin der Mathis. Ich komme eigentlich vom Niederrhein, aber wohne auch im Ruhrgebiet. Und genau, höre gerne Podcasts. Und bin ganz gespannt, wie das jetzt hier so ist. In so ein Mikrofon reinzuquatschen ist schon ein bisschen strange. Aber okay. Hallo, mein Name ist Christian und ich schließe mich meinen beiden Vorrednern an. Ich komme auch aus dem Ruhrgebiet. Und habe mich der Truppe angeschlossen, um mal zu schauen, wie man Podcasts macht. Ja, die Idee, die wir jetzt für dieses Format entwickelt haben, ist, wie gesagt, es soll Wahl-O-Cast heißen. Und derzeit steht die Landtagswahl in NRW bevor, 2017, in einigen Wochen. Und man kann die, es ist noch nicht veröffentlicht, der aktuelle Wahl-O-Mat, der Bundeszentrale für politische Bildung. Aber man kann die Wahl-O-Maten der vorherigen Wahlen bis 2002 zurück im Internet aufrufen, herunterladen komplett. Und die Idee ist jetzt, in den folgenden Folgen mal, zunächst mal den Wahl-O-Maten von 2012 von der Landtagswahl NRW durchzuklicken. Und die verschiedenen politischen Ansichten, die wir so haben, zu vergleichen, die einzelnen Punkte, die der Wahl-O-Mat aufwirft, die Thesen, ein bisschen zu diskutieren. Und am Ende dann sozusagen unser Endergebnis zu vergleichen und mal zu gucken, wie die Parteien sich dazu verhalten haben. Und das dann in weiteren Folgen in Beziehung zu setzen zu den anderen Wahl-O-Maten. Also zum Beispiel eben den Wahl-O-Maten für die jetzt kommende Wahl 2017. Und dann darauf folgend möglicherweise auch noch die Wahl-O-Maten für die Bundestagswahl von 2013, glaube ich. Und die dann folgende Bundestagswahl im September 2017 eben auch. Ja, soweit ein Ausschnitt aus Wahl-O-Cast. Ihr hattet im Methodisch-Inkorrekt-Podcast auch über einen Wahl-O-Cast gesprochen, ein Wahl-O-Cast aus der Perspektive der Wissenschaft. Hatte das irgendwas damit zu tun? Ich meine, der Hanno hätte gesagt, er hätte mit euch Kontakt aufgenommen oder irgendwas. Gab es da irgendeine Querverbindung oder ist das gar einer Zufall gewesen? Ja, die hatten uns mal angeschrieben, ob wir uns vorstellen könnten, da eben auch aufzutreten und die Fragen zu besprechen quasi. Aber ich habe mich damit wirklich schwer getan. Also ich finde die Idee super. Ich finde den Podcast von den beiden auch gut. Und ich finde es super interessant, anderen Leuten dabei zuzuhören, wie die über diese Themen sprechen. Für mich ist es schwierig. Das sind ja hochkomplexe Fragen mitunter. Ich leide auch immer so ein bisschen unter dem Wahl-O-Mat. Weil es gibt halt, ich benutze den auch oder ich mache den auch gerne, aber anonym für mich. Und dann kann ich eben mal schnell sagen, Daumen hoch, Daumen runter. Aber die Fragen sind halt zum Teil unglaublich komplex. Also da wird zwar nach Ja oder Nein gefragt, sind sie der Meinung, dass Ja oder Nein. Aber da steckt ja viel hinter. Und eigentlich muss ich viel abwägen bei den meisten Fragen. Und auf die meisten Fragen bin ich überhaupt nicht vorbereitet. Und könnte eigentlich immer nur sagen, so wie meine naturwissenschaftliche Art ist, mir fehlen Informationen. Ich muss mir erst mal diese Informationen beschaffen, bevor ich dazu was sagen kann. Weil uns Naturwissenschaftler wird völlig abtrainiert, mal einfach so impulsiv zu sagen, Ja, nein, ich glaube, klingt vernünftig. Deswegen könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendwie vor laufendem Mikrofon da einfach so spontan reinzusprechen. Ich finde es super, wenn die Jungs das machen. Ich finde es super, wenn ich zuhören kann und mir daraus dann meine eigene Meinung aggregieren kann. Aber ich möchte nicht der sein, der da völlig im Nebel rumtapst und andere sagen dann, okay, ich muss mich besser informieren zu dem Thema, bevor ich genauso wie der Typ da völlig uninformiert meine Meinung abgib. Also von daher klingt das jetzt für mich nicht in Frage. Aber den Podcast und die Idee finde ich spitze. Und wir haben da den Podcast gemacht, da hieß der Wahl-O-Mat, hieß Science-O-Mat und das waren die wissenschaftlichen Aussagen der Parteien. und die wollten wir uns mal angucken. Und eigentlich, da wir dann dachten, okay, wir machen es aber nicht so, dass wir unsere Meinung zu jedem Thema dann da ausbreiten, haben wir gesagt, wir füllen das Ding so aus, wie es möglichst wissenschaftsfeindlich ist. Aber irgendwie auch das hat nicht so richtig funktioniert. Also ich war mit dem Abschnitt in unserem Podcast dann nicht so ganz glücklich. Aber okay, das passiert auch mal. Also das hört sich ja eigentlich ganz okay an. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das irgendwie auffällig gewesen wäre. Warum bist du nicht so glücklich? Weil du was gesagt hast, was du nicht hättest sagen wollen? Nee, nee, ich hatte das nur so irgendwie als so einer eher lustigen Abschnitt im Podcast empfunden. Oder so war es geplant, so wir gehen das mal lustig durch und kreuzen alles möglichst wissenschaftsfeindlich an. Und dann kommt dann irgendwann eine Partei raus, die wir eh doof finden. Und dann lachen wir herzlich drüber und dann wartet. Aber irgendwie habe ich dann so während des Ausfüllen, so während des Darüber Sprechens habe ich gemerkt, irgendwie sind mir die Fragen alle zu wichtig, um das hier alles so albern runterzuziehen. Ich glaube, der wurde ganz gut rezipiert. Der wurde dann auch nochmal von Philipp Banse tatsächlich aufgenommen und hat tatsächlich im Radio gespielt, unser Abschnitt davon. Von daher bin ich dann darüber wiederum ganz glücklich, dass wir diese Aufmerksamkeit erreicht haben. Aber ich weiß nicht, das ist ja manchmal so, du kommst aus so einer Aufnahme raus und denkst so, ach irgendwie, das hat nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Ja, aber gut. Ja, man muss ja auch nicht mit allem zufrieden sein, wäre ja auch komisch. Dann gäbe es ja keine Möglichkeit mehr, sich zu weiterzuentwickeln, ganz klar. Was Hanno in dem Gespräch allerdings sagte, fand ich, das widerspricht so ein bisschen dem, was du sagtest. Ich muss mich erst lange und breit und extrem gut damit auseinandersetzen, bevor ich mir eine Meinung bilden kann. Hanno war der Meinung, man dürfte auch durchaus aus dem Gefühl heraus antworten und aus dem Gefühl heraus entscheiden, ohne dass man jetzt wirklich in der Lage wäre, die einzelnen Fakten zu belegen oder so. Das fand ich eigentlich eine interessante Einstellung, weil ich das normalerweise auch immer so höre wie du, das gerade beschrieben hast. Bevor ich mich entscheiden kann, muss ich mich ganz lange mit allem auseinandergesetzt haben. Und das ist ja, wenn man das ehrlich nimmt, für Normalbürger fast gar nicht leistbar, sich mit all den Sachen tatsächlich auseinanderzusetzen. Wir entscheiden ja letztendlich tatsächlich aus dem Gefühl heraus. Exakt, deswegen hat Hanno natürlich im Prinzip damit recht, dass die meisten Wahlentscheidungen werden aus dem Bauch heraus getroffen. Also das kannst du mir, das will man wahrscheinlich gar nicht wissen, wie viele Leute das Kreuze wirklich irgendwie aus rationalen Gründen irgendwo machen oder wer alles sagt so, Merkel muss weg oder wer sagt einfach aus dem Bauch raus, die alte Frau ist mir sympathisch, soll so halt weitermachen in dem Fahrwasser. Von daher, das kann ich schon verstehen, aber ich will halt nicht derjenige sein, der irgendwie in dem Podcast zitiert wird mit dem Satz, weiß ich nicht, steuern hoch oder steuern runter und dann kommen alle an und sagen mir dann in den Kommentaren, ja, wie kannst du sowas sagen? Hast du mal an die Randgruppe gedacht oder hast du mal an denen gedacht? Ich meine, Politiker sein ist auch ein Scheißjob. Du musst immer anwägen, du musst immer viele Leute enttäuschen und so knapp mehr nicht enttäuschen, damit du gewählt wirst. Damit könnte ich wahrscheinlich auch nicht umgehen. Also von daher, klar, ich finde es super, wenn die das aus dem Bauch heraus entscheiden und daraus dann dieses Gespräch wird und vielleicht dann in dem Gespräch sogar der Partner sagt, so wie kannst du das sagen? Hast du mal an das und das gedacht? Und dann ändert sich vielleicht eine Meinung oder die ändert sich nicht. Nur ich will nicht derjenige sein, der da uninformiert irgendwie so seine Meinung ins Mikro schreit. Das ist einfach nicht meine Art, aber das ist wahrscheinlich eher ein Problem, was ich mit mir habe. Oder eben kein Problem mit Michael im Rhein. Ich finde auch, du musst gar kein Problem mit haben. Ich kann das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe da auch mal reingehört bei dem Wallocast und wie die sich da unterhalten haben, sind durch zu dritt und gehen dann einfach die Thesen durch. Und ich habe genau das gemacht, was du beschrieben hast. Ich habe mir einfach angehört, was das Argument ist und teilweise konnte ich damit nicht so wirklich viel anfangen, aber teilweise konnte ich auch sofort sagen, nee, Moment, das sehe ich aber anders. Da habe ich aber eine andere Vorstellung von und plötzlich war ich in mir selber in so einer Debatte. Das fand ich ganz interessant, was das auslösen konnte. Das war richtig gut. Okay, das ist der Wallocast und das war der dritte von drei Setzlingen, die wir heute vorstellen wollen. Damit schließen wir die Setzlinge ab und kommen zu weiteren Podcasts, nämlich den Blütenschätzen. Die Blütenschätze sind ja Sachen, die uns einfach in der letzten Zeit besonders aufgefallen sind, wo wir irgendwie gemerkt haben, oh, das ist aber toll, das hat mich irgendwie bewegt, angesprochen. Das kann ein Podcast sein oder eine Episode eines Podcasts. Das kann aber auch irgendwas anderes sein. Das kann ein Ereignis sein, ein Blog-Eintrag. Irgendein Erlebnis, was man am Ententeich gehabt hat. Keine Ahnung. Wir haben einfach mal wieder rumgefragt, was es für Blütenschätze gibt und heute fangen wir einfach mal mit unserem Gast an. Du hast einen Blütenschatz mitgebracht, der auch mit Ganzohr zu tun hat, von dem wir gerade schon gesprochen haben. Was ist das? Da musst du mir wahrscheinlich nachher von erzählen, was das mit Ganzohr zu tun hat, wobei es im Rahmen von Ganzohr dann auch auf mich irgendwie eingeprasselt ist. Offensichtlich nämlich ein Podcast, der sich im Rahmen von Ganzohr gefunden hat, aber eigentlich kein, zumindest nicht knallhartes, wissenschaftliches Thema ist. Nämlich der Podcast, die drei Schweinehunde, oder drei Schweinehunde heißt der Podcast. Und der ist von Helmü, TJ und Stefan. Die wollen anfangen zu laufen, also ihren inneren Schweinehunde überwinden. Und die drei werden quasi gecoacht von Steve, wobei Steve mir unter dem Namen Stefan Dillinger mehr bekannt war. Aber ja, die sind, ich hoffe, ich tritt jetzt keinem von den dreien zu nah, aber sind jetzt noch nicht so die ganz begnadeten Läufer. Aber sie haben irgendwie die Notwendigkeit in ihrem Leben gefunden, dass sie sich mehr bewegen wollen. Und die haben sich auch ein relativ ambitioniertes Ziel gesetzt. Nämlich sie wollen den Halbmarathon in München 2019 laufen. Also ziemlich genau jetzt in exakt zwei Jahren. Und wir sind in der Lage, die drei dabei zu beobachten. Die wollen so alle drei, vier Wochen, da sind sie sich noch nicht so einig, das diskutieren sie in der Episode 1, wollen sie senden und eben besprechen, wie es so läuft, also wie ihr Training läuft, wie Gewichtsreduktion ist bei vielen Thema, wie sie vorankommen. Und ich glaube, das könnte sehr, sehr spannend werden, weil, glaube ich, viele, den Wunsch haben, sich mehr zu bewegen. Und ich glaube, die drei machen sich da auf eine Reise, die von Erfolgen, aber auch von Misserfolgen gezeichnet werden wird. Und dass wir das so mit beobachten können, wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ich bin da gespannt drauf. Also ich mag grundsätzlich, hier höre ich in letzter Zeit relativ viele Sportpodcasts. Und das ist einer, den ich sicherlich weiter verfolgen werde. Die erste Folge hat mir schon ganz gut gefallen. Reden auch ein bisschen über Technik so. Welche Pulsuhren sind für sie interessant? Welche Bedeutung haben Sportklamotten für sie? Welche Software benutzen sie, um ihre Läufe zu tracken? Da gibt es eine Plattform, die nennt sich Strava. Strava ist so eine Sport... Also gibt es auch als App, aber gibt es auch als Webseite, wo Sportler ihre Radfahrten vor allem und ihre Läufe loggen. Und da gibt es dann auch Gruppen und man kann sich da mit Leuten befreunden sozusagen und folgt denen dann und sieht ihre Trainingsfortschritte. Und die drei Schweinehunde haben auch eine Strava-Gruppe aufgemacht, die drei Schweinehunde. Da sind schon einige Leute drin. Ich bin da unter anderem auch drin. Ich weiß gar nicht, womit ich die Ehre hatte, da beizutreten. Aber ja, jetzt kann man da eben mitverfolgen, wie die trainieren. Welche Umfänge, wie weit sie laufen, wie schnell sie laufen. Und das wird, glaube ich, ganz spannend. Ich bin auch mal sehr gespannt. In der Tat hat sich das also mit ganz Eure insofern nur zu tun, dass die dann am selben Ort, am selben Tisch gesessen haben, als diese Idee geboren wurde. Ich habe ihnen dann lustigerweise so hinterhergerufen, also im Scherz hinterhergerufen, dann müsst ihr auch eure Blutwerte also quasi veröffentlichen, sodass wir eben auch irgendwas zum Angucken haben, irgendwelche Grafen oder so, die man dann diskutieren kann. Ich bin auch sehr gespannt. Aber du hast schon gesehen, es gibt schon die ersten Grafen. Es gibt schon Gewichtskurven, BMI-Aufzeichnungen von Stefan, die veröffentlicht wurden, wo du schon mal angucken kannst, wie die letzten Jahre bei ihm gelaufen sind. Und wie gesagt, bei Strava siehst du im Prinzip, kannst du all das sehen. Du siehst bei den letzten Läufen, wo war der Puls, wie hat sich der Puls entwickelt über die letzten Monate, also der Ruhepuls, beziehungsweise der Belastungspuls. Also da kriegst du, glaube ich, mehr Daten zu sehen, wenn es dich denn wirklich so interessiert, als du analysieren kannst. Als ich überhaupt sehen möchte. Ja, genau so. Also entstanden ist die Idee tatsächlich, bei irgendeinem Abendessen nach einer Portion Pommes frites mit Mayo und bei einem Bier. Das sind immer die Momente, wo man auf solche Ideen kommt. Genau. Und sie haben tatsächlich den Rekorder mitlaufen lassen. Die Tonqualität ist jetzt nicht ganz so gut, aber ich glaube, den entscheidenden Moment haben wir dann doch hier zum Hören dabei. Aber was hat man jetzt eigentlich? Das musst du ja auch aufnehmen. Ja, das ist genau die Frage. Also wir versuchen, 2019 einen Halbmarathon zu laufen, oder wie? Ja, wir suchen dann noch den passenden im Lauf der Zeit. Das können wir ja irgendwann im Lauf des nächsten Jahres suchen. Aber die Definition ist, 2019, wir laufen jeder einen Halbmarathon. Nicht ein Drittel eines Halbmarathons und zusammen einen. Genau, aber wir treffen uns vielleicht an einem und laufen zusammen alle einen Halbmarathon. Genau. Okay. Das veröffentlichen wir als Statement, als Nullnummer. Ja, das haben wir gehört. Ja, ja, genau. Man hört so ein bisschen, dass ihnen die Konsequenz dessen vielleicht an dem Abend noch nicht bewusst war. Ich würde auch denken, naja, aber wer weiß. 2019 ist ja noch eine Weile hin, aber man braucht echt Kraft, den inneren Schweinehund zu überwinden. Insofern ist der Titel natürlich gut gewählt. Ich hoffe, die halten durch. Und mit durchhalten meine ich jetzt gar nicht mehr so sehr ihr Sportprogramm hinsichtlich des Marathons, sondern ich hoffe, sie halten durch mit dem Senden und auch dem Versenden von Misserfolgen. Weil ich glaube, viele Sportpodcasts sind halt immer so überfitte Leute, die immer nur davon sagen, wie einfach und erfüllend es ist, wenn man auf seinen Triathlon hintrainiert und 15 Stunden in der Woche nach der Arbeit noch an Training runterreißt. Und so ist es eben nicht. Und wenn die hier mal so ein ehrliches Bild aufs Training bringen, denn ich meine, die sind zum Teil noch nie gelaufen und die laufen auch langsam, weil sie einfach langsam laufen müssen, weil sie gerade erst anfangen. Und ich glaube, das kann vielen Leuten auch Hoffnung machen. Also zu sagen, okay, das tut am Anfang einfach auch weh und das dauert, bis die Gelenke sich daran gewöhnt haben, wenn man einfach mal 15 Jahre keinen Sport gemacht hat. Deswegen setze ich eine gewisse Hoffnung in diesen Podcast, in dem weiten Feld der Sportpodcasts. Sehr schön. Wir werden das mit Interesse weiter verfolgen. Jetzt fragen wir mal die Ulrike. Ulrike, was hast du denn für einen Blütenschatz? Ich habe, wie du mir vorhin kurz mitgeteilt hast, denselben wie Lars rausgesucht. Und zwar, den habe ich glaube ich schon das öftere Mal erwähnt vom lieben Björn, den Hobbyquerschnitt, seinen Podcast und zwar die aktuellste Folge. Die hieß mit, was war das? Mit Handbike und Wampe über die Alpen. Ja, mit dem, genau, auf Handbike kam ich gerade nicht. Mit Handbike und Wampe über die Alpen. Da haben sie echt dreieinhalb Stunden eine Episode aufgenommen. Er, seine Liebste und sein Physiotherapeut sind mit dem Handbike über die Alpen geradelt und unterhalten sich einfach dreieinhalb Stunden darüber, wie es gelaufen ist. Und Björn hatte ja auch mal erzählt in seinem Podcast, dass es ihm eigentlich auch schwerfällt, sich richtig lange auf was zu konzentrieren. Und deswegen finde ich es noch umso cooler, dass sie diese Folge dann auch so durchstrukturiert und auch so langanhaltend dann alles beschrieben haben. Der muss da richtig Spaß dran gehabt haben. Und finde ich, also ich bin noch zu 90 Prozent durch, aber hört sich richtig gut. Ja, ich habe es ja auch gehört und da gibt es ja so Situationen, wo man denkt, oh, jetzt müssen sie aber umkehren und dann gehen sie weiter und dann wird es immer schwieriger und noch schwieriger. Aber es ist eine sehr schöne Folge. Und wir hören mal eben, was Lars dazu sagt. Hier ist nochmal der Lars und ich habe noch einen kleinen Blüten-Schatz beizusteuern. Und zwar ist das vom Hobby-Querschnitt-Podcast, die Episode 10. Die heißt Mit Handbike und Wampe über die Alpen. Der Hobby-Querschnitt-Podcast wird ja aufgenommen von Björn Schulz, der ja nun, so kommt der Titel jetzt zustande, im Rollstuhl sitzt. Und der ist mit einem Handbike und Rollstuhl über die Alpen gefahren, begleitet von seinem Freund und Physiotherapeuten Daniel. Der ist dann, wenn ich es richtig verstanden habe, Rennrad gefahren. Auf jeden Fall Fahrrad. Björns Partnerin Gabi ist mit dem Auto gefahren und hat Support gemacht. Hat also Material transportiert, hat ihm geholfen, wenn es nötig war, hat die Sachen mit den Hotels vorbereitet und so weiter. Und die sind halt gefahren, alle zusammen, von Innsbruck nach Venedig, wobei sich Gabi dann eben mit dem Auto ein bisschen abtrennen musste und alleine fuhr. Ja, diese Episode 10 ist über dreieinhalb Stunden lang und alle drei Beteiligten erzählen in dieser Episode so ein bisschen, was sie erlebt haben und wie das so funktioniert hat, wie die Vorbereitungen waren, was schiefgelaufen ist, was total toll war und so weiter. Und das Ganze ist so lockerflockig erzählt, dass mir also nicht langweilig wurde. Und das ist einfach eine schöne Geschichte und deswegen ist das mein Blütenschatz für heute. Dankeschön, Lars. Auch in Abwesenheit, besonders du bist ja gar nicht abwesend, wie wir gerade im Chat sehen, bist du ja doch irgendwie anwesend. Das macht diese moderne Technik, das ist ja toll. Vielen Dank und vielen Dank auch an Ulrike für diesen schönen Blütenschatz. Sebastian, hast du auch einen Blütenschatz? Nee, ich muss heute passen. Alles klar. Also ich habe gedacht, ich hätte den gelöscht, wie eingangs gesagt habe ich manchmal, tippe ich manchmal irgendwie Sachen und jetzt habe ich gerade Angst gehabt, ich hätte deine Karte gelöscht. Nein. Okay, du hast Mut zu keinem Blütenschatz und ich bringe mit einen Blütenschatz, der ist vom Jörn Schaar, den kennen wir vom Jörn Schaars feinen Podcast. Der hat aus Anlass des International Podcast Day am 30. September eine Sonderfolge gemacht. Also Jörn Schaar ist normalerweise ein Personal Podcaster. Ich verwende jetzt mal diesen Begriff wieder, auch wenn er so unscharf ist. Also er erzählt einfach aus seinem Leben, was er mit Afterarbeit erlebt hat, wo er in den Urlaub hingefahren ist und so weiter. Also in seinem Jörn Schaar feinen Podcast. Er macht auch noch andere Angebote, da macht er was anderes, aber in diesem Angebot macht er normalerweise, erzählt er von sich, aber aus Anlass des International Podcast Day hat er sich sozusagen ein Thema vorgenommen und zwar hat er ein Thema weitergeführt, was wir hier im Sendegarten angefangen hatten, nämlich über die Monetarisierung und die Möglichkeiten zur Monetarisierung nachgedacht und was das alles so bedeutet. Also wenn ich sage, ich mache jetzt ich will jetzt Werbung haben, dann kann ich mir überlegen, mache ich das selber, lasse ich das von anderen Leuten machen, begebe ich mich in Netzwerke, mache ich mich abhängig, bleibe ich unabhängig und so weiter. Das hat er alles nochmal so schön durchdekliniert in seiner Zusammenfassung. Ich fand das sehr, sehr hörenswert und habe mich natürlich besonders gefreut, dass das etwas ist, was sozusagen durch den Sendegarten angeregt worden ist. Hören wir mal eben rein, wie sich das bei ihm anhört. Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Final Podcast Episode 174. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, das hier ist eine Sonderfolge, denn heute ist der 30. also am Erscheinungstag ist der 30. September der International Podcast Day und da habe ich letztes Jahr, glaube ich, schon eine oder war es schon zwei Jahre her? Auf jeden Fall habe ich schon mal eine Sonderepisode dazu gemacht und das möchte ich auch dieses Mal machen. Und dieses Mal habe ich mir überlegt, ich spreche mal über Monetarisierung im Podcast. Das ist ein Trend, den ich schon eine ganze Weile wahrnehme. Das ist immer mal wieder Thema. Viele Podcaster machen das auch schon, dass sie eben aktiv um Unterstützung bitten, dass sie also sagen, bitte spendet mir Geld oder spendet mir Hardware-Unterstützung oder benutzt mein Affiliate bei Amazon, um eben so ein bisschen Geld über den Podcast einzuspielen und daraus zumindest den Podcast kostenneutral zu machen, was auch immer das am Ende heißen muss. Ich bin darauf gekommen, dieses Thema mal aufzugreifen, weil das kürzlich im Sendegarten diskutiert worden ist in der Episode 32. Da hat Chris Marquardt darüber gesprochen, dass er oder was er macht, um vom Podcasten oder unter anderem vom Podcasten leben zu können. Und da sind so ein paar Sachen dabei. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich sozusagen mitdiskutiert habe. Und weil ich nun mal nicht im Sendegarten war und weil ich vor allem auch, also auch nicht im Chat sein konnte, sondern es einfach zeitsouverän nachgehört habe, habe ich gedacht, dann ist doch die Gelegenheit hervorragend, dass ich mal eine eigene Episode dazu aufnehme. Tada! Hier sind wir. Und den Rest muss man dann alleine hören. Dankeschön, Jörn. Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung gewesen und damit fassen wir sozusagen auch die Sendung heute zusammen. Wir sind durch und am Ende. Es sei denn, Ulrike und Sebastian sagen mir jetzt, dass ich irgendwas vergessen habe. Habe ich was vergessen? Mir ist nichts aufgefallen. Dann ist ja gut. Wenn, dann haben wir jetzt alle drei vergessen. Dann kommen wir ans Ende. Und das Ende bedeutet, dass wir uns bedanken, und zwar bei allen, die zugehört haben, die mitgechattet haben, die das hier in der Konserve hören natürlich. Das ist ja die Verwertung Nummer eins. Das bleibt immer so, dass das Zeitsouveräne den Podcast eigentlich auszeichnet. Und natürlich ganz großes Dankeschön an unseren heutigen Gast auf der Gartenbank, Nikolas Wörl vom Methodisch-Incorrect-Podcast. Wie sagst du immer so schön? Der methodische Teil vom Methodisch-Incorrect-Podcast. Genau. Es war eine ganz große Freude, hier mit dir zu sprechen heute. Wie gesagt, ich hätte, glaube ich, noch zehn Fragen und zehn Aspekte und Bereiche hätte ansprechen wollen, weil es einfach so, ja, wir haben so viel schon gemeinsam erlebt und gesehen und da kommen halt so viele, so viele Gedanken herauf. Aber ich denke, wir haben ein sehr, sehr schönes Gespräch gehabt. Du hast sehr viel auch von dir persönlich erzählt. Dafür danke ich dir auch, dass du das so offen gesagt hast. Ich hoffe, meine Fragen waren nicht zu indiskret, aber das hättest du, glaube ich, auch klar gemacht in dem Moment. Auf jeden Fall. War wieder schön, bei euch zu sein. Danke, dass ich mal wieder Gast sein durfte. Wobei, im Sendegarten war ich ja noch nie zu Gast. Ich war in der Vorläuferveranstaltung, war ich mal, aber in deinem schönen Garten hier war ich noch nie. Genau, im Sendegarten, das haben wir dich jetzt heute zum ersten Mal begrüßen dürfen auf dem Gartenmarkt. Im Portunion-Magazin, da warst du, glaube ich, dreimal oder so. Wir haben noch sogar so Sendungen aus Berlin zum Vorabend vom PPW und sowas gemacht. Stimmt, ja. Ich kann mich noch erinnern, wie wir da in dem Frühstücksraum mit besonderer Genehmigung des Hotels gesessen haben. Das war schön, das war alles sehr, sehr aufregend. War schön. Können wir gerne auch mal wieder machen, sowas. Habe ich nichts dagegen. Mal gucken, wie portable das hier alles ist. Ja, ich dring mich wieder auf. Super. Ich möchte aber auch ganz besonders danken dem nicht anwesenden oder doch anwesenden Lars, das ist eine Stimme, die wir gehört haben und der jetzt auch seit einiger Zeit hier im Chat ist und den Chat bespielt und wird betreut und zwar mit den Links. Ich habe das nicht geschafft, gleichzeitig hier zu moderieren und die Links da reinzuschicken. Er macht das die ganze Zeit. Ganz herzlichen Dank von hier aus da herüber. nach Nordweig, wo du gerade sitzt, denke ich mal. Und ich möchte ganz herzlich danken den anwesenden Gärtnerinnen und Gärtnern, also der Ulrike vor allen Dingen. Dankeschön Ulrike, dafür, dass du heute dabei gewesen bist. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Super. Wenn man eine Suggestivfrage nehmen, was sollst du antworten, wenn ich dir so etwas hinlege. Das ist natürlich auch gemein. Und natürlich ein ganz, ganz großes Dankeschön fürs Dabeisein und ja, vor allen Dingen hier den Garten sozusagen herrichten, dem Sebastian. Dankeschön. Ja, gerne. Gut. Und damit gehen wir in die Nacht und oder in den Tag, je nachdem, für die Zeit zu für den Hörer. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank für eure Treue und dann sagen wir einfach bis zur nächsten Ausgabe. Macht es gut, bis dahin. Tschüss. 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 Ciao.